Ja, moin und recht herzlich willkommen bei Gezeiten Records, das Magazin heute Abend auf einem Samstag. Aus einem ganz besonderen Anlass. Normalerweise treffen wir uns ja allgemein am ersten Sonntag im Monat morgens um 11 Uhr. Das haben wir aber dieses Mal zeitlich nicht so gut hinbekommen, weil unsere Künstlerin, sag ich mal, unser Gast von heute, ein ganz besonderer Gast ist, eine wirklich charmante, attraktive und vor allen Dingen auch sehr, wie soll ich sagen, sie freut sich gerade schon, sie kann schon sehen, das ist sie gerade in den Himmel lobe. Nein, sie hat unglaublich, sie sprüht vor Ideen und es ist immer wieder unheimlich schön, ihren Content anzusehen. Schönen guten Abend, Treka. Du hast dein Mikro aus. Ja, voll profi. Ich habe mich jetzt schon entlauft. Schönen guten Abend, Treka. Freut mich sehr, dass du dabei bist, dass du die Zeit gefunden hast, heute zu uns in den Stream zu kommen. Habe ich mich sehr drüber gefreut und muss auch sagen, war ein bisschen nervös. Ich glaube, unsere Zuschauer werden nach und nach halt eben dahinter kommen, worum es dabei ging, weil es gibt immer so einen Laufplan, damit dann jemand, der nicht so viel mit dem Thema zu tun hat, weiß, was ungefähr auf ihn zukommt. Und da sagte Treka dann, oh, das ist ja alles schön und gut, aber können wir auch über andere Dinge reden? Und da habe ich gesagt, klar, das machen wir auf jeden Fall. Was Treka auch gemacht hat, sie hat eine Musikplayliste eingereicht, wie halt eben alle von unseren Gästen. Und da sind acht Tete zusammengekommen, über die wir dann aber auch sprechen werden, was halt eben dahinter steckt. Und da habe ich bei mir als Nummer eins stehen, Schandmaul, Sonnenstrahl. Gibt es da schon was so zu sagen? Wir starten direkt rein, oder? Ja, ja. Ja, ich wollte nur kurz sagen, das war ja auch die Begründung mit, ja, hier, ich bin nervös, merkt man das? Nein. Merkt man das? Nein. Nee, Chat, ne? Gar nicht. Auch Chat, du siehst heute gut aus. Ja, nee, und zwar, ich denke mir immer so bei Smalltalk, ich weiß das doch alles schon. Und dann rattet man das runter, so, ja, ich habe Qualitäten und ja, ich habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das überrascht mich ja nicht mehr. Ach so, also kein Bewerbungsgespräch. Ja, und dann kommt man einfach viel schneller, also man bricht dann viel schneller das Eis, wenn man einfach fragt so, hey, wenn du eine Gurke wärst, welches Gemüse wärst du lieber geworden? So, und dann sieht man schon gleich an der Reaktion der Leute, wir kommen auf lange Sicht gut klar oder nicht. Das stimmt allerdings. Ich muss aber auch sagen, wir haben jetzt auch Gäste im Chat, die mich auch so ein bisschen herausfordern, weil du hast gerade eben schon den Chat begrüßt. Erstmal schönen guten Abend, Chat, alle, dass ihr da seid. Ich sehe einen Namen dazwischen. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. T-K-O-Z, hast du da? Ja, das ist doch ganz leicht. Die kostet Rüssel Pecken. Gesundheit. Die kostet Rüssel Pecken. Die kostet Rüssel Pecken. T-K-O-Z, das kennt er schon von mir. Weißt du schon, wo der Name herkommt, was der Hintergrund ist? Ja, aber das verrate ich nicht. Ach so, okay, gut. Sein Geheimnis. Okay. Also ich kenne die Bewandtnis und die meisten sagen tatsächlich halt dann T-K oder T-K oder Päggen. T-K ist cool. Und tatsächlich musste ich mir den Namen antrainieren, aber habe ich gerne gemacht. Ja, gut. Das hat man gehört. Da ist schon Übung drin. Auf jeden Fall. Komm ja, dann machen wir eins. Dann sagen wir auch durch Chat gleich Hallo. Ah, ich scroll mal eben zum Anfang, wenn dann alles dabei ist. So, also herzlich willkommen Black Pearl, einer meiner Mods. Herzlich willkommen Music Man, ebenfalls einer meiner Mods. Gezeiten Records FM, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, den Vogel. Guten Abend, Andy Butterfly. Grüße gehen nach Hamburg. Guten Abend, Rockabella. Ebenfalls Grüße nach Hamburg. Dup, 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 dup. Muss ich ein bisschen weiter runterscrollen. Guten Abend, T-K, habe ich ja jetzt gerade gelernt. Guten Abend, Music Man. Ebenfalls ein Mod. Dann Treka, die ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle Content-Creatorin, habe ich schon mal gesehen, war schon mal im Stream. Kennst du? Ist echt empfiehlt. Was? Ich habe schon zu viel von dir mitgekriegt. Treka hat vorhin zu mir gesagt, ich habe mich heute extra hübsch gemacht. Also, es lohnt sich auf jeden Fall hinzugucken. Dann Michael21, haha, ist dabei. Rockabella hatten wir schon. Eddie One Calls ist dabei. Schönen guten Abend. Bup, 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 tam, tam. Es gehen Grüße runter nach Bayern. Gerade jetzt, das ist das erste Mal, dass sie tatsächlich eine Show am Samstagabend macht. Die ist ganz frisch bei mir als Mod eingestiegen. Auch eine ganz, ganz liebe. Also, habt nachseht und seid nett zu ihr. So, dann haben wir noch ein paar hinten im Lörk, dann sitzen, die dann halt eben uns über die Schulter gucken. Ja. Ach, Keksmamfer, oh Gott, Keksmamfer, jetzt hätte ich fast, fast überschlagen. Guten Abend, Keksmamfer. Du bist ein Stück weit mitverantwortlich dafür. Du musst, das kann man so sagen, dass ich mich getraut habe, dich zu fragen, weil wir hatten ja schon mal mehr oder weniger zusammengearbeitet. Du warst beim Nachtfalken drüben. Der wollte ein Spiel spielen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ach so, dieses Songvoting, Songrequest. Nee, Song. Song Competition. Song Competition, das war's. Und da hattest du ihm ja Schützenhilfe geleistet. Und da habe ich dann gedacht, so von wegen, boah, das ist doch wirklich ein interessanter, potenzieller Talkgast. Bin dann öfter mal in einen Stream gekommen. Und Keks, der hat dann gesagt, komm, frag sie doch mal, geh doch mal hin. Weil ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Respekt davor, weil ich gedacht habe, na ja, das ist gleich doch eine andere Liga, die zieht dir ganz schön die Hosen stramm, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, wir würden zurechtkommen. Ja, weiß nicht, du bist schon ziemlich angenehm straight, oder? Ich liebe ja sowas, aber das ist natürlich verderblich mitten im Stream, wenn denn der Streamer, nicht? Nee, nee, nee. Wir gucken mal. Alles gut, alles gut. Ja, genau. Wir waren gerade eben, sind bei der Musik angekommen, Schandmaul, Sonnenstrahl. Was verbindest du mit dem Titel? Ja, ich habe, als ich die Lieder zusammengestellt habe, habe ich gemerkt, es ist gar nicht so viel von den Liedern drin, die ich viel höre, weil ich höre eher so Rock, Metal, Nightcore irgendwas. Ich warte jetzt auf die Stimmen, die sagen Nightcore. Aber ja, ich kann dabei gut arbeiten irgendwie. Ernsthaft? Und ja, also zum Beispiel, wenn ich nachts irgendwie arbeite und dann Nightcore dann nebenbei höre, ja, dann bleibe ich wach, dann trellere ich mit. Okay, aber ich könnte nicht mehr arbeiten. Mein Mod sagte mir auch, der ist auch wirklich, ich persönlich bin auch, ich komme aus der Rock-Ecke mehr und muss sagen, ich höre aber eigentlich alles. So, aber bei Rock könnte ich nicht arbeiten, das lenkt mich viel zu sehr ab, das nimmt mich mit, das holt mich ab. Und fand ich ganz witzig, mein Mod, der dann auch sagte, ne, funktioniert prima. Im Gegenzuge weiß ich aber auch, halt eben, das ist der Black Pearl, weiß ich auch, wenn ich dann beispielsweise einen Stream habe, wo schlagerlastige Sachen drin sind, da tut er mir mal ganz doll leid, bis ich dann mal mehr oder weniger unter vier Augen ein Gespräch. Ich sage, Mensch, das tut mir leid und das war wieder so viel und ich weiß ja, dass du das überhaupt nicht... Mox, kein Problem, sagt er, ich mute das, sagt er, ich mache den Ton einfach weg. Und dann mottet er weiter. Wow. Schönen guten Abend, Puntoffel. Schön, dass du da bist. Genau. Also entschuldige, ich bin nicht angeschlagen. Deswegen habe ich mich halt so gewundert und ganz lange war, also ich musste es ja, also erst kam ich nicht auf acht Lieder und dann hatte ich zu viele Lieder drin und musste dann wieder runterkürzen. Okay. Und ganz lange war auch noch Mike Oldfield drin. Mhm. Sagt er wahrscheinlich ja was. Ja, natürlich. Shadow on the Wall. Ja. Das hatte ich überlegt, ob ich das mit reinnehme, weil das ist wohl das erste Lied, was ich dauernd hören wollte. Also das kennt man ja von kleinen Kindern, die dann rauf und runter hören wollten. Ich wollte die ganze Zeit Shadow on the Wall. Ja. Und jetzt zu Shandmol, wie ist es dazu gekommen? Also das Lied, ne, werdet ihr vielleicht alle hören. Ich finde das super schön von der Art und Weise, auch vom Inhalt. Oh, ich glaube schon, wie das ist. Ja, es kommt manchmal wie so eine Spinne um die Ecke und verschwindet dann wieder das komische Geräusch. Ja. Gut, pass auf, man weiß. Soll ich weitergeben oder? Wir spielen mal eben einmal den Titel. Ja, komm. Und dann gucken wir, dass wir hinterher... Dann darf er ich nicht. Genau. Dass es hinterher mit dem Ton sich dann wieder gefangen hat. Wir haben nämlich noch nicht feststellen können, wo dieses Problem eigentlich herkommt. Das hatten wir vor. Herzlich willkommen zurück hier bei Gezeiten Records im Magazin. Heute mal auf einem Samstag. Und wir haben heute zu Gast bei uns im Stream eine Content-Creatorin, wie man sie besser kaum finden kann. Träger. Schönen guten Abend zurück, Träger. Test? Ja. Cool. Läuft bei uns. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Aber ich höre jetzt auch wieder das Echo, also von daher... Du hörst auch wieder das Echo? Nicht, dass du jetzt Ärger kriegst. Ich nehme es auf meine Kappe. Nein, 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 nein. Es ist irgendetwas, was Discord halt eben produziert. Zur Zeit, da werden natürlich die Eingefleischten sagen, ach, wer nimmt denn auch Discord für sowas? Da gibt es auch viel schönere Sachen. Mag durchaus sein. Aber viele kommen einfach ganz gut damit zurecht. Und damit ist gut. Damit hat sich das einfach... Mal gucken, wo bist du überhaupt? Das ist auch das erste Mal, ne? Was meinst du? Mit dem Störungen? Ja, das ist... Ja, sonst habe ich das nie. Komisch. Gut. Vielleicht knistert es doch einfach nur zwischen uns. Das wird es wahrscheinlich sein. Da spreche ich noch was später drüber. Jetzt wo ich dir die Hosen stramm ziehe, ne? Shanmo, Sonnenstrahl. Ja, warum ist das in der Playlist denn? Ich glaube, damit verbinde ich einfach... sehr, sehr viel. Wow. Alles sagend. Nee, im Sinne von... Ähm... Ähm... Ich hätte mir Notizen machen sollen. Es ist einfach so, man hat so viele Ziele, so viele Träume. Man will Projekte machen und so weiter. Und man möchte... Ähm... Das ist die perfekte Version von sich selber sein. Und das ist sehr schwierig. Also wenn man Perfektionismus hat und dann zu lernen, dass man genug ist. Und, ähm... Das, was man geben kann, auch schon reicht. Und, ähm... Ja, das Lied behandelt ja, ähm, dass das Gegenüber, also eine Liebesbeziehung. Ähm... Aber das kann man halt auch ausweiten auf alle Gebiete. Ähm... Das stimmt. Ich wünsche dir, wie du gesagt hast, von wegen man versucht, eine Kopie von sich selbst zu sein. Ähm... Eine Perfektion. Eine Perfektion von sich selbst. Ein Ideal. Habe ich irgendwo schon mal gelesen und, ähm, war auch da, wo ich sag mal, ja, bringt das eigentlich so auf den Punkt, ne? Im Grunde genommen ist es immer immer geneigt zu sagen, ich versuche die Kopie von einem Idol zu sein irgendwo, ne? Man guckt sich jemanden aus und sagt, oh, da kann ich mich mit identifizieren und versucht eigentlich das zu sein, ähm, wo man sich selber dann unter Umständen aber auch aus den Augen verlieren kann, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch das, was du damit sagen wolltest, im Grunde genommen. Ähm... Also man, man, ich glaube, man liebt die Vorstellung, wie man sein sollte oder sein will. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich liebe Blumen, ne, aber stellt eine Vase auf den Tisch mit Schnittblumen, dann liebt diese Person ja nicht die Blumen. So, die Person liebt ja dann den Anblick von den Blumen, aber wenn die Person wirklich Blumen lieben würde, dann würde sie ja eine Toppflanze haben, damit die Blume weiterleben kann. Damit ist ja programmiert, dass das, was man liebt, sterben wird. Kann man das ins Leben rüberprojizieren? Ja, ist ja so. Wenn ich jetzt eine Schnittblume, dann ist ja abzusehen, wie lange die im Prinzip halt eben, äh, ja, meine Liebe zu ihr überleben wird. Und im Grunde genommen, oh, jetzt wird's aber richtig, geht's aber richtig tief schon, ne? Oder man versucht es zu konservieren, indem man halt diese Trockenblumen macht. Ja, aber ist doch auch eher meist enttäuschend, ne? Wenn ich dann so nach zwei Wochen dann die Blume aus dem Buch rausnehme, puh, ja, dann ist sie nicht mehr so ansiedlich, wie sie mal war. Ja, überhaupt, dass man immer alles besitzen möchte, ne? Ja. Also man geht ja am Wegesrand, man findet eine Blume sehr schön, ne? Mhm. Und dann bügt man die einfach. So, das heißt, wenn ich das nächste Mal hingehe, dann ist die Blume weg. Mhm. So, und ich hab sie vielleicht dann zu Hause stehen, beachte sie aber nicht mehr, weil aus den Augen, aus dem Sinn so. Mhm. Zu Hause verliert sie so ihren kleinen Reiz und ist nach einer Woche Putsch. Weg. Das stimmt. Trika, ähm, wann bist du geboren und wo? Wo kommst du her? Ähm, äh, 93. Mhm. So, ähm, ich hab sogar diesen, äh, diesen, diesen, äh, diesen Monat, äh, Geburtstag. Oh. Gibt's noch was zu feiern? Ja, ich kriege jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ob das der Discord ist, der versucht mich zu zwingen, äh, hier ein Dingsen zu machen? Nitro? Oh, ich glaube es nicht. Nee, ich hab ein Nitro. Schön. Ich nicht. Ähm, wir ignorieren es weg. Ähm, sollen wir auf einen anderen Kanal? Soll ich mal raus und rein? Ich glaube nicht, dass das an dem Kanal liegt. Aber wirklich, pass mal auf, ich... Jetzt ist sie raus. Und, äh, jetzt hol ich sie wieder rein. So. Nach Adam Riese und Eva Klein. Du bist wieder im Kanal. Oh. Jetzt. Jetzt. Ja, hoffen wir mal, dass es das war. Ähm, genau. Ähm, geschickt drum rummanövriert. Ähm, wo bist du aufgewachsen? Ähm, bei Minden. Ähm, das ist, äh, zwischen Hannover und Bielefeld. Ach, Minden. Ah ja, doch, Minden ist Westfalen schon. Ja, okay, das ist Minden doch gut. Ja, es gibt zwei Minden tatsächlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und in den USA gibt es auch noch eins. Ernsthaft? Irgendwie gibt es in den USA also ziemlich alles, was es an Städten in Deutschland gibt, habe ich manchmal das Gefühl, ne? Es gab, glaube ich, auch ein Schiff. Hm, pass auf. Wir machen das. Ich versuche mal was anderes. Wir versuchen das mal anders. Zack. Zack. So, jetzt sind wir in einem anderen Raum. Jetzt sieht wieder keiner was von dem, was wir hier tun. Jetzt muss ich nochmal eben wieder ausbauen. Zack. Also hören kannst du mich hier schon mal, ne? Ja. Genau. Wieso sehe ich dich da jetzt nicht? Achso, ich bin da. Discord. Wo ist das Bild? Da ist das Discord-Bild. Discord NR. Discord Call 1. So. Also dein Endchen sehe ich schon wieder. Ja. Okay. Aber ich habe wieder mein Echo. Aber ist okay. Aber es knackt hier auch schon. Ach so. Haha. Pass mal auf. Jetzt hat er die Seite getauscht. Augenblick. Das haben wir gleich. Ähm. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Zack. Zack. Das ist immer so die Sache, ne? Das, was nicht passieren soll. Wir sind voll Profis. Wir sind voll die Profis. Jedes Mal. Jedes Mal ist irgendwas. So. Jetzt hat er die Seite getauscht. Dann muss ich nochmal eben kurz, ähm, im OBS, dass wir dich wieder ans Bild bekommen. Weil das bin ja jetzt ich. Das war ja nicht der Plan. Und das kann man ja auch später rausschneiden. Alles gut. Nö, warum? Da bin ich schlecht befreit. Alles gut. Es wird von dem, von dem Stream, äh, kennst du ja schon, wird es dann ja bei YouTube, wird es dann ein, ähm, Dingschen geben, ein, äh, eine Aufzeichnung. Und, ähm, da werde ich das dann drinnen lassen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dann ja auch später bei Spotify einen Podcast. Und, äh, den wiederum, ähm, guck mal, da kommt Träger. Den wiederum, ähm, da werde ich es dann, äh, werde ich es dann rausnehmen. Mhm. Ja, alles gut. Wir haben ja Zeit, ne? Ja. Guck mal da. So. Mit unseren Fragen kommen wir aber nicht weiter. Was sagt der Shet denn dazu? Was ist das hier? Das ist der Versuch einer Übertragung mit Discord. Danke der Nachfrage. Hi. Gut, ähm, so, deshalb wie wieder, aber du siehst mich jetzt nicht. Warum siehst du mich jetzt nicht? Äh, ist okay, ist okay. Alles gut. Ach so, ist nicht so wichtig. Ja, okay. Ja. Nein, ist schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Ich hab, ich hab hier so ne kleine Handpuppe. Hallo, Bernd. Hi. Nein. Ob das funktioniert? Ja, stimmt, ist nicht ganz falsch. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Ich kann ja den Stream nebenbei laufen lassen. Wie cool ist das denn jetzt schon wieder hier in der Endlustunnel. Gut, pass mal auf, ähm, deine Eltern. Wir machen einfach weiter am Katalog. Ähm, äh, was machen deine Eltern? Sind die auch künstlerisch vorbelastet? Hast du da was mitgebracht von deinen Eltern? Oder wie ist das, äh, die künstlerische Arte bei dir zutage gekommen? Weil du künstlerisch bist du ja eigentlich schon, lachst du mich gerade an oder lachst du mich aus? Ähm, künstlerisch bist du ja doch, bist du ja doch stark vorbelastet. Ähm, genau, äh, äh, deine Eltern, was machen die und, ähm, was haben die künstlerisch so, äh, an dich weitergegeben? Ja, ja, ähm. Meine Mutter hat zum Beispiel eine wunderschöne Handschrift. Ich hab die Sauklaue von meinem Vater. Aha. Äh, genauso wie den Würgereiz, wenn zum Beispiel Zahnarztbesuche anstehen. Okay. Dann, äh, ich bin ein bisschen knauserig, was Geld angeht. Mhm. Ähm, das hab ich auch von meinem Vater. Ähm, ja, nee, also, also beide sind, ähm, bescheiden. Mhm. Ähm, meine Mutter ist sehr kreativ. Ähm, also zum Beispiel als, als Kind hab ich dann auch viel mit ihr gebastelt und, äh, alles Mögliche ausprobiert, Window-Color, man kennt's. Ja, ja. Ähm. Man wusste nachher nicht mehr, wohin mit dem ganzen Window-Color, weil alles eigentlich schon zu war. Ja. Damit zieht man mich gut dran erinnern an die Zeit. Sieht man heute aber eher wieder selten. Oder irgendwie mittlerweile so gekaufte, professionelle Sachen. Die sieht man denn dann auch schon mal wieder öfter. Ja, es kommt ja wieder, ne? Ja, kommt irgendwie einmal alles wieder. Ähm. Und, und, ähm, zum Beispiel, äh, mein Vater wusste sofort, was er werden wollte. Ne? Er wollte, ähm, Jurist werden, aber dachte sich dabei, ach komm, so ein Jurastudium, das, das schafft man ja, hat er nebenbei noch, äh, Geschichte studiert. So, und, ähm, das hatte dann, das, das hatte dann zur Folge, dass mein Bruder und ich dann in jedes Museum geschleppt wurden, in jede Kathedrale, die wir da hatten, ähm, Ruinen, äh, Stadtbummel und, 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 bap, 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 na? Und hattest du denn zumindest dein, dein, dein Interessengebiet getroffen oder war das eher so ein, ja, Papa ist gut, Papa? Ja, aber es waren dann halt so Geschichten wie, die Seeschlacht von Salamis. Und er hat referiert. Auch nicht schlecht. Und deine Mutter war dein Hausfrau? Ähm, nee, nee, ähm, freiberufliche, äh, Hebamme. Ah. Das, ähm, jetzt, äh, Familienhebamme, äh, auch schon, oh Gott, seit, 18 Jahren, vielleicht. Ähm, so, und, ja, also, sie hat das halt so gemacht, dass sie dann, ähm, vormittags gearbeitet hat und nachmittags war sie dann für uns Kiddies da. Ja, weil, äh, ich komme aus dem, aus dem, äh, Rettungsdienst und da kriegt ja die auch mal, die sind mit, weil gerade, äh, Hebammen, die haben Nachwuchsprobleme ganz, ganz massiv. Also zumindest hier oben bei uns im Norden, ähm, von daher finde ich das spannend, finde ich interessant. Äh, wo dran es allerdings liegt, könnte ich gar nicht sagen, dass sie Nachwuchsprobleme haben, aber wie in vielen Bereichen. Ähm, Bezahlung, ähm, Gebiete. Also meine Mutter hat einen riesen Radius, was sie abdecken muss. Ähm, die kommen nicht mehr hinterher. Ja, und zum Beispiel auch beim, beim Krankenhaus, ne, ähm, das ist jetzt auch so, dass theoretisch, ne, eine Hebamme auf gleich mehrere Geburten kommt, ne. Das ist so, als ob der Friseur alle zehn Minuten sagt, okay, ich muss mal eben hier woanders hin. Nur, äh, der, der Friseur weiß, dass nach 15 Minuten sein Haarschnitt fertig ist und bei einer Geburt, das ist ja dann mal ein bisschen offen, wie lange das denn dauern könnte. Hast du noch Geschwister? Ähm, einen Bruder. Ist der älter? Einen großen Bruder. Einen großen, der ist älter als du. Also er ist auch älter, ja. Hat der dich mit, mit erzogen oder, äh, hat der ganz andere Interessen gehabt? Ähm, wir sind uns sehr ähnlich. Aha. Bei manchen Punkten und bei den anderen sind wir total unterschiedlich. Also meine Eltern haben mal gesagt, ähm, wenn wir beide so zusammen wären, wir wären das perfekte Kind. Das ist auch nett. Motivierend zu reden. Ähm, wie war die Schule für dich? Meh. Achso, okay, Thema verfehlt. Ich war, ich war ein glückliches Kind und dann kam ich in die Schule. Ja. Also, äh, ich hab alles mitgemacht, sei es Mobbing, Schulwechsel, alles. Ähm, so und hab dann, äh, Abitur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich werden wollte, damit man auch so ein bisschen Aufschubzeit hat. Ja. Ja, dann bin ich irgendwas geworden. Und was, 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 was ging für dich in der Schule von den Fächern gar nicht? Und wo du sagst, oh ja, in den Fächern hab ich mich schon wohl gefühlt? Ich mochte Sport. Ähm, ja. Und Kunst ging so. Also ich find Kunst als Fach, als Schulfach, find ich voll. Aha. Ähm, aus, aus, aus dem Grund, dass, ähm, wenn jemand zum Beispiel Energie reinsteckt und, und sorgfältig arbeitet oder sich austobt oder wie auch immer. Also Kunst ist so ein, so freiheitlich, sag ich jetzt mal. Ähm, ähm, und das dann an eine Note zu knüpfen, halte ich für sehr schwierig, weil zum Beispiel, ich kenn das von so vielen Menschen, dass sie dann sagen, ich kann ja nicht malen. So, aber darum geht's doch gar nicht. So, man muss nicht malen können, beziehungsweise Picassos Werke sehen auch nicht so aus. Ja, das ist ja, ich glaube auch, dass Kunst sich für, für die Menschen völlig unterschiedlich darstellt. Also, äh, für einen selber, wie, wie man Kunst empfindet oder wie man, äh, äh, Kunst selber machen würde. Weil für die einen ist es sehr strukturiert, die, die sind dann meinetwegen als technische Zeichner sehr gut aufgehoben und für andere ist Kunst völlig chaotisch. Da stehst du unter Umständen hinterher vor dem Objekt und, äh, brauchst eine Menge für Fantasie, das rauszusehen, was der Künstler eigentlich damit ausdrücken wollte. Äh, deswegen bin ich ganz bei dir, das denn halt eben zu benoten, außenstehend. Ich wüsste auch nicht, gut, an was macht ein Lehrer sowas fest? Kann ich gar nicht sagen. Was, 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 was sind das für, für, für Maßstäbe, die er da als Regel drüber legt? Naja, gut, okay. Ähm, genau. Und dann sagst du, nach der Schule, Abitur, hast du einen Beruf ergriffen? Äh, äh, ja. Also, ähm, ich, ich hoffe ja, dass ich mit drei, weiß, ich weiß, was ich machen möchte. Ähm, ich, ich hab alles Mögliche schon mal angetestet. Ja. Um dann zu sagen, ja, ja, gut, ich hab jetzt ein Bild davon, liest es. Also, ich bin, ähm, ziemlich flatterhaft, was das angeht, weil ich mich halt für alles Mögliche interessiere. Und, ähm, da macht man natürlich auch so Tests, ne, vom, zum Beispiel vom, vom Arbeitsamt, wie auch immer. So, und das Exotischste war, ähm, dass mir vorgeschlagen wurde, äh, Golfballtaucherin zu werden. Ähm, das würde ich dann nicht... Ist das ernsthaft? Das ist ein Job, ja. Das ist ein Job. Golfballtaucherin. Ja. Guck mal. Gut. Aber offensichtlich braucht der Arbeitsmarkt sowas. Das finde ich krass. Erzähl ruhig weiter. Ja. Wenn ich das mal geworden wäre, dann hätten wir jetzt einen richtig spannenden Talk, ne? Glaubst du das? Meine schönsten Golfbälle. Ja, da hättest du eine Sammlung wahrscheinlich. Aber ich denke mal, die wirst du alle abgeben müssen, weil irgendjemand dich ja da ins Wasser schickt. Golfballtaucher gibt es tatsächlich. Das ist unglaublich. Klar glaube ich dir das. Aber es gibt tatsächlich bei Wikipedia Golfballtaucher. Das ist ein Beruf, ähm, in dem ein Taucher auf Gewässern, auf Golfplätzen fehlgeschlagene Golfbälle birgt. Und, äh, diese anschließend als gebrauchte Ware weiter veräußert. Achso, dann bist du ja noch Secondhand. Du bist ja auch noch ein Verkäufer. Krass. Hätte ich das mal gemacht? Das wäre meine Karriere gewesen, ne? Bestimmt. Aber stell dir mal vor, du hast da so einen ganz prominenten Golfballer. Der hat den da verschossen und du darfst da hinterher. Der hätte dich reich gemacht. Ja, Träger. Überleg dir das nochmal. Ich hätte sein Autogramm gefälscht. Ja gut, das würde ich aber dann nicht sagen. Aber das kann ich ja immer noch machen. Ich kann ja einfach auf den Golfplatz und irgendwelche Golfbälle mitbringen. Oh, das haben sie vorhin verloren. Genau. Können Sie bei mir günstig zurückkaufen? Marktlücke. Golfballtaucher, Traumberuf. Sagt gerade der Chat. Chat, wenn ihr im Übrigen Fragen habt. Es wäre sinnvoll, dann Träger oder mich eben zu taggen. Und die Mods, die tragen das nämlich zusammen und schreiben mir das dann in die Regie. Und dann können wir da besser drauf eingehen, weil so ein bisschen haben wir den Chat jetzt schon gerade eben vernachlässigt und ich bin auch überhaupt ein ganz, ganz schlechter Just-Chatter. Du klingelst das immer ganz gut, ne? Bei dir? Du bist immer sehr satt, sicher. Äh, ich bin immer total nervös. Aber ich kriege dann die Rückmeldung, das hast du aber souverän gemacht. Und ich so, ich bin innerlich gestorben, aber okay. Ich kann das gar nicht irgendwie. Die Leute, hab ich dich doch schon dreimal gefragt und ich sag, nee, hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung, ob ich da farbabhängig bin oder sowas. Peng zu Dämmlängen. Was ist das hier? Das ist ein Talk mit der lieben Träger. Schönen guten Abend auch. Mal eben gucken, was da passiert. Was? Quark, äh, Outtakes. Achso, ich hab Quarktakes gelesen. Gut, also wie gesagt. Ja, ja, ich überlese auch alles. Da hat, ähm, Pantoffeln natürlich recht. Es gibt sogar, ähm, bei mir auf dem Kanal so ein Command, ne? Wenn man sagt, ne? Ausrufezeichen überlesen. Dann, ähm, wird es in Prozentzahlen ausgedrückt. Und, äh, ich schaffe es sogar, 114 Prozent zu überlesen. Also, cool. Ähm, Perl, wir haben den Auftrag verstanden, glaube ich. Wir haben ja auch so, ne, hier, Chat. Das Gefahr vom Streamer ist ungewollt. Es ist kein Drogen- und kein Alkoholspiel, das einfach völlig verwirrt. Das ist denn das, was sie mir meine Motzen so vor die Füße schmeißen, wenn ich dem wieder irgendeinen Quark fabriziert habe. Ähm, so. Ähm, ja. Ähm, warte mal. Ja, okay. Okay. Aber, hast du gemerkt, ich kann, das ist zum Beispiel eins meiner größten Talente, neben Golfball tauchen, ähm, ist es zum Beispiel, äh, dass ich um das Thema herumschiffen kann? Das habe ich gleich schon bei der ersten Frage gemerkt. Ich habe dir immer noch nicht meinen Hassfach erzählt von der Schule. Nee, nee. Nicht, was ich geworden bin. Ich sag mal so, ähm, ich weiß ja, dass letztendlich, da kommen ja nachher noch aktuelle Projekte und zukünftige Projekte. Und ich glaube, da wirst du mit Sicherheit so richtig in die Vollen greifen. Von daher bin ich da, ähm, überhaupt nicht nervös. Aber du sagtest ja, Sport geht. Und, äh, was ist mit Mathematik? War okay. War okay? Ja. Also ich habe dann vielfach da gesessen und dann, nee. Das ist erstaunlicherweise viele Sachen, die ich ja später begriffen habe. Und ich habe heute begriffen, dass die Mathematik, wie wir sie in der Schule gelernt haben und angewendet haben, ähm, ist viel zu kompliziert. Weil die Chinesen haben zum Beispiel ein anderes System und da habe ich mal geguckt, wie funktioniert denn das? Und das finde ich viel effektiver. Die fangen ja beispielsweise alleine schon das Addieren, die fangen ja mit den großen Zahlen an, ne? Nicht wie bei uns immer, in einem Sinn und einem Sinn und einem Sinn. Die fangen mit den großen Zahlen an. Und das kannst du tatsächlich ganz, ganz schnell im Kopf abwickeln. Finde ich total krass. Ja, ist schon faszinierend, ne? Ja, das stimmt. Weil bei Mathe hatte ich immer so einen Zweierschnitt, sag ich jetzt mal. Außer in der Zeit, ne, als dann so Mobbing-Phase war, weil da habe ich natürlich dann nichts gesagt und habe quasi nur Funken geschrieben. Nee, und dann später halt so auf zwei gekommen und ich habe tatsächlich Mathe dann auch im Abi. Also als Abi. Als Leistungskurs? Ja. Krass. Respekt. Ich bin gerade beeindruckt. Boah, und das als Frau. Ich weiß, nee, das nicht. Aber ich weiß zwar nicht, wo man das jetzt halt eben beim Stream gebrauchen könnte, aber ich zeige mich jetzt einfach mal beeindruckt, muss ich denn so sagen. Kann doch beeindruckt sein, ja. Ja, ne? Nicht mehr zeigen. Machst du eigentlich auch Nachhilfeunterricht dann? Habe ich mal gemacht. Ach so, weil den Pearl würde ich dir schicken. Der sagt nämlich, eins und eins ist vier und das ist völliger Blödsinn. Pearl braucht Nachhilfeunterricht. Nachhilfeunterricht. Naja, also wenn du die Einsen, guck mal, die eine, also wenn du jetzt die vier hast, ne, und die eine Eins könnte ja in die vier passen und die andere, wenn du sie so drehst, weißt du, was ich meine? Hast du ein paar Streichhölzer, um mir das zu zeigen? Ja. Ach, das du? Von mir aus. Ist das ironisch? Ist das ironisch? Nein, okay. Mach ruhig, wenn das geht. Das sind immer diese Spreichholzspielchen. Machen Sie das und das da draus, aber bitte nur zwei Streichhölzer bewegen. Finde ich mal sehr interessant. Ich liebe sowas. Oh, voll schlimm. Voll schlimm war das. Also ich kann jetzt mal verraten, was ich studiert habe und zwar Sprache. Und da weiß man ja dann, was ein substantiviertes Adjektiv ist und so weiter. Also die ganzen Begriffe. Und ich war da in einer Zaubershow und ich sollte irgendeine Seite auf dem Buch aufschlagen und mir dann das erste Subjektiv oder was das war, das sollte ich mir dann rausnehmen. Und ja, ich habe mir dann das genommen und da stand irgendwie Susi, bababab. So, irgendwie sowas. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Allerdings war es so, dass er dann gesagt hat, so, das Wort, das du ausgesucht hast, lautete X. Und ich dann so, nö. Und der so, ähm, dann Y. Und ich dann so, ja. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, und ich dachte, oh Gott. So, weil ich war einfach so in dieser Situation drin und natürlich hätte ich dann mitspielen müssen. Ja. So, aber ich war halt dann so irgendwie Scheuklappen drin, dass ich gesagt habe, so, nö, ist ja keins. Ja, ja. Ich dachte so, nein. Aber jetzt, ich glaube, ich fange an, das zu verstehen. Das heißt, du nimmst aus diesem Buch, nimmst du ein Wort und kreierst mit diesem Wort einen neuen Satz und dein Gegenüber muss dann herausfinden, welches das Wort gewesen ist in deinem Satz, was du rausgesucht hast? Ähm, ja, das war halt so, er hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Äh, ich sollte irgendeine Seite aufschlagen. Das war natürlich irgendwie präpariert. Ach so. Auf jeden Fall hatte ich dann eine Seite aufgeschlagen und dann im ersten Satz. Ja. So, und, und er dachte, man würde dann natürlich automatisch das Wort nehmen. So, aber dadurch, dass ich ja wusste so, ah, okay, das ist, das zum Beispiel ist ein Attribut, das ist, äh, ein Artikel. Jetzt verstehe ich. Das ist ein Kompositum. Ja, jetzt verstehe ich. Und so weiter. Ich war einfach so im Film drin und hab nicht geschaltet. Ich hab mich so geschämt, ey. Ja, wieso eigentlich hätte er sich ja schämen müssen, weil sein Trick hat nicht funktioniert und du hast ihm so richtig die Hosen runtergezogen. Ja. Ist ja stumpf. Also, ich hab jetzt kein, kein Streichholz, aber, warte. Ja. Das ist ja dann eine Vier. Ja. Ach so, ah, die zwei Einsen. Jetzt verstehe ich. Ja. Gut, aber das behalten wir für uns, sonst wird nämlich Pearl mir das nochmal aus Brot schmieren. Das hab ich so gemeint. Genau so, wie Träger das erzählt hat, hab ich das gemeint. Da komm ich nie wieder raus aus der Nummer. Guck mal, jetzt ist Black Pearl richtig stolz auf mich. Ich hab deine Ehre bewahrt. Ja. Das stimmt. Zauberwürfel, schönen guten Abend, dass du da warst und schade, dass du schon wieder gehst. Oh, tschüss. Ich will wieder weg. Okay. Genau, das haben wir. Ach so, genau. Und was waren die Hassfächer an der Schule? Frischendurch Deutsch. Ach so, okay. Offensichtlich warst du nicht da. Du weißt nicht, welches die Fächer waren, die du denn nicht mochtest. Ja, ja, ja. Ich war da. Was gibt's denn so für Fächer? Ja, also das weicht ja mittlerweile ab. Ich bin ja für immer 30, trotzdem bin ich ja früher geboren. Und da gab's dann halt eben so Erdkunde gab es, Geschichte gab es, aber die Bilder fand ich immer toll in Geschichte. Aber Geschichte fand ich auch immer doof und langweilig. Was gab's denn da sonst noch so? Naja, später so solche Geschichten, Arbeitslehre oder sowas. Ich glaube, es kommt halt auch sehr viel auf den Lehrer an. Ob ein Lehrer das schmackhaft macht oder nicht. Absolut. Absolut. Hab ich schon ein paar Mal das Gespräch gehabt. Das wäre natürlich jetzt auch ein kleiner Exkurs. Ich finde auch, dass, wo wir gerade beim Sport gewesen sind, auch dieses Benoten in der Kunst oder so, ich finde das schwierig. Wonach wollen die das bewerten? Ich sage immer wieder so mein Tenor, wenn ich in den Sportunterricht gehe und ich bin ein absoluter Sport-Crack, ich spiele dreimal die Woche Fußball und so weiter und ich diese obligatorische Seil hochklettern, an Balken klatschen und wieder runterkommen, das mache ich dann natürlich halt eben mühelos und fange mir da bei einer Eins ein. Jetzt kommt halt eben ein anderer, der weniger sportig ist, kämpft sich da hoch, klatscht gegen diesen Balken, rutscht wieder runter und wird dann mit einer Drei oder eine Vier beurteilt, wo ich dann sage, das verstehe ich nicht, weil der, der es sowieso kann, okay, der hat kein Problem, im Prinzip halt eben diese Leistung zu erbringen. Aber den, der wirklich gekämpft hat, um das Ziel zu erreichen, schlechter zu beurteilen, finde ich nicht fair. Und da nenne ich immer wieder ein Beispiel von meiner eigenen Tochter. Die war in der fünften Klasse, vierte oder fünfte Klasse, weiß nicht mehr, und die sollten eine fantastische Geschichte schreiben in Deutsch. Hat sie dann auch gemacht und war auch unglaublich stolz darauf, war auch sehr kreativ, die Geschichte und so und kriegte dann eine Fünf für diese Arbeit, worauf denn meine Frau und ich ganz irritiert waren, das verstehe ich nicht und fragte dann mal deine Lehrerin, warum dafür eine Fünf gekriegt hast. Und dann kam sie dann wieder und dann sagt sie, ja, laut der Lehrerin wäre das Level der siebten Klasse. Und dann ist mir der Arsch geplatzt. Dann sind wir hin in die Schule, ich sag, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Sie haben die fantastische Geschichte meiner Tochter mit einer Fünf bewertet, weil das Stand siebte Klasse wäre. Ja, das wäre nicht der Auftrag gewesen. Ich sag, das ist doch völlig wurscht. Es wird doch nicht gesagt, mach eine fantastische Geschichte nach dem Stand der fünften Klasse. Und dann endete das Gespräch aber damit, dass sie sagt, aber es ist ja nicht so schlimm. Ich sag, wieso nicht so schlimm? Das fällt ja ins Zeugnis mit rein. Ja, nee, aber es kann ja halt eben von den anderen immer noch ein schlechtes Beispiel dienen. und da war das Gespräch für mich zu Ende. Sowas, wo ich sage, von wem das kann doch nicht wahr sein, aber so hast du tatsächlich die Situation, dass du dem Bewertungssystem der einzelnen Lehrer ausgesetzt bist. Ob du willst oder nicht. Traurig, sowas. Also, mich triggert das so ein bisschen in der Hinsicht, dass ich habe zwischendurch auch Lehramt studiert. Und aus genau zum Beispiel solchen Gründen, weil ich das unfassbar finde, wenn zum Beispiel Lehrer nach Sympathie gehen, wenn es nicht einheitlich ist, wenn man kann, dass das Kind drunter bricht. Ja, ja. Und weiß nicht, wir hatten zum Beispiel auch da hatte ich noch Dolmetschen studiert. Ich wechsle gerade die Themen aus, entschuldige. Aber das Beispiel fällt mir gerade ein. Wir hatten jemanden, die mehr gewogen als andere. und wir hatten einen Dozenten, der was gegen andere hatte. Also, der hat gesagt, wir dürfen nur das und das und da, da, da. Also, auch wie wir uns präsentieren und so. Man wusste genau, okay, wen er mag und wen nicht. und da hat er immer vermittelt, so, ja, selbst wenn du physisch dazu in der Lage wärst, zu dolmetschen, heißt das nie, also heißt das nicht, dass du jemals eine gute Dolmetscherin sein könntest. So war es dann. Das ist doch so deprimierend. Das ist doch gerade, wie du am Anfang schon sagtest, der Lehrer ist doch gefragt, den Schüler da abzuholen und vielleicht halt eben auch seine Kompetenzen, seine Begabung zu erkennen und die dann zu fördern. Ja, zu fördern. Ja, aber es geht tatsächlich halt eben immer mehr dazu, das haben wir dann später in der Schule auch gemerkt, dass vielfach Dinge, wo wir stolz waren auf das, was unsere Tochter halt eben im Kopf halt eben für Ideen hat, dass die Schule dann aber versuchte, den Eltern überzudrücken, nee, ihr müsst euer Kind schon in die und die Richtung bringen, wenn es hier Erfolg haben soll. Das ist also Inselbegabung, na gut. In langer Rede, kurzer Sinn, sie ist dann später auf eine katholische Privatschule gekommen, und da merkte man, das war dann mal tatsächlich eine andere Qualität. So, jetzt habe ich mich genug ausgelassen. das ist ja auch ein Grund, warum Kindergarten nicht mehr Kindergarten heißt, sondern dann Kita. Ja. ne, Garten, ne, man, aus, aus, aus der Perspektive mit, dass die gerade wachsen sollen und, und bestimmte Vorstellungen haben sollen und so weiter. Völlig schlägt. Völlig schlägt. Und ich glaube auch, das ist jetzt so meine Theorie, ähm, wir sagen ja, man macht eine Entwicklung durch, ne? Aber, das heißt ja, entwickeln. Also, das heißt, es muss ja zwangsläufig heißen, dass man vorher eingewickelt wurde, um sich dann zu entwickeln. Okay. Finde ich. Habe ich so noch nicht gesehen. Nö, habe ich so noch nicht gesehen. Dass man, dass man so eingebunden wird in, ne, durch, durch Schule, andere Konventionen und, äh, sich dann wieder frei entfalten muss. Ja. Ja. Okay. Aber wenn, wenn ich das dann, äh, nehme, ähm, auch wieder meine Tochter, Kindergarten, der hat eine heiße Diskussion, da drüber, ähm, unsere Tochter brachte dann halt eben immer ihr Frühstück mit mir nach Hause. Wo wir gesagt haben, was ist denn los, warum frühstückt ihr nicht mehr? Und dann sagte der Kindergarten, nie, wir haben eine neue Struktur aufgebaut, wir sind ein, ein offener Kindergarten, hieß es, glaube ich. Und, ähm, da ist es so, dass es keine festen Frühstückzeiten mehr gibt. Also, ich persönlich finde, aus meiner eigenen Erfahrung als Kind, ähm, dass, ähm, Kontinuität und Regeln, äh, schon ganz wichtig sind. Das hat was mit Orientierung zu tun, gerade halt eben für das Kind. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, das Frühstücken abzuschaffen, wo die sagen, nee, die Kinder, die können selber entscheiden, wann und wie sie frühstücken, wo ich sage, das habt ihr alle einmal. Also, Entschuldigung, äh, da draußen laufen 42 Kinder rum, die spielen, die toben, da kann meine Tochter noch so viel Hunger haben, die setzt sich dann nicht hin und fängt an zu essen, weil sie die freie Entscheidung hat. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, gibt es halt eben in jeder Gruppe auch immer schwächere im Glied. so, und das waren damals drei Gruppen gewesen. Ich sage, äh, wenn, wenn die Gruppen dann, äh, ins Frühstück gehen, dann sind auch die, die eigentlich die Schwächeren in der Gruppe sind, mit in der Gemeinschaft aufgenommen, weil die sitzen auch mit am Frühstückstisch. Ich sage, du hast doch immer wieder die Möglichkeit, die Gruppe zurückzuholen, zusammenzuholen und damit sind auch die, die eigentlich jetzt hinten rausfallen, ähm, in dem Vorteil, dass, dass, dass sie an der Entwicklung, so wie du gerade sagtest, halt eben der Gruppe als Mensch teilnehmen. Finde ich ganz gruselig. Das ist fast da. Na ja, okay. Ob das heute noch ist, das weiß ich nicht. Ja, oder, das ist halt auch dann zum Beispiel, also jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, ne, und, und es gibt Menschen, die, die brauchen dann zum Beispiel Ruhe einfach beim Essen. Ja. So, und die können das dann nicht so ab, wenn überall Gewusel ist und das hast du dann halt zwangsläufig mit so vielen Kindern. Ja. Und, und was, was wird denn erwartet, dass sie sich dann in eine Ecke setzen und, äh, keine Ahnung. Kannst du nicht, die essen ja unter Stress, ob das dann letztendlich auch wieder gesund ist, eine zweite Frage. Ob das heute noch so praktiziert, weiß ich auch nicht. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Also, ich hab zum Beispiel, äh, dauernd irgendwie Brot mit nach Hause genommen. Einfach auch, weil ich nicht so der Brot-Fan war. Ja. Aber weil ich zum Beispiel um diese Uhrzeit noch gar nicht so Hunger hatte. So, das war, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich da auch mehr Struktur haben sollen, war aber nicht so und, äh, es ist sehr viel geschimmelt bei mir tatsächlich. Äh, weil ich hatte dann die Butterbrot-Dose noch im, äh, wann ist da, wie auch immer. Also, ja gut, bei mir war es auch oft so, dass ich mein Brot dann nicht in der Schule gegessen hab. Dafür waren denn, ähm, die Mülleimer auf dem Heimweg, die waren immer gut gefüttert von mir. Also, das war immer so eine Sache, äh, meine Mutter hat zwar nichts gesagt, wenn ich es mit nach Hause gebracht habe, aber, äh, es war mir dann doch trotzdem unangenehm, weil, äh, morgens hast du dann halt eben mit der Mama diskutiert, was denn da drauf soll, ähm, und dann bringst du es doch wieder mit nach Hause. Dann sagt die Mama auch irgendwann den Krampel, den machst du irgendwann alleine. Also, das habe ich mir nicht getraut, die mit nach Hause zu bringen. Ich habe dann halt eben unterwegs die Eimer gefüttert. Das ist tatsächlich so. Ja, oder zum Beispiel auch das Dilemma, wenn ich jetzt in der Schule war zum Beispiel und ich hätte jetzt dort gegessen und dann komme ich nach Hause und dann gibt es schon wieder Essen. So, ähm, das war halt dann auch so ein Grund, warum ich dann nicht, äh, in der Schule gegessen habe, weil sonst hat halt meine Mutter mit mir geschimpft, so mit, ja, ne, kannst erst rausspielen, wenn du einen Teller aufgegessen hast, aber du warst ja schon satt. Ja, ja, ja. Hinzu kommt ja noch, so habe ich es aber empfunden, ähm, ich bin dann ja auch später mit dem Rad dahin gefahren, wenn ich denn gerade halt eben die fünf Kilometer von der Schule, die ich früher gelaufen bin, weil es gab keine Helikoptereltern, ähm, im Rad nach Hause gefahren bin, ähm, und ich stehe vom Rad runter. Aber deine Eltern hatten gar keinen Helikopter, was? Nein, überhaupt nicht. Oh mein Gott, damals gab es die noch nicht. Habe ich auch eine ganz eigene Meinung zu. Nein, aber, äh, Sie hatten einen Zeppelin. Nicht ernsthaft, da warst du aber lange auf dem Schulweg unterwegs, oder? Aber die fliegen ja nicht ganz so schnell. Aber es ist auch gemächlich halt eben, das ist wieder was für mich, da hätte ich drüber nachdenken mögen. Hm. Ja. Ähm, gut, ähm, wir haben aber noch ein bisschen Musik offen. Wollen wir da mal reingehen? Ja, Rise Against, ähm, Swing Life Away, und, äh, Djal Naim, New Soul. Und, äh, dann im Anschluss, da muss man kurz drüber unterhalten, was das für dich bedeutet. Herzlich willkommen zurück bei Gezeiten Records, hier im Magazin. Diesmal auf einem Samstagabend, weil wir einen ganz besonderen Gast dabei haben, Treka. Welcome back, Treka. Schön, Dankeschön. Ja, gerne. Wir haben gerade eben ein bisschen über die Schule gesprochen, und da hat Keksmamper, ähm, auch reingeschrieben, wir haben ein paar Fächer vergessen, unter anderem auch Biologie. Äh, Biologie, das war ja so eine Sache eigentlich, man hat sich immer drauf gefreut, haha, jetzt geht's endlich los mit Biologie, und irgendwie war's dann doch anschließend sehr ernüchternd, weil es ging dann ja doch mehr dann um die Tierwelt, und Flora und Fauna, und das, wo man drauf gewartet hat, das war dann zwei Seiten stark im Buch, und, äh, ja, hat uns als Teenager auch nicht so weitergebracht, oder? Wie hast du Biologie gesehen? Ähm, also, ich mochte Biologie nicht so, also von den Themen schon, weil das hatte ich dann auch im Abi, irgendwie, ich hatte alles irgendwie im Abi, kann sein, ähm, nee, aber zum Beispiel, ich hatte eine Lehrerin, die mich mochte, und das war das Problem. Ja. Äh, insofern, sie wollte mir noch Punkte geben, weil ich nicht unbedingt die lauteste in der Klasse war. Okay. Also ich hab mich dann, ne, ich wollte dann eher so einfach dabei sein, und, und das reichte schon so für mich. Ja, ja. So, und, und vielleicht noch ein bisschen nebenbei krickeln, ne, dass, dass man, äh, ne, so ein bisschen, also ich kann mich dabei dann besser konzentrieren, wenn ich irgendwas nebenbei mache. Ja. Und, ähm, ja, und sie wollte dann, dass, also sie wollte mir dann so Extrapunkte geben. Ähm, und ich sollte dann Sachen vorlesen, so, also zum Beispiel Texte und so. Nur, ich hab eine Leseschwäche, das heißt, ich verdrehe Wörter. Und, ähm, deswegen ist, ja, also zum Beispiel, dass ich, ähm, mir dann auch so zur, zur Aufgabe mache, zum Beispiel jetzt in meinem Chat dann, auch die Nachrichten vorzulesen. Einfach so. Ist auch dann Therapie für mich. Ähm, aber ich hab, ich hab, so viel Negatives damit verbunden. Also, wenn ich vorlesen musste, mein Kopf wurde rot, äh, ich musste mich so konzentrieren, oh, bitte nicht das Falsche sagen und so. Weil, auch wenn ich das Wort gesehen habe, ich hab trotzdem irgendwie das umgetauscht, wie mein Gehirn ist logischer fand. Ja, also den Satzbau im Grunde genommen, durch andere Wörter ersetzt oder ähnliches. Ja, so irgendwie. Oder, oder zum Beispiel auch Wörter nicht erkannt. Zum Beispiel, dann hab ich, äh, anstatt, äh, Kadaver hatte ich dann Kadaver gelesen. Ja. Monopoly und solche Sachen. Ja, 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 ja. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ob es bei mir jetzt eine Leseschwäche wäre, weiß ich nicht. Ähm, ich hab ja aber auch einige Jahre im Schauspiel verbracht und es war total interessant zu sehen, wenn es da um die Texte ging. Wenn wir zum Beispiel eine Produktion hatten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann musstest du wirklich so, wie es im, im Buch drinne steht, musstest du den Satz wiedergeben. Ähm, wenn du bei den Privaten warst oder am Theater, ähm, dann war immer nur entscheidend, ähm, dass die letzten ein, zwei, drei Wörter, dass die da sind, weil das das Stichwort ist für den Nächsten, damit du einen Dialog führen kannst, im Grunde genommen. Ähm, und ich kann das sehr gut verstehen. Ich hab das auch immer gehasst, wenn ich diese Texte wirklich Wort für Wort ausländisch werden, lernen müssen, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk das in seinen Produktionen so haben will, keine Ahnung. Äh, ich finde, man ist da nicht mehr authentisch, wenn du dann, äh, so wie du jetzt sagst, beispielsweise den Satz so hinbaust, dass, dass er mit mal Sinn macht, ähm, den finde ich doch, dass, dass, das bist dann ja auch du, und, ähm, ich war auch früher immer in der Situation, dass ich vielfach Leuten irgendwas erklären musste, die haben mir was gelesen, ich sag, ich verstehe nicht, was da steht. So, und wenn ich es dann mit meinen Worten erklären konnte, war es mal wieder logisch. Das heißt, ich fühlte mich eigentlich in meiner Art und Weise zu lesen auch noch bestätigt, was völlig paradox war. Hat aber wiederum heute zur Folge, dass ich dann beispielsweise unseren Chat nur lesen kann, wenn ich gerade in der Pause bin. Und mal guck, was haben die geschrieben. So hat auch Pearl beispielsweise geschrieben, der ist völlig begeistert, über, ähm, äh, deine Playliste, dass du eine sehr, sehr schöne Playliste ausgesucht hast. Das nochmal eben ganz am Rande. Ich, ich war selber verwundert. Wie jetzt? Ja, ich, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass die Lieder, äh, es, es rein schaffen. Okay. Okay. Also, also es sind schon Lieder, die ich dann immer mal wieder höre. Ja. Ähm, aber, als ich mich dann damit auseinandergesetzt hatte, so, was, also du wolltest ja so, was ist das Leben, oder mein Leben, äh, oder was verbinde ich damit, oder Soundtrack meines Lebens. Und, ähm, ich hatte mich dann dafür entschieden, dass ich Lieder nehme, mit denen ich mich identifizieren kann, und weniger Lieder, die ich dann zum Beispiel sehr häufig höre. So, also ich hätte ja auch das füllen können mit, mit, äh, Lieblingsliedern in der Playlist. Ja. Oder so. Ja. Aber, also dann wäre es ziemlich viel Metal geworden, aber, und Nightcore. Wäre ja nicht schlimm gewesen, ist ja okay. Ähm, aber ich finde das interessant, dass du das so interpretierst, weil so ein bisschen, äh, jeder Gast, ähm, der kommt, ähm, nimmt denn diesen, diesen, diesen Ausdruck, Soundtrack des Lebens ein bisschen anders, ähm, weil, ähm, es gibt dann auch viele, die sagen, naja, das ist halt eben so die Musik, die mich begleitet hat, die sagt über mich nicht viel aus, aber das war halt eben chronologisch einigermaßen die Musik, die mich begleitet hat. Ähm, dann halt eben Gäste, so wie jetzt du, die sagen, na, die Musik, die sagt schon ein bisschen was, äh, äh, für mich aus ist, oder auch, was auch sehr oft passiert, äh, dass, ähm, Menschen, äh, wenn die einen Wendepunkt im Leben haben, ähm, dass sie das auch mit irgendeinem Lied verbinden. Und, äh, das sind dann auch Dinge, die sich sehr schnell hier im Soundtrack des Lebens wiederfinden. Ähm, ähm, irgendwo. Und ich finde es auch mal sehr interessant, auch für die Zuschauer zu sehen, äh, wo gibt es denn da Parallelen von der Musik her, ne, so dass man sagt, so von mir, oh ja, das stimmt, das war damals auch eine Nummer und so, äh, die hat offensichtlich auch ein paar andere einen Eindruck gemacht. Und jetzt hatten wir gerade eben, ähm, zum Beispiel Erased Again, Swing Life Away, ähm, was, was verbindest du mit dem Titel? Ähm, ja, ähm, vielleicht eine, eine kleine Triggeration. Okay. Ähm, ich, ich werde das auch nur ganz kurz anschneiden. Huch, jetzt bin ich ganz groß. Ja. Ähm, Triggerwarnung, jetzt gibst mich in groß. Ähm, nee, äh, und zwar folgendes, ähm, ich, ähm, hatte so eine schwere Zeit in, in der Jugend. Ähm, ja, und, und, ähm, hab mich überfordert gefühlt, äh, wo ist mit mir hin mit mir? Dann zum Beispiel auch, ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, dass ich bestimmte Gefühle nicht, ähm, nicht, nicht, äh, rauslassen konnte. Zum Beispiel, wenn ich wütend war, dann, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das an andere auslasse. so, zum Beispiel, ich wollte dann kein Problem für meine Eltern sein, oder, oder für Freunde oder so. Man möchte ja auch die Freunde behalten, ne? Und, ähm, da war es dann so, dass ich dann diese Wut, so, entweder gegen mich gerichtet habe, oder halt, ich hab mich dann zurückgezogen in mein Zimmer, und hab da ein Hardcore-Punk gehört. Ähm, das Lied, also, ich hab sogar dann ein konkretes Lied, wo ich dann wirklich das rauslasse, und, und, äh, laut mitgröle und so weiter, weil es einfach nur diese geballte Emotion ist. Ja. Ähm, und, äh, das, das hab ich jetzt aber rausgelassen, ach so, ja. Ich glaub, ihr wolltet das jetzt nicht drei Minuten lang hören. Ich hätte, den hättest du auch ein Bild nur für dich gekriegt, das hättest du nicht austoben können. Kein Problem. Nee, äh, aber dann hab ich da halt das, das genommen, ähm, und, und hab mich selber halt damit trainiert, so, dass ich das, dann, äh, dafür nutzen kann. Mhm. War das denn, ach so, der Titel inhaltlich, äh, den du dann genommen hast, um dich abzureagieren, äh, inhaltlich für dich entscheidend, oder war es eigentlich mehr so die Dynamik, um primär jetzt erstmal die Energie abzubauen, die sie angestaut hat? Energie. Energie. Also es, ähm, es gab eine melodische, eine melodische, äh, Komponente in dem Lied, aber größtenteils war es wirklich dieses, dieses Gorn. Also, ja, 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 ja. Und, ähm, na, und, äh, zum Beispiel dieses Swing Life Away, das bedeutet ja, ne, durchs Leben schaukeln, ähm, ich verbinde mit Schaukeln total, so, so Kindheit und losgelöst und Spielen und, und Fröhlichkeit und so. Ja. Das heißt, ich hab dann zum Beispiel, wenn ich solche Gefühlsausbrüche hatte, ähm, hab ich dann erstmal so, äh, aggressive Musik gehört, und dann, ähm, wenn ich gemerkt hab, so, oh, ich reagier mich ab, dann hab ich immer zum Schluss dieses Lied gehört, ähm, weil, ähm, ja, also zum Beispiel auch diese Zeile mit, ähm, ne, zeig mir deine Narben und ich, wir vergleichen einfach mal. Ja. Ne, das war dann so ein bisschen solidarisch. Ja. Weil jeder trägt sein Päckchen. Ja. Und, ähm, ja, das hab ich mich halt selber, ich würd jetzt immer sagen, konditioniert, ähm, damit dann runterzukommen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch merke, ähm, dass ich angespannt bin oder so, und wenn ich das Lied höre, komm ich sofort wieder runter. Okay, ja, verstehe ich. Ähm. Kann ich, das kann ich auch empfehlen, also, wenn ihr, wenn ihr Lieder habt, mit denen ihr bestimmtes verbindet, ähm, dass ihr das dann so als, als Skill benutzt. Ja. Ich bin gerade überlegen, wie das bei mir wäre. Natürlich hab ich auch, äh, Lieder, die, die mich irgendwo abholen. Erstaunlicherweise aber, äh, auch nicht immer. Es gibt so, so, so Dinge, wo, das Paradox ist bei mir, wenn ich denn einen Titel nehme, der mich eigentlich unheimlich abholt, ähm, wenn ich da denke, so von mir, ach komm, mach die den mal an, ähm, dann finde ich den tatsächlich mal nervig. Das heißt, es gibt tatsächlich Titel, die funktionieren nur in einer bestimmten Situation, äh, hab ich für mich mal festgestellt. Ja, oder, oder dieser, äh, Liederfriedhof, ne, mit, mit den Liedern, die man nicht mehr hören kann, weil man damit eine Situation oder eine Person verknüpft. ja, 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 absolut. Wobei, ich bin da primär Musiker, äh, meine, meine Ex-Frau und auch die, die Menschen um mich herum, die, die haben irgendwann einmal festgestellt, äh, dass ich Musik anders höre. Wenn man mir einen Titel vorspielt, dann, dann ist das, äh, mehr so analytisch, ne, was, was, was machen die Drums, was macht der Gitarrist, was macht der, was hat denn der, der Ton, der Tonmensch beim Abmischen getan und so. Und, äh, dann sind die Leute immer da von mir, ah, und, wie fand's den Titel? Ja, gut, äh, der ist ganz gut gemacht, äh, hier und da hätte man ein bisschen mehr und so, was, wie, und der Text, ich sag, sorry, den hab ich nicht gehört, das, das ist immer so mein Problem. es ist tatsächlich so, äh, mich, für mich ist immer, äh, stimmungsabhängig, äh, der, der, dann der Song, ob er mich, ähm, ähm, mit seinem Groove abholt, ob ich, ob ich mich drauf einschwingen kann, ähm, dann ist die Tatsache, ob, äh, in dem Titel, der mir etwas sagen möchte, der Interpret dann leider zweitrangig. Keine Ahnung, ist das vielleicht auch ein bisschen, äh, egoistisch. Äh, spielst du Instrumente? Ähm, ich spiele, also Tasteninstrumente, aber primär ist mein Instrument meine Stimme. Das heißt, ich, äh, seit, jetzt muss ich überlegen, äh, fast 40 Jahren, ähm, hab ich irgendwie immer auf der Bühne gestanden und ist auch toll, ne, ich bin 30 Jahre alt, 40 Jahre Bühnenerfahrung, ähm, hab ich auf der Bühne gestanden, aber, äh, ja, ich hab immer nur, äh, meine Stimme halt eben zum Einsatz gebracht. Genau. Nee, das ist doch dann interessant, dass du dann auf die Machart dich konzentrierst, zum Beispiel, ne, was die Drums machen, et cetera, und dann nicht unbedingt auf die Stimme achtest. Doch, die Stimme achte ich schon, aber nicht, was sie singt. Das ist halt eben, ob den, dann die Mechanismen, die Klangfarbe, Harmonie und so weiter, beziehungsweise halt eben so dieses Phänomen, aber beispielsweise, fast das gleiche Phänomen wie, wie bei Modern Talking, wie haben die das gemacht, damals mit dem Doppeln und so, und was ich heute ganz spannend finde, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, ist es ja so, dass, äh, es heißt ja nicht, es wird nicht gecovert, und, ähm, es werden ja, Entschuldigung, ich bin viertelig erkältet. Ja, ich finde auch, ich sollte mehr reden. Nee, alles gut. Ähm, dass, äh, ich den Titel von früher im Prinzip nehme und mir versuche vorzustellen, wie die heute produziert werden würden, und ich denke von wegen, das ist ja interessant, aber das wird ja momentan in den letzten zwei Jahren aufgegriffen, dass, äh, viele Sachen neu produziert werden, von den alten Sachen. oder remastered, ne? Sorry. Ähm, alles gut. Genau, im, ja. Ich, ich vertrete dich, falls irgendwas ist. Ja, wollen wir mal auf den Chat eingehen, dann kann ich mich aushusten. Ja, weil meine Playlist kommt zum Beispiel. Genau, habe ich gerade eben schon gesehen, und da meinte er was ganz Bestimmtes mit, und zwar, ähm, wir sind hier ja jetzt bei Gezeiten Records, es gibt nochmal den Channel Gezeiten Records FM, für die im Chat, die es nicht wissen, äh, die Mods hauen da gerne nochmal einen Shoutout raus, ähm, da gibt es am Freitagabend, ähm, immer The DJ of the Night. Das heißt, dass einer aus der Zuschauerschaft eine Playlist einreicht, die bummelig so, ähm, drei Stunden geht, also 50 Titel ungefähr, die hören wir uns an, einfach auf dem, völlig unmoderiert, äh, auf dem Gezeiten Records FM Channel, und wir sind dann drüben im Discord, im, äh, Meet & Greet, und da hat dann jeder der Zuschauer, der mag, die Möglichkeit, äh, rüberzukommen, und den Discjockey dort kennenzulernen. So, und da ja im Prinzip jeder dort zum Discjockey, äh, werden kann, fragt Keks natürlich, weil wir ihn jetzt angefüttert haben, mit den Titeln von heute Abend, ähm, 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 wann wir dann an die Playliste von dir für den Freitagabend als DJ of the Night erwarten dürfen. Aber ich würde ganz verrückte Titel reinmachen. Das ist völlig, wir haben da schon, wir haben da auch schon gesessen, haben Opern gehört, wir haben Hardrock gehört, wir haben Operetten gehört, wir haben Schlager gehört, ähm, ähm, es wird alles Tilo, äh, toleriert, und, äh, es ist auch wahnsinnig interessant, ähm, für die Leute, genauso wie am Samstagabend halt eben, da schmeißen die Leute alle so ihre Titel in die Playliste, was dann dabei rauskommt, äh, wo dann jeder sagt, es ist total interessant festzustellen, was andere Leute hören, weil da natürlich auch gute Dinge bei sind, die man selber noch nicht gehört hat. Also von daher, ist eine ziemlich nette Kultur geworden. Ja. Sally Bonani, was ist Sally Bonani? Ja. Ich bin ja ein kleiner Troll, was das angeht, ne, und ich hab in meinem Stream halt die Leute gequält mit, äh, dem Lied. Das Lied besteht nur aus Sally Bonani, Sally Bonani, und dann die ganze Zeit, ne, und dann ist da halt die, die, diese Frau mit der Trommel, Sally Bonani, in einem Spielplatz, und, ähm, hat voll Spaß. So. Jetzt ist, guckst du nach, ne? Ja, natürlich. Ich möchte ja, dass er sich hier heimisch viel Puntoffel ist, da guck ich doch nach, was das ist. Also ich kann, ich kann ruhig eine Playlist machen, nur mit diesem Lied, wenn ihr das möchtet. Drei Stunden? Ja! Ja, klar. Und dann Zugabe. Keks ist im Übrigen, und das denke ich auch, der Meinung, dass das eine, äh, wirklich hervorragende Playliste werden dürfte, ähm, wenn du eine produzierst. Das auf jeden Fall, ich sehe schon das Bild, das tun wir uns jetzt an. Warte. Das tun wir uns jetzt an. Entschuldigung, Puntoffel. Sally Bonani. Oh. Sally Bonani. Sally, Sally. Sally Bonani. Sally, Sally. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Schönen guten Morgen. Sally Bonani. Schönen guten Morgen. Sally Bonani. Guten Morgen. Sally Bonani. Guten Morgen. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally Bonani. Sally, Sally. Sally Bonani. Also ich würde sagen, da ist alles mit dabei, warte mal, ich muss das Video stoppen, damit ich den Ton wieder anmachen kann, einen Moment, so, lass uns unsere Mitglieder begrüßen, nein, da ist ja alles drin, Choreografie, ich habe ja schon wieder Ideen, weil ich terrorisiere meine Leute im Discord manchmal, kennst du von Nana Muskurie, guten Morgen, Sonnenschein? Weiß ich nicht, will ich das? Ich glaube nicht, auf jeden Fall ist das ein Schlager, ein sehr, sehr alter Schlager, ich glaube aus den 70ern und den feuer ich dann gerne in den Discord rein, worauf ich dann erstmal eine Lawine lostrete, weil die alle mit diesem Lied geweckt werden. Aber es ist nicht, guten Morgen, guten Morgen. Genau, das ist es. Achso, das ist das, ja, das kennt man ja, das kennt man ja. Da gibt es auch einen ganz tollen Remix von, habe ich jetzt vor kurzem gehört, den hatten die mir in die Playlist reingehauen, wo ich dann gedacht habe, aha, Respekt, sogar aus der Nummer haben die noch was gemacht. Auf jeden Fall, meine Community hasst mich dafür. Ja, 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 ja. Aber wir revanchieren uns ja mit Weihnachtsliedern, ne? Wie, ihr haut euch Weihnachtslieder um die Ohren? Äh, ich, ich war, äh, an dem Abend dabei. Achso, bei uns. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. In der Vorweihnachtszeit, also Samstagabend, kann ich, bestellt dann die Community, die Playliste und irgendwie, keine Ahnung, du hast keine Chance, konnte ich nichts dran machen, hatten sich alle auf Weihnachtslieder eingehlt. Ja, gut, ist halt so. Du hast, du hast halt nie deine Schwächen verraten, ne? Der, der, der Chat, der riecht das. Naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so unter uns beiden jetzt, die anderen hören das ja jetzt nicht, wenn ich reise spreche, ne? Aber wir wissen ja letztendlich eigentlich, dass wir das mit Absicht so machen, weil wir genau wissen, wir triggern die und damit ist passiert was. Ne, 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 das wissen die nicht, das klingen die nicht aus. Nein, 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 dafür sind wir Profis. Ja, ich bin hier rausgeschnitten. Genau, dafür sind wir ausreichend Profis, das haben wir heute Abend ja schon ein paar Mal demonstriert. So zwei Top-Deckel gegeneinander, prima. Du hattest vorhin gesagt, Schule war für dich nicht immer nur rusig. Du hattest da mit Mobbing zu kämpfen und so weiter und so fort. Wollen wir darüber sprechen oder möchtest du das lieber auslassen? Ich weiß nicht, ob das jetzt triggern könnte. Ich weiß nicht, also ich möchte ja, dass alle sich hier wohlfühlen. Also bei mir ist es ja in der Vergangenheit, ist okay. Ja, also wenn ich jetzt mal so überschlage, zumindest die, die sichtbar da sind. Also eine Triggerwarnung geht raus, wenn wir das ansprechen und die Mods hauen bitte mal ein Ausrufungszeichen Hilfe raus. Wir müssen ja auch nicht lange drüber reden. Ne, Dankeschön. Ja, was ist dir passiert? Die Frage ist, triggert es dich, auch wenn es Vergangenheit ist? Ne, 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 aber ich wüsste es ja selber gerne. Also ich war in der Klasse gewesen, da hatten auch schon die Lehrer gesagt, so, oh, da ist der Wurm drin. In der Klasse oder jetzt zu deiner Person? Ne, ne, in der Klasse. So, weil es hat sich so aufgeteilt in Grüppchen und so. Und ich hatte zum Beispiel auch zwei Freundinnen, ne, es war ja die weiterführende Schule, wo das dann anfing. Ja, ne, und so die haben dann irgendwann gesagt, so, hey, ne, wir können dich gut leiden, aber wir leiden selber jetzt drunter. Ne, also die wurden halt dann mit reingezogen und so und haben dann gesagt, so, wir halten das nicht aus. Und dann haben sie den Kontakt abgebrochen. Ja. Ne, also ich glaube, es war einfach zu komisch, eventuell. Also ich mag das ja, Leute zu irritieren, beziehungsweise einer hat das auch mal ausgedrückt, so, ich bin so eine Wundertüte. Ja. Und vielleicht dann schwer zu greifen, ne, so, und dann zum Beispiel, ich habe nichts gemocht, was so mädchenhaft ist. Ich habe dann eher mit den Jungs immer abgehangen und so weiter. Und das war dann in der Klasse, ne, ich glaube, die größten Probleme hatte ich dann mit den Mädels. Also da bin ich dann an welche, die sehr populär waren in der Klasse, aneinander geraten und die anderen sind dann mitgezogen. Und das war so das Bizarre, dass wenn, wenn man sich so privat mit denen unterhielt, so, ne, wenn kein anderer da ist oder so, dann, dann alles fein. Und sobald andere dabei waren, ne, fand's ganz komisch. Aber wenn, so wie du es jetzt gesagt hast, die haben zu dir gesagt, du bist eine Wundertüte, beziehungsweise du führst das mit darauf zurück, dass du es liebst, die Leute zu irritieren, wo die unter Umständen nicht mit umgehen können, ist natürlich klar, so ein bisschen dein Fun unter Umständen, kann ich mir vorstellen, ne, dass du die jetzt im Prinzip aushebeln konntest, weil sie können ja nicht mehr kontern oder nur schwer kontern. Aber, äh, war das denn so ein reflexhaftes Verhalten, dass du selber versucht hast, die Leute zu irritieren, ähm, um dich selber zu schützen oder so? Nee, nee, nee. Okay. Ähm. Aber vielleicht hat es insofern, zum Beispiel, ich, ich hab, also ich kann immer sehr gut mit den Außenseitern sehr gut. Aha. Ähm, so, so, weil, weil, ich find die häufig dann auch interessanter, so, weiß ich nicht. Also ich, ich kann halt so mit so Standardthemen nicht so viel anfangen. Und deswegen auch mit Smalltalk zum Beispiel. Das heißt also, ein Gespräch muss sich dann schon ein bisschen zumindest fordern, dass das, äh, wenn das jetzt halt eben nur einfach so, na, wie war der Sonntag und wie ist das Wetter morgen oder so, das ist für dich dann quasi kein wirkliches Gespräch gewesen dann oder so? Kommt auf die Uhrzeit an. Vor dem Kaffee oder nach dem Kaffee. Ähm, nee, äh, also kann auch schön sein. Aber ich mag das halt auch mit, 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 äh, so Tiefgang. Ja. Also wenn man, wenn man, wenn man wirklich was von, von der Person mitbekommt und nicht nur so die Fassade. Ja. So, ich find Menschen generell mega interessant. Ja, geht mir eh nicht. Ähm, ich hab irgendwann mal gelernt, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Smalltalk entsteht ja viel dadurch, dass, dass Menschen, ne, so die Friseursituation, ne, Friseur und Kunde meinen halt eben, sie müssen jetzt einen Smalltalk miteinander betreiben. Äh, geht mir nicht unbedingt so. Das Gefühl kommt bei mir da nicht auf, weil, weil, äh, entweder finde ich ihn sympathisch und ich weiß, dass wir ein gemeinsames Thema haben oder der soll mir die Haare schneiden und fertig. Hört sich vielleicht ein bisschen blöder an. Ja. Aber, äh, das sind ja so Situationen, wo Smalltalk entsteht. Und, ähm, dann hat man mir mal beigebracht, äh, also ein Freund von mir ist Psychiater und der amüsiert sich dann immer über die, die, ähm, ja, alltäglichen Dinge des Lebens, äh, wo die Menschen ins Straucheln kommen. Und da sagte er zum Beispiel, ähm, ob es Menschen gibt, neben denen ich im Auto sitzen kann, über eine längere Zeit und nicht mit denen zu reden. Und da habe ich jetzt überlegt, ja, da gibt es ein paar, nicht alle, aber, äh, mal ganz abgesehen davon, dass es auch Menschen gibt, wo es interessant ist, mit denen zu reden, aber nebeneinander einfach zu sitzen und zu schweigen, weil jetzt gar nichts zu sagen ist, da gibt es nicht so viele von. Und, äh, da sagt er, das ist das Phänomen des Menschen im Grunde genommen, ähm, gerade wenn, ähm, Menschen, äh, die kein Vertrauen zueinander haben oder keine wirkliche Bindung zueinander haben, die fühlen sich dann, äh, wenn die so alleine in ihrem Kosmos sind, fühlen die sich nicht genötigt, mit mal Smalltalk zu betreiben. Die sind meist nicht in der Lage, einfach zu schweigen, nichts zu sagen, weil sie denken, naja, dann empfindet der andere das vielleicht als, äh, äh, Moin Doki, grüß dich, äh, findet der andere das vielleicht unhöflich, äh, wenn ich jetzt nichts sage oder so. Ähm, von daher Smalltalk, ähm, kann ich gut nachvollziehen, ähm, kann auch müßig sein, wenn man da steht und sagt, warum jetzt? Muss das jetzt sein? Ist das bei dir da auch eh nicht so gelagert? Ist es das, was du denn da empfindest? Ähm, nö, aber, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ja. Weil zum Beispiel, äh, es ist dann so, so eine gezwungene Situation, ähm, zum Beispiel auch, ich hab mal eine Freundin von früher getroffen und wir hatten uns einfach nichts zu sagen. So, das war sehr unangenehm, weil theoretisch, man hat ja so viel erlebt, ne, man hätte ja locker irgendwie reden können, ähm, aber irgendwie ist man nicht auf einen Nenner gekommen und ich glaub, das liegt dann auch so ein bisschen auf welcher Wellenlänge ist man. Absolut, auf jeden Fall. So, und, und, äh, also ich finde, gute Freunde erkennt man daran, wenn man zusammen schweigen kann. Ja. So, ob man, ob man das aushält. Ja. So, ähm, zum Beispiel, ähm, hier, ähm, Franzosen, die haben zum Beispiel extra so einen Satz dafür als Füllsatz, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Ne, ne, oder, oder wenn gerade Stille ist. Also wenn man, ähm, so ein Western guckt, ne, wo, wenn so so der Heuballen vorbeigeht und die grillen zirpen und der Coyote heult, ähm, ne, und, und, äh, die Franzosen sagen ja dann, äh, oh non, Spaß, also ein Engel geht vorbei. Als ob man jetzt gerade so eine Schweigesekunde für den Engel hatte. Ja. Okay. Und, äh, das finde ich ganz interessant, so dieses Phänomen. Wir halten keine Stille aus. Ne, aber, äh, wenn ich das jetzt mal nehme, ein Engel geht vorbei, ähm, wenn man gegenüber das sagt, ich könnte jetzt nicht einschätzen, sicherlich ist es auch eine andere Kultur, dann in Frankreich, weil die sind es ja auch so gewohnt, aber ich könnte es jetzt nicht einschätzen, ähm, sagt er das eigentlich, ähm, weil er mir jetzt gerade sagen will, du bist aber, äh, nicht sehr redselig, ähm, oder sagt er das, weil er sich gerade über die, die Stille amüsiert? Würde mich, würde mich, glaube ich, etwas irritieren im Moment. Aber es ist wahrscheinlich auch, weil wir eine andere Kultur haben, wir sind das nicht gewohnt, da so mit umzugehen. Kann ja, kann ja auch, ne, beides sein. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, wir denken immer entweder oder, aber es kann ja auch beides sein. Ja, das stimmt. Also wenn du mit so etwas um die Ecke kommen würdest, dann würdest du genau das erreichen, was du gerne tust, du hättest mich irritiert, dass ich dann erstmal, äh, was? Ja, das verstehe ich nicht. Okay, ähm, und, äh, soll ich noch was sagen zu, äh, New Soul? Nicht, dass wir es vielleicht noch vergessen. Ach so, ja, gut, ja. Du hast ja irgendwie beide Lieder hintereinander direkt. Genau, sehr gerne. Ja, ähm, wie fandet ihr so das Lied? War ja gefüllt mit la la la. Ja, es heizert auf, es holt einen so ein bisschen ab, es macht so ein bisschen blauen Himmel, oder? Ja, es ist, es hat nochmal so eine, so eine Leichtigkeit, ein bisschen Naivität. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, ich bin auch, ich glaube, mit Vorbehalt blauäugig, wenn es das so gibt. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand was erzählt, ich so, okay, ja, dann ist das so. Also, also ich nehme das dann immer so als gegeben hin, habe ich festgestellt. Ähm, nee, und, und bei dem Lied, äh, also es bringt nochmal so Schwung, so eine Heiterkeit mit. Und, äh, vor allem auch, dass man sich neu erfinden kann. So, also, jeder ist ja so ein bisschen auf der Suche. So, wer bin ich? Was bin ich? Ähm, wer bist du? Ja. So, ähm, und, ähm, da finde ich es halt schön so, ähm, dass es eine neue Seele ist, nochmal ein bisschen, ein bisschen frischer, ruhig, ne? Und, 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 vor allem auch mit dem Musikvideo, ähm, dass einfach die, die Fantasie dann grenzenlos ist. Ja. Ähm, das ist eine, äh, französische, äh, französisch-israelische Sängerin, ne? Und, und, äh, die macht auch super Musik. Ja, absolut. Die Noor, ähm, äh, ist halt, glaube ich, auch schon, äh, äh, viel bekannt gewesen, weil die ist auch viel durch, äh, die Charts gelaufen, beziehungsweise auch im Radio gelaufen. Ähm, wobei jetzt aber mit dem Video, ich habe das Video das erste Mal jetzt bewusst gesehen, es war tatsächlich halt eben so, was ich sagte, ne, von wegen dieser blaue Himmel, der aufgeht und so weiter, der da suggeriert wird, ähm, mit dem Video, äh, habe ich dann gesehen von mir, aber es ist, glaube ich, schon eigentlich, so, 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 wie du sagtest, der Neuanfang, der gezeigt wird, weil, äh, und das ist ja meist ein Neuanfang, verbindet man ja immer damit, dass dem eine schwere Zeit vorausgegangen ist, ähm, dass ich sage, von wegen, okay, ähm, vom Video her, ähm, schätze ich das Lied dann anders ein, ne? Und, dass, dass die, die Message eine andere ist, als, äh, wenn man das einfach nur gehört hätte. Von daher fand ich das auch wieder sehr interessant, aber das ist auch mal die Sache, was macht der Mensch mit der Musik in seinem Kopf, ne, äh, wo er reicht die Musik, ja. Ja, oder, oder auch, ähm, sie, sie macht ja alles neu, ne, und, und bringt auch Sachen so zum, zum Leben, ne, ne, sie hat ja dann die Musiker erst, äh, erfunden, sag ich jetzt mal. Ja, ja. So, und, und, und auch im, im Lied heißt es ja dann so, ähm, ne, dass, ähm, dass sie neu anfangen musste, ne, also, sie sagt ja, this is a happy end, because you don't understand. Ja. Äh, everything you have done, why is everything so wrong? Ja. Und, und vielleicht dann einfach, ähm, einfach im Leben mal innezuhalten, das zu reflektieren, äh, zu akzeptieren, und dann zu sagen, okay, ich mach weiter, ähm, ich hab jetzt diese Erfahrung gemacht, aber sie beherrscht mich nicht, und ich mach, äh, ich fang neu an. Ja. Du sagtest am Anfang mal, ähm, dass du, was Geld angeht, äh, bedingt durch deinen Papa, weil du so gelernst, dass du knickerig bist. Ähm, wenn ich jetzt halt eben das nehme, was du jetzt gerade sagst, ähm, wäre für mich die Frage interessant, ähm, ähm, kannst du dich an Kleinigkeiten freuen, aber auch Kleinigkeiten, die schon länger da sind? Also, ich finde, dass es immer mehr verloren geht, äh, in der heutigen Zeit, dass das Konsum, ne, was Neues, was kommt, macht mich glücklich, aber zurückzuschauen und zu sagen, von wegen, äh, es gibt Dinge, die sind da, die hab ich schon erreicht, die haben mich mal glücklich gemacht, als sie kamen, und ich bin glücklich darüber, dass die immer noch da sind. Sind das Dinge, die du erlebst? Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Boah, ich kann mich so, so tierisch freuen, ne? Ja, aber ich finde, das geht immer mehr verloren, irgendwie bei den, bei, bei vielen Menschen, sich über das zu freuen, was sie schon erreicht haben, glücklich und stolz darauf zu sein. Also, zum Beispiel, ein Freund hat mir auch mal so einen richtig hässlichen Hasen gemalt, ne? Ich find den so süß. Ja. Ich hab auch gesagt, so, irgendwann mach ich das zu einem Comic. Ja. Aber, ähm, aber ja, also, es geht mir einfach so, wenn, wenn irgendwas noch so, so ein Witz da dran hat, oder eine eigene Magie, so, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber Sachen haben ja Wirkung, ne? Und, äh, ich weiß nicht, das kann dann irgendwas Kleines sein, oder eine kleine Geste, oder wie auch immer. Ja. Also, ähm, ich hab zum Beispiel auch diese Kassiererfreundlichkeit, ne? Ähm, das bedeutet, dass man, äh, dass ich kaum irgendwo vorbeigehen kann, ohne dass ich mit Fremden rede. Also, zum Beispiel, dann, dann steht man an der Kasse und dann so, ach, auch hier, auch vor der Tür. Ja, nö, so, und, und, ähm, weil, weil, ne, weil man eh schon wartet, ne, es sind, es sind ja nur Fremde. So, alle haben genauso viel Angst wie ich, ist okay. Ja, das ist klar. Also, beim ersten Mal, äh, kann ich das auch, aber es, es muss einen Impuls dafür geben, dass ich, äh, mich mit fremden Menschen unterhalten kann. Aber dieses, dieses, äh, diese Kassiererfreundlichkeit, ähm, ähm, ich denk schon manchmal, die da hinter mir stehen, die ärgern sich gleich darüber, weil ich einen Smalltalk mit der Kassiererin mache. Aber das finde ich schön und das ist ja auch etwas, was mich bereichert. Auch übrigens mal eben ganz kurz, dass, was das Paradoxum ist, auch etwas, was mir sehr, sehr viel, jetzt verbrenne ich mir die Schnauze, aber ist egal, äh, etwas, was, ähm, sehr, sehr viel mich, äh, was mir in meinem Beruf begegnet. Das heißt, ich habe ja, also, ich bin im Rettungsdienst, das sind bestimmte, äh, Stellen, die sehe ich immer wieder, sehe ich die Menschen immer, oh, sehe ich die Menschen immer wieder. Und, ähm, mit denen quatsche ich und dann mache ich Smalltalk und so weiter, ist egal, ob Mann oder Frau. Und dann kommt manches Mal das Phänomen, dass ich dann irgendwann später eine Nachricht kriege, so von wegen, du hör mal, du weißt aber schon, dass ich in einer Beziehung bin, wo ich denn da völlig stehe, so, hä? Hä? Das Gespräch ging gar nicht in die Richtung. Ähm, vielleicht sind die extrem dünnhäutig, was solche Sachen angehen, aber das ist für mich immer so dieses, ob das die Kassiererin ist, ob das Arbeitskollegen sind, die ich halt eben im Lauf des Tages immer wieder sehe, dann sage ich immer, das sind für mich kleine, kleine Inseln, das sind kleine Ruheinseln, ne? Du triffst jemanden und du kennst den, bist ein kleines bisschen vertraut, kannst ein bisschen, was du nicht magst, Smalltalk machen, wo ich sage, von wegen, da ziehe ich, wenn es auch nur eine Minute oder zwei ist, ziehe ich etwas Energie raus, weil ich diesen Menschen getroffen habe. Und das ist ein toller Mensch, ähm, was ich denn gerne tue, nur wie gesagt, eben die Kehrseite ist, dann wahrscheinlich, weil ich ein Mann bin, das dann bei den Mädels, du weißt aber schon, dass ich in einer Beziehung bin, wo ich sage, das war aber doch jetzt gar nicht der Tenor, was soll denn das? Natürlich, ja, ich flirte gerne, das ist okay, aber, ähm, ja, genau, das ist dieses Shakern und ich sag mal so, ich bin zwar permanent 30, nichtsdestotrotz habe ich ein Alter, dass ich nicht ganz unrealistisch bin, wenn ich jetzt halt eben mit einer Kollegin anfange, die Mitte 20 ist, zu shakern oder sowas, ich bin auch nicht ganz blöd. Dass ich, äh, dass ich, äh, dass das nicht ernst gemeint ist, aber das, das, es macht doch den, den Tag, den Moment ein bisschen charmanter und man kommt gerne wieder. Äh, das mal ganz kurz so dazu. Also, das, das Alter sollte jetzt zweitrangig sein, ne? Also, natürlich könntest du jetzt mit, mit 20-Jährigen flirten, warum nicht? Ach so, ja, natürlich. Also, ich sag mal, ich hab ein... Also, also, obwegig ist das ja nicht. So, ähm, ich glaube, das ist einfach eher so, dass, dass die Person, irritiert ist und, ähm, dann halt für Klarheit sorgen möchte, beziehungsweise dann erst mal sich abschirmen möchte, beziehungsweise dann auch dir vermitteln möchte, so, bitte mach dir keine Hoffnungen, ich möchte dich nicht, ne, traurig machen. So, ähm, das ist dann so im Keim ersticken. Ja, im Keim ersticken bin ich dann irgendwann zu weit gegangen, weil ich stehe auf dem Standpunkt, seitdem ich graue Haare habe, habe ich Narenfreiheit, was solche Sachen angeht, weil das, weil man mich sowieso nicht mehr zu voll nehmen kann. Du, äh... Das ist halt so, man, man, man spricht so selten mit Fremden. So, und, und, äh... Leute fragen sich ja dann immer so, okay, was will die Person? So, wir sind ja die ganze Zeit kognitiv dabei, so, okay, was, 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 worauf soll es hinausgehen? Und, ähm, dass, das, ähm, man Intentionen hat und so weiter. Also, zum Beispiel, selbst, wenn du jemanden auf der Straße grüßt, ne, also, je nachdem, ob du jetzt im Dorf bist oder in der Stadt, aber wenn du zum Beispiel in der Stadt bist, wo, normalerweise grüßt man ja nicht, ähm, so, und, und dann grüßt du aber jemanden, vielleicht auch noch fröhlich, so, und, und wann kannst du dieses Gesicht sehen mit, oh Gott, die Person kennt mich, aber ich weiß nicht, wer das ist. Also, ich tue sowas gerne, aber ich tue sowas gerne und, und für mich ist es dann eine Freude, wenn mein Gegenüber zurückgelächelt hat. Wo ich sage, ich will nichts von dir, aber wir haben uns angelächelt, ne, wir haben uns gerade gefreut darüber, dass wir nett zueinander waren, wo ich sage, das, das ist für mich tatsächlich, das ist für mich ein Pool, wo ich, wo ich Dinge rausziehen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee, und, und, äh, zum Beispiel, je nachdem, was für Erfahrungen die, die Person dann schon gemacht hat. Also, wenn die das nur kennt, oh, ich werde nur angesprochen, wenn ich angebaggert werde, ähm, dann, dann, ne, ist die schon mal auf einem ganz anderen Sender, sage ich jetzt mal. Da du ja die Leute gerne verwirrst, so hast du es ja ungefähr vorhin ausgedrückt, jetzt hast du am Anfang des Streams mit mir geflirtet. Jetzt verwirrst du mich gerade. Wir können das ja später noch bereden. Okay. Darf ich dich Berndi nennen? Du kannst tun und lassen, was du willst. Oh, du hast zu lange getögert. Oh, du hast zu lange getögert. Jetzt bist du Berndi. Du kannst tun und lassen, was du willst, Berndi. Was habe ich vorhin gesagt? Ach so, nee, ich habe, ich habe ja am Anfang vorm Stream erklärt, weil sonst kommt die Frage auch gerne im Chat, warum guckst du eigentlich immer nach oben? Und da habe ich vorhin zu Trika gesagt, nicht, dass du glaubst, ich bin am Beten. Da oben ist aber der Bildschirm. Ich kann das ja mal umstellen, dann kann man sehen, wie das da oben aussieht. Warte mal, wo ist er? Wo ist die Kamera 2? Back-Kamera, da. So, das heißt, da oben sehe ich im Prinzip das Bild, wie es über den Discord reinkommt und hier unten sehe ich dann das Bild, wie es wieder rausgeht und da habe ich zu Trika gesagt, also bitte nimmst du nicht übel, wenn ich nach oben gucke, ich bin nicht am Beten und da sagt sie, ich habe aber auch nichts dagegen, wenn du mich anbetest. Damit hatten wir das schon, oh, jetzt wird es so rot, das wollte ich jetzt nicht. Oder du rollst mit den Augen, ist auch okay. Nee. Story of my life. Mit den Augen rollen, das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn Menschen mit den Augen rollen, ist es für mich immer mit etwas Negativen behaftet. Abgesehen von, dass ich es unfallfrei gar nicht könnte mit den Augen rollen. Aber ich finde, wenn Menschen mit den Augen rollen, dann werde ich immer, Moment, irgendwas ist gerade falsch, oder? Du hast mir nicht zugehört, danke. Irgendwas ist bestimmt falsch. Genau. Oder man hat einen schlechten Witz gerissen und die andere Person so, oh, dann weiß man, man hat einen guten, schlechten Witz gemacht. Lachst du dann aus Höflichkeit oder rollst du mit den Augen, wenn jemand einen schlechten Witz erzählt hat? Ich glaube, dass es gekontert mit meinem schlechten Humor. Ja, also, ganz, ganz furchtbar. Kannst du spontan Witze erzählen? Boah, du, also. Nee. Warte, 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 warte. Und zwar, sitzen zwei Männer im Büro. Nee. Da riecht der eine. Äh. Fragt er dann den anderen so, hey, hast du gerade gepupst? Und der andere so, ja, natürlich habe ich das, oder glaubst du, ich rieche immer so? Ja, okay, hat was. Also, ich habe es nicht aus Höftigkeit gelacht, aber hat was. Ähm, was hatte ich noch? Oder, 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 ähm, geht ein Lama in eine Bar, dann sagt der Barkeeper, oder ist aber ein Lama-Witz. Gut, es kommt natürlich auch darauf an, wie man ihn verkauft. Das haben wir gerade festgestellt. Ich habe noch nichts in den Discord bei mir reingeschrieben, das wurde irgendwie für zwei Tage der Running Gag. Ähm, wenn deine Freundin dich fragt, ob es auch ein Brettspiel gibt für nur eine Person, ist Bügelbrett die falsche Antwort. Oder, oder, wenn du sagst so, Schatz, ich habe dir schon mal das Wasser eingelassen. So, und dann gehst du in die Küche und dann ist da die Spüle voll. Und Kerzen drumherum, so Teelichter. Oh, Trigger. Wir sollten Comedy machen. So was müssen wir in Bild bringen. So was müssen wir in Bild bringen. Das wäre es doch. Ja, ja. Da sehe ich uns ganz weit vor. Ja. Was? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Liebe Leute, hier, die Zeiten-Records war ein bisschen zu schüchtern, euch das zu sagen. Aber Mods, behaltet das im Hinterkopf. Ab März will er Hot Tub streamen. Ist wirklich wahr. Aus erster Quelle. Ich habe lauter deutlich gehört, wie er genuschelt hat. Ich habe genießt. Entschuldigung. Ja, ja. Das wird häufig verwechselt. Hast du gesehen? Black Pearl? Der baut gerade einen Befehl. Ausrufungszeichen Berndi. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Aber das hat sich ja gerade geändert. Mein Name ist Berndi. Und wir können gerne flirten. Das sind meine Mods. Gib den Mods dann Macht und die machen dich fertig. Ja, ist so, ist so. Ich bin schüchtern. Nee. Ach, Michael. Moin. Das ist ein Arbeitskollege von mir. Entschuldigung. Jetzt hat er seine Arbeit mit in den Stream genommen, ne? Du wirst lachen. Ich bin ja in Cuxhaven bei der Berufsfeuerwehr. Und die haben oben im Aufenthaltsraum so einen richtigen fetten Flatscreen an der Wand hängen für die Freizeit. Und ich habe dann hier gestreamt. Da habe ich auch Musik gemacht, glaube ich. Ja, habe ich Musik gemacht. Und dann ging mein Handy WhatsApp. Ich gucke da rauf. Ich hatte eine Telefonnummer. Kein Name dazu. Also das heißt, ich kenne denjenigen nicht, der es mir geschickt hat. Das wird aber ein Kollege gewesen sein. Und da habe ich ein Bild geschickt bekommen, wie dann halt eben die komplette Wachabteilung von dem Abend alle in ihren Sesseln sitzen und ich vorne auf dem Bildschirm. Und ich habe das Programm geguckt. Also was das angeht, mittlerweile bin ich schon feuer erprobt, das auf jeden Fall. Oh, ja, ja, wow. Also von hier aus Grüße in die Wachabteilung von heute Abend. Ich weiß gar nicht, welche da ist. Ich habe heute frei. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, oder was fragen. Ich bin beigegangen, ich habe mir das Bild, was rausgeht in den Stream, unter die Kamera gesetzt. Damit ich dann dich, uns beide sehe und ich den Eindruck vermittle, ich rede in die Kamera. Du hast dir es richtig antrainiert, ne? Wenn du sprichst, guckst du in die Kamera. Ist das richtig? Ja. Krass, finde ich mir merken es wert. Habe ich so intensiv bei noch keinem gesehen. Immer wenn sie spricht, guckst du direkt in die Kamera. Ich vergesse, dass die Kamera da ist. Komm her, ich anrufe. Ah. Gut, Mobbing in der Schule. Das sieht auch doof aus, wenn ich die ganze Zeit so mache. Oder mich umdrehe. Auch im Profil ist das aber auch ganz nett. Ist zwar verwirrend, was das soll, aber ist auch okay. Ist völlig... Ich habe die Nase meiner Mutter. Ja, es ist peinlich. Jetzt läuft sie ohne Nase rum. Ja, ja. was macht die jetzt ohne Nase? Ja, ja. Du und Freizeit. Ich fasse es nicht. Ja, Michael, ich habe Freizeit. Das stimmt. Haben wir alles von mir gelernt? Bop, 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 bop. Deswegen musste ich gleich... Achso, husten. Ja, der Keks amüsiert sich offensichtlich sehr gut. Ja, wir hatten jetzt gerade eben Mobbing in der Schule. Hatten wir nochmal eben im Alltempo durchgelaufen. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr getriggert hat. Bei mir würde jetzt draufstehen, Musik. Sollen wir nochmal Musik machen? Möchte der Chat das? Wollen wir Musik? Ihr kommt nie wegen Musik hierher. Nie, nie, nie. Alternativ würde nämlich jetzt Ausbildung und Beruf kommen. Aber das haben wir gerade eben schon ein bisschen angestellt. Ich habe ja doch jetzt in Richtung Smalltalk. Können wir nicht über Papayas reden? Du musst mir das mit dem Lama mal erklären. Sie hat mich mittlerweile zum zweiten Mal... Was hast du mich gefragt? Ob ich ein Lama wäre? Wenn du... Wenn du ein... Ja, ich habe dich, glaube ich, gefragt, wie dein Lama heißt. Also wenn du ein Lama hättest, wie es heißen würde. Wahrscheinlich Berndi Junior. Jetzt wäre er größer als ich. Da kann ich ja nicht Junior sagen. Alles ist größer als ich. Ich bin ja nur 1,68. Ach Quatsch. Ob ich spucke? Nein, ich spucke nicht. Aber das war tatsächlich mein erster Gedanke. Spucke. Aber da habe ich gedacht, nee, das ist nicht schon mal. So nennt man ein Lama nicht. Wie würde man einen Lama nennen? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich halt eben so blöde sein und auf irgendetwas zurückgreifen, was ziemlich menschlich wäre. Ich würde es Michael nennen. Was? Dalai. Dalai Lama? Jeder braucht einen Vor- und Nachnamen. Nee. Michael. Ich kenne nur das vom Reh. Kartoffelpü. Rama-Lama-Ding-Dong. Jetzt drehen sie ein bisschen frei, oder? Horst. Gibt es ein Lama, das Horst heißt? Horst? Na, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eins, das Karl heißt. Karl. Karl-Lama? Ja, ja. Und seinen Bruder Julius Alpaca. Ja, okay. Es läuft. Es läuft bei uns. Chat, ihr kriegt es mit. Es läuft. Mach Musik an. Mach Musik an. Mach Musik an. Okay. Wollen wir hinterher drüber reden, was jetzt kommt? Ja, wir reden hinterher drüber. Okay. Wir reden wir. Wir überraschen die jetzt. Da habe ich ja was. Bla, bla, bla. So. Okay. Wir machen ein bisschen Musik und kommen gleich zurück und werden uns dann darüber unterhalten. Ach so. Nochmal eben ganz kurz für die Zuschauer, die uns nicht so gewogen sind in letzter Zeit. Quatsch, die neu dazugekommen sind. Es gibt immer einen Jingle nach der Musik, weil Werbung in einer Sache ab bummelig morgen, oh, muss ich überlegen, morgen Nachmittag, wird der Talk von heute nochmal bei YouTube zu sehen sein. In der Aufzeichnung, da habe ich dann allerdings die Musik rausgeschnitten aus Urheberrechtsgründen, aber die Playliste steht dann unten drunter unter dem Video. Und damit ich weiß, wo ich schneiden muss, feuere ich immer den Jingle raus und meine Mods hassen mich schon mal dafür. Nur damit ihr ungefähr wisst, worum es denn dabei geht. Herzlich willkommen zurück hier bei Gezeiten Records im Magazin. Heute auf dem Samstagabend mit einem ganz besonderen lieben Gast. Und zwar haben wir die Treka heute bei uns. Guten Abend zurück, Treka. Hallo. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also erstmal der Hänger, den wir gerade eben mittendrin hatten, war dem geschuldet, ich rauche, aber ich rauche nicht vor der Kamera. Und als das eine Lied zu Ende war und das andere Lied anfing, hätte ich reagieren müssen, ich konnte aber nicht, weil ich hatte meine Stopfmaschine in der Hand. Eine zweite Geschichte, am Anfang habe ich Treka gesagt, und das versuche ich eigentlich auch mal einzuhalten, dass während der Musikvideos ich nicht rüberschalte, damit die Privatsphäre des Gastes halt eben gewahrt ist. Ich habe gerade eben dieses Versprechen bereut, weil ich kann Treka ja oben sehen, also erstmal was den Titel angeht, sie ist absolut textsicher, sie kann alle Texte mitsingen. Und die hat da oben gerade eben richtig abgefeiert. Und ich habe gedacht, gehst du rüber, gehst du rüber, gehst du rüber, gehst du rüber, gehst du rüber. Nee, gehst du nicht rüber. Machst du nicht. Ich, wie gesagt, habe das... Ich will aber nicht nochmal ab. Ich habe es, ja gut, meine Idee, gut, ich habe es versprochen. Sasch, eine Hammerstimme, jetzt musst du mir allerdings bei dem Titel helfen, ich kann es nicht aussprechen. Äh, nie, oui, nie, non. Nie, oui, nie, non. Ah, okay. Das heißt, weder das eine noch das andere, oder halt weder ja noch nein. Ja. So, und, und, ja, das, ich glaube, das beschreibt mich halt auch sehr gut. Also dieses mit, ja, das ist zu, mhm, das ist zu, mhm, mhm, so. Also diese Unentschlossenheit, die man hat. Oder das, was man gerne haben möchte. Ist denn das, um dich zu entscheiden, ist denn das, wofür du dich entscheiden musst, einfach nicht genug ausreichend? Oder ist einfach die andere Seite, die lockt genauso? Naja, also ich habe mega Bammel davor, Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise, ich musste lernen, dass, wenn ich keine Entscheidung treffe, dass das dann auch eine Entscheidung ist. Also auch, wenn ich sage, weder noch, beziehungsweise ich enthalte mich, dann ist das auch eine Entscheidung. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, dann entscheide ich mich lieber für A oder B, anstatt dann halt C zu nehmen, aus Versehen. Also es ist ja auch meistens so, sich nicht zu entscheiden oder C zu nehmen, ist ja oftmals die schlechtere Variante. Man sagt zwar immer so, ganz lapidar, wenn das die Lösung zu meinem Problem ist, hätte ich ganz gerne mein Problem wieder zurück. Aber es ist ja meistens so, wenn man sich nicht entscheidet, wird es ja meistens am Ende noch schwieriger, oder? Ja, weil man einfach Probleme aufschiebt, bis es dann nicht mehr geht und ich glaube, wenn man nicht ausmistet, so in der Seele, dann häuft sich halt so viel an, dass es nicht gut ist. Ja, kann ich verstehen. Oftmals habe ich aber auch beobachtet, dass es Menschen gibt, wenn es um Probleme geht zum Beispiel, dass die gerne ihr Problem behalten, weil es ihnen vertraut geworden ist. Eine Entscheidung bedeutet eine Veränderung vielfach, das heißt, ich muss einen anderen Weg gehen, es kommt was anderes auf mich zu. Und mein Problem ist mir schon vertraut. Ich weiß zwar, dass es mich schmerzt, aber ich muss mich auf nichts Neues einlassen. Das ist allerdings aber etwas, glaube ich, wo viele Menschen auch hängenbleiben dann, oder? Auf jeden Fall. Also jeder strandet mal. Und das ja, also es gibt ja auch den Spruch, den Teufel, den man kennt. Ja, genau. Also lieber bleibe ich dann in dem Zusammenhang, zum Beispiel bei einer Arbeit, mit der ich nicht glücklich bin, oder in einer Beziehung, wo ich nicht glücklich bin. Einfach, weil ich habe dann die Absicherung, beziehungsweise ich weiß, worauf ich mich einlasse. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Beziehung eingehe, die schlecht ist, dann kann ich ja quasi insofern nicht enttäuscht werden, weil ich ja weiß, oh, sie ist schlecht. Also man hat ja dann dieses Mindset. Das wäre ja viel schlimmer, wenn man jetzt eine gute Beziehung anfängt und die funktioniert nicht, weil das ist ja wirklich am Arsch. Ja, finde ich interessant, weil ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin ja auch vielfach blauäugig, dass ich gedacht habe, okay, wenn die Leute im Prinzip an einer Beziehung festhalten, obwohl sie eigentlich, sagt man heute ja so neudeutsch, toxisch ist, eine toxische Beziehung zum Beispiel, weil die immer noch die Hoffnung tragen, es wird besser. Nur das auch unter dem Gesichtspunkt zu sehen, so von wegen, naja gut, ich weiß, wie schlecht es ist und kann ich mich mit arrangieren, ist natürlich auch eine andere Geschichte, oder? Ja, ich glaube, man blendet halt auch dann vieles aus. Also zum Beispiel, um jedes Zeichen, das die andere Person einem gibt. Ja, also wenn man es jetzt sehr rational runterbricht, ist ja eine Partnerschaft eine Bedürfnisbefriedigung. Also je mehr Bedürfnisse abgesichert werden dadurch, desto besser ist dann auch die Beziehung, sei es zwischenmenschlich oder partnerschaftlich oder wie auch immer. Und man ringt ja dann nach allem, was man irgendwie haben kann von der Person. Also zum Beispiel, dass man eine Umarmung möchte und so. Und wenn man dann eine Umarmung bekommt, dann denkt man so, oh ja, ich bekomme das. Aber dafür, dass man vielleicht dauernd streitet und so, das versucht man auszublenden. Und dann macht man sich selbst was vor. Zum Beispiel, jetzt nicht zu Beziehungen, aber zum Beispiel, ich wollte Bewerbungen schreiben. Ich habe mich richtig schwer getan, wegen Angst vor Zurückweisung, Angst vor zu schlecht sein, Angst vor, was ist, wenn ich das gar nicht arbeiten möchte und so weiter. Also diesen neuen Schritt zu wagen. Und wie du eben schon gesagt hast, so Angst vor Neuem und so. Und ich dachte immer so, ja, kriege ich noch hin. Kriege ich noch hin. Ich schreibe noch Bewerbungen, kriege ich noch hin. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, das ist schon seit zwei Jahren. Und ich glaube, diesen Reality-Check braucht man zwischendurch, dass man sagt, okay, ich setze mir selber Termine. Zum Beispiel, angenommen, ich habe jetzt eine neue Beziehung und ich sage dann so, okay, in drei Monaten, ich stelle mir einen Decker, in drei Monaten mache ich mal so einen Check. Hey, wie läuft das? Und wenn da schon Probleme auftauchen, und ich meine jetzt nicht solche Probleme, die durch Kommunikation wieder weggehen, sondern sowas wie Grenzen werden überschritten. Zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, mein Partner soll nicht rauchen und die Person raucht dann trotzdem und die ganze Wohnung riecht danach oder wie auch immer. Und es hat nicht geklappt zu kommunizieren, zum Beispiel, dass es nur draußen wäre oder wie auch immer. Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Dann wird es nicht besser. So, nach drei Monaten ist dann diese Verliebtheitsphase vorbei und das ist dann der Status Quo. So, und wenn das schon so im Rütteln ist oder wenn ich merke, oh, mein Partner, meine Partnerin ist schon so fordernd, so mit, gib mir Aufmerksamkeit, gib mir bap, bap, bap und so weiter. Ja, das ist schwierig, ja. Oder Eifersucht, wie auch immer. So, alles, sobald es Druck ist. Es darf halt kein Druck sein. Also Keksmatha, mein Mod, sagt gerade, jetzt ist es vorbei mit meinem Raucher-Stream-Raum. Das heißt, dass ich dann, seit ich Träger kenne, hier nicht mehr rauchen darf. Aber ich glaube, das hat trotz alledem aber auch was mit Wertigkeiten zu tun, weil solche Gespräche haben halt eben viele schon, glaube ich, gehabt. So, ja, ärgerst du dich denn im Endeffekt halt eben nicht, wenn der Partner oder die Partnerin die Zahnpastatube offen lässt oder, keine Ahnung, die Socken im Bad liegen lässt und so weiter und so fort. Und so diese kleinen Sachen, gerne Mann und Frau, so dieses von wegen Haare im Abfluss, wo das natürlich schon wieder grenzwertig ist. Wo ich aber persönlich immer sage, aus meiner eigenen Erfahrung, nee, das ärgert mich nicht, weil damit, dass die Zahnpastatube offen ist, damit, dass die Socken im Badezimmer liegen bleiben, weiß ich, dass der andere in meinem Leben ist. Und wo ich dann sage, die Tatsache macht mich glücklich und erinnert mich auch in der Abwesenheit der Partnerin daran, dass sie da ist. Wo andere sagen, mich triggert das, mich macht das wahnsinnig. Wo ich sage, das verstehe ich nicht. Ja, also häufig hat man ja auch, ich höre schon wieder mein Echo. Ja, das ist leider das Echo vom Discord, was zu langsam ist, ja. Mal kurz sortieren. Ich trinke gerade schon Cola, weil es war ein langer Tag heute. Ja, also in den meisten Fällen streitet man ja nicht über das Thema und streitet ja Zwischenmenschliches. So. Und dann geht es um gesehen werden oder gewertschätzt werden und so weiter. Und das sind halt so Kleinigkeiten, aber die können sich halt auch summieren. Ich würde sagen, wenn ich möchte, dass etwas passiert, dass ich das dann vielleicht mache und dann auch dann, ja, es soll jetzt nicht so sein, dass man seinen Partner wie ein Hund behandelt oder so. Oder wie ein Kind, aber halt zum Beispiel loben. Zu sagen so, boah, ich habe gesehen, heute war die Zahnpastatube zu, Dankeschön. So, ich hätte sonst ins Bad gegangen und ich hätte mich mega aufgeregt. Ja. Und ich will das nicht, weil, weil, ne, so, ich brauche das einfach. So, also halt das zu integrieren, dass man mehr so aus seiner Gefühlswelt erzählt. Zum Beispiel, mir ist das wichtig, weil, ba, ba, ba. Und dann weniger du. Du lässt schon wieder die, ba, ba, ba. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist etwas, was man tatsächlich viel als Strategie mit psychotherapeutischen Gesprächen halt eben dann erlebt. Von wegen, ja, das ist ungünstig, du, der andere, der macht schon zu, wenn du da stehst und das hör mal zu. Wir müssen reden über dein Problem, du, 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 du. Wenn du dann im Endeffekt halt aber dich dann nach vorne stellst, in dem Fokus sagt, von wegen, also, mich stört dieses oder jenes welches, finde ich nicht gut. Dass das Gespräch natürlich harmonischer verläuft. Das ist richtig. Das ist mir auch nicht ganz unbekannt. Das hat man da schon öfter gehört. Oder zum Beispiel auch, dass man einfach Lösungen findet. Und die Herausforderung ist zum Beispiel, da auch Kompromisse einzugehen. Also Kompromiss bedeutet ja, keiner kriegt zu seinen Willen, sondern man kriegt sich in der Mitte. Das kann auch schwer sein. Wobei das mit den Kompromissen ist, glaube ich, vielfach, so empfinde ich das, eine Erfahrungsfrage. Und da ich den halt eben doch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe, habe ich, und dann gucke, ob ich es nicht nur beziehungstechnisch im ganzen Leben, wo man sagt, man ist Kompromisse eingegangen. Und stellte dann irgendwann fest, das war für den Moment okay, aber letztendlich hat es mir im Nachhinein Lebensqualität genommen. Weil ich bin in diesen Kompromisse eingegangen, ich habe Dinge aufgegeben, im Grunde genommen, die mir wichtig waren. Und jetzt sind diese Dinge nicht mehr da, sie stehen nicht mehr zur Verfügung, wo ich sage, Mensch, hätte ich diese Dinge weiterführen können, wäre ich glücklicher gewesen, keine Ahnung, aber es hätte mich wahrscheinlich mehr erfüllt. Und was ich damit meine, ist im Endeffekt, dadurch, dass man älter wird, stelle ich mir vor, momentan bin ich Single, aber stelle ich mir vor, dass es schwieriger wird, in eine Beziehung einzugehen, weil man immer weniger bereit ist, aufgrund dieser Erfahrung Kompromisse einzugehen. So, dass man im Endeffekt sagt, also dann muss mein Gegenüber, ob das eine Partnerin ist, ob das Freund ist, Freundin und so weiter, also von wegen, bitte nimm mich so, wie ich bin. Ich werde mich nicht nochmal verbiegen. Ich glaube, dass das dann irgendwann aufgrund der Erfahrung aber weniger wird, diese Kompromissbereitschaft. Man hört es an jeder Ecke, sei so, wie du bist, etc. Natürlich, es sei denn, du bist ein Arschloch, dann sei kein Arschloch. Sag mal vorweg, genau. Dann nimm es bitte auch persönlich. Das ist great. Du sollst es ändern. Ja, klar, aber alles prägt uns ja. Und vor allem sensible Sachen, wie zum Beispiel die erste Beziehung oder die letzte oder wie auch immer, das, was man so erlebt hat. Oh, ich weiß gar nicht. Irgendeine Kabarettistin, die hat das mal verglichen mit, dass es später so den Flair hat von so einer Autofragverhandlung. Also zum Beispiel, ich bin bereit, meine Bedenken einzuräumen, wenn du bereit bist, darauf zu verzichten und so weiter. Also dass man halt so viele Sachen mit reinnimmt. Also zum Beispiel so, häufig ist es ja so, dass man aus einer Beziehung kommt und dann gar nicht so wirklich die Zeit hat, das wirklich zu verarbeiten. Weil es kann ja dann auch Jahre dauern, bis es aufkommt und dann auch wirklich verarbeitet wird. Das heißt, man bekommt dieses Bild, so muss das aussehen, so muss eine Beziehung sein und trägt das dann in die nächste mit rein. So und vergleicht immer wieder. Vielleicht auch unterbewusst. Und zum Beispiel auch, das ist halt subjektiv, ich finde, der Partner, die Partnerin sollte ein wichtiger, ein großer Teil im Leben sein, aber nicht das Leben ersetzen. Nein, auf keinen Fall. Bestenfalls wachsen ja beide aneinander. Ja, oder zum Beispiel auch, wie wichtig es ist, wie der Freundeskreis darauf reagiert. Weil zum Beispiel, der Freundeskreis kann sehr schnell beurteilen, so, das hält oder hält nicht. Ja. Und wenn der Freundeskreis schon sagt, meh, meh, dann hört man trotzdem nicht auf ihn, aber lässt sich dann später auffangen mit, ihr hattet recht. Aber da wiederum, was den Freundeskreis angeht, da bin ich auch vorsichtig, nicht skeptisch, aber vorsichtig, weil es natürlich halt eben auch Stimme im Freundeskreis gibt. Ich sag mal so, wenn du Single bist, dann stehst du für den Freund mehr zur Verfügung, wo du dann hinterher denkst, so von wegen, die Reaktion, ich soll die Finger davon lassen, ist wahrscheinlich aber mehr egoistisch, weil der dann sagt so von wegen, naja, dann muss ich halt eben meinen besten Kumpel mit der Schnäpfe da hinten teilen. Und das ist natürlich halt eben dann auch so, nee, Entschuldigung, ich habe jetzt zwei Freunde in dritter Person, das war gerade witzig, das Bild ist eingefroren in der Pose. Ja. Dass Freunde manchmal auch die, die besten Berater sein können. Hören uns gerade Freunde zu? Vorsichtig sein, was du auch warst, was du Michael jetzt hier offenbar hast. Das ist ein cooles Ding, das ist eine andere Dimension. Ja, da muss man natürlich auch gucken, so was steckt dahinter. Also zum Beispiel, der Freund hat ja dann Angst, dich zu verlieren, weil du dann nicht mehr bereit bist, weil du dann noch was mit anderen machst und so weiter. Aber ich glaube, wenn das gesichert ist, dass man sagt so, jo, wir haben, einmal die Woche haben wir unseren Jungstag, ne? Mhm. Wo wir dann losziehen und Pokémon sammeln. Ja, was du mit deinen 30 Jahren machst, ne? Ja. So, und das kann ich mir bei dir gut vorstellen, ne? Ja, ja. Und so. Kann ich mir aber auch denn die Frauen wieder gut vorstellen, die sagen, eure Pokémons kenne ich. Ja, ja, die haben alle schlanke Beine und sind blond, oder wie? Das ist natürlich wieder die Krise. Sexy Pikachu. Ja. Das Kostüm gehört dazu. Oh, Mann. Nee, und also ich glaube, wenn das halt so gesichert ist, ne? Also zum Beispiel auch in Anregung, in Anlehnung zu dem, was du eben gesagt hast, dass man zum Beispiel nichts Neues eingehen möchte oder das Problem nicht lösen möchte. Ja, ja. Ich mache jetzt da mal so eine Brücke. Und zwar... Es gibt zum Beispiel auch so eine philosophische Idee, die dahin geht zum Beispiel, was hat die Person davon, dass sie jetzt ein Problem hat? Also warum kommt sie aus ihrem Problem nicht raus? Und da zum Beispiel, wenn jemand zu Hause sitzt die ganze Zeit und kommt nicht raus und sagt dann so, ich würde ja gerne rausgehen, aber kann irgendwie nicht. Das ist natürlich jeder Fall unterschiedlich, aber jetzt nur angenommen dieser Fall. So, das heißt, die Freunde machen sich Sorgen, die Eltern kümmern sich und so weiter. So, und sobald man das Problem auflöst, zum Beispiel sobald die Person rausgeht, dann ist sie ja wieder normal, so in Anführungsstrichen. Das heißt, sie verliert ja ihren Status, beziehungsweise die Aufmerksamkeit. Also lieber isoliert sich die Person dann zu Hause, aber bekommt dadurch Aufmerksamkeit, Fürsorge etc. Das, was man möchte. Keiner isoliert sich ja gerne. Ja. So, und deswegen muss man immer schauen, okay, und deswegen muss man immer schauen, so was steckt dahinter. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Freund ankommt und sagt, nee, die Schnäpfe nicht, so warum denn nicht? Ja. Kann ja auch sein, dass sie ihn an seine Ex herinnern hat und dann so, meh. Ach so, ja, ja, natürlich, klar, das kann auch durchaus möglich sein. Aber was du gerade eingangs sagtest, von wegen die Person, die zu Hause sitzt und Aufmerksamkeit bekommt, weil sie gerade an irgendwas zu kauen hat oder Erkrankt ist oder so, erlebe ich beruflich bedauerlicherweise sehr, sehr oft. Gerade halt eben auch gesellschaftsbedingt bei älteren Menschen nimmt das zu und wir sprechen immer von Krankheitsgewinn. Die, wo man wirklich sagt, die sind glücklich, wenn sie zu ihrer Krankheit, die sie sowieso schon haben, noch ein Symptom obendrauf bekommen und eigentlich nie wirklich mit der Selbstheilung anfangen können, weil die im Prinzip, diese Krankheit wird der Lebensmittelpunkt, weil da können sie drüber reden und so weiter und die Leute fragen und so, sie kommen ins Gespräch, so wie andere halt eben mit dem Hund in den Park gehen und über ihre Hunde sprechen, ist es bei denen halt eben die Krankheit und da sprechen wir von einem Krankheitsgewinn und das muss ich allerdings sagen, wird immer mehr. Leider, 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 weil im Prinzip die Menschen und das schon im hohen Alter, es ist prägnant, aber es fängt immer früher an, dass die Menschen immer jünger sind und immer mehr vereinsamen im Grunde genommen und sich diese Ersatzthemen, kann man sagen, diese Ersatzthemen, eine Krankheit halt eben heranziehen und daran festhalten, weil sie dann einen Mittelpunkt haben. Ja, beziehungsweise es ist auch so eine Verlagerung von dem Problem. Also zum Beispiel angenommen, ich nehme jetzt mal die ältere Person als Beispiel. Oh Gott, also ich würde jetzt nicht triggern sein. Also, oh Gott, oh Gott, ich mache es ganz kurz. Also auf jeden Fall, die Person hat größere Probleme, so zum Beispiel der Freundeskreis fällt weg um Jahr, um Jahr, dass das immer kleiner wird, immer schrumpft, vielleicht der Sohn kommt nicht mehr zu Besuch, hat sein eigenes Leben. Also die Person muss so viel konfrontieren, also zum Beispiel auch sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst werden. Also man kann sich vorstellen, was da alles so drinsteckt. Aber wenn sie jetzt ein akutes Leid hat, wie zum Beispiel, oh hier die Hüfte, die Hüfte macht dich mit. Das heißt, sie kann sich dann stellvertretend halt darauf konzentrieren und muss dann sich nicht damit auseinandersetzen. Das kann sie dann verdrängen, wegschieben, weil das einfach akuter ist und auch greifbarer. Weil dann kann sie ja sagen, okay, ich habe wirklich ein körperliches Leiden und ich kriege Rückmeldungen und Medikamente und boh, boh, boh. Ja, aber das ist ja tatsächlich, ich kriege eine Rückmeldung, kriege Medikamente, wenn das so ein Stellvertreter ist. Dass ein Stellvertreter leiden, sage ich jetzt mal, weil psychisch ist immer schwierig. Das wird ja auch in der Öffentlichkeit nicht wirklich toleriert. Und die Frage von Backpulver, können wir gleich mal eben aufgreifen, du bist gesehen worden. Dass dann, ja, wenn die merken, ich habe einen psychischen Druck beispielsweise, da kann ich nicht drüber reden. Oder sagen viele gerade in der Generation, in der älteren Generation, da kann ich nicht drüber reden. Das nimmt keiner für voll und das ist nicht greifbar. Und dann ist natürlich klar, dass so eine Hüfte ein schöner Stellvertreter ist. Da bin ich ganz bei dir, das ist durchaus richtig. Ja, oder überhaupt so über Psyche reden. Also, ich bin da mittlerweile, ja, soll man sagen, ziemlich frei mit. Ich habe zweimal eine Depression durchlebt, habe mich da durchgekämpft. Und heute ist es so, also ich hätte vorher nie geglaubt, dass mir sowas passieren kann. So, das heißt schon mal, dass ich niemanden absprechen würde, dass ihnen das passiert. Und ich kann auch nur jedem sagen, es kann dir über den Weg laufen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass verhaltenstrategisch, das für mich heute so aussieht, da hassen mich dann auch einige Menschen für, dass ich mein Leben so führe, ich werde morgens wach und habe sofort gute Laune. Ich hatte mal einen Untermieter und der hat genauso wie ich geraucht. Und dann gab es halt eben einen Raum in diesem Haus, wo wir uns dann immer wieder über den Weg gelaufen sind, weil wir da rauchen durften, rauchen konnten. Und der sagte irgendwann mal, sagt er, ich bin jetzt ein halbes Jahr hier, sagt er, weißt du, wie unerträglich ist das, morgens hierher zu kommen zum Rauchen. Und ich habe erst gar nicht verstanden, was er von mir wollte. Ich sage, wieso denn, lass es doch halt eben mit dem Rauchen, muss der nicht. Na ja, er sagt, rauchen will ich ja trotzdem, sagt er, aber das ist so widerlich. Du wirst morgens wach und hast sofort gute Laune, das halte ich nicht aus. Also das war die Kehrseite der Medaille. Hier, na gut, okay. Wo ist es da oben? Hast du nicht das Pokémon? Ja? Das ist ja auch so eine Sache. Man erwartet ja, zum Beispiel jetzt, wenn man Depressionen hat oder so, dass die Person dann die ganze Zeit traurig ist. So ist man ja nicht. Man hat ja Überlebensstrategien, dass man seine Fassade aufrechterhält, dass man noch funktioniert, dass man nicht zum Problem, werden möchte und andere sollen sich nicht Sorgen machen. So auch die ganze Zeit diese Denkweise mit, was haben andere davon, dass es mich gibt? So und darauf dann keine Antwort mehr zu wissen. Und ja. Also natürlich, es gibt völlig unterschiedliche Formen von Depressionen. Ich muss aber für mich sagen, dass ich mich dann so erlebt habe, dieses Schauspiel, auch wenn, wie ich gesagt habe, weil ich viele Jahre im Schauspiel tätig war, dieses Schauspiel, da hatte ich die Kraft gar nicht mehr zu. Du hast funktioniert, ja. Hat eben so die Sachen, die unabwendbar sind. Aber dann jetzt im Prinzip eine lachende Maske aufzusetzen, damit andere sich keine Sorgen machen, die Kraft hätte ich gar nicht gehabt. Ja, beziehungsweise man kann ja wirklich teilweise noch Freude empfinden, wenn man so in geselliger Runde zusammen ist und so. Nur es zieht halt auch sehr viel Energie dann. Also man hat dann vielleicht einen schönen Abend, kommt dann nach Hause und ist so, uff. Ja, ja, ja. Wobei ich gar nicht mehr die Energie gehabt hätte, manchmal da überhaupt noch hinzugehen. Ja, deswegen, man ist so reich an Ausreden. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Das stimmt. Schönen guten Abend, Tom Duisburg. Schön, dass du da bist. Aber jetzt ist sie nicht mehr da auf dem Bildschirm. Die Frage, ich muss da drauf eingehen. Pokémon. Pokémon. Was verstehe ich nicht? Ist das wieder so eine Lama-Geschichte? Nee, ich glaube, es war, weil ich vorhin gesagt habe, mit Pikachu-Kostüm. Und das hat dann Barkpulver aufgegriffen, hat geschrieben, Als welches Pokémon würdest du dich in dieser Situation verkleiden, um gegen den Isolierungsdrang anzukämpfen und dann stattdessen rauszugehen? Hat er hinterher noch geschrieben, ernste Frage. Ja, ich würde einen Tragosso nehmen. Also Tragosso und Bisasam sind meine Lieblings-Pokémon. Aber ich kenne auch nur so diese 150. Und danach war es so vorbei. Ich bin allerdings, was Pokémon angeht, bin ich auch völlig raus. Woran macht man das dann fest? An dem Aussehen, an den Charakteren? Stellt die bestimmte Charakterzüge dar? Die Pokémon-Figuren? Die sind ja so angelehnt an Tiere. Ach so. Das heißt, zum Beispiel, Nidorino sieht dann halt aus wie so ein Kaninchen. Und manche haben dann wirklich halt so bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel Bur. Manche sind sehr, sehr treu. Und manche sind einfach nur süß und knuffelig. Okay. Also kann man denen keine Charakterzüge irgendwie zuordnen, dass man sagt, da kann ich mich mit identifizieren? Ja, also Tragosso ist so ein Pokémon, das hat zum Beispiel so einen Schädel auf, so als Maske. Und hat auch noch so einen Knochen als Keule. Und den fand ich immer so süß, weil er einfach so aussieht wie so ein kleiner Dino. Also als Kind, ich mochte immer, was so badass aussieht. Also ich mochte auch die Serie Gargoyles, falls das jemand kennt. Gargoyles, kennt das jemand am Chat? Also Gargoyles war so eine Sendung, diese Gargoyles, die du an alten Häulern hast, zum Beispiel an Kathedralen oder so. Und das war dann so von Zeichentrick mäßig so, dass die halt dann nachts wach wurden und dann haben sie Abenteuer erlebt. Und tagsüber wurden die dann wieder zu Steinen. Und das war so eine Anime-Geschichte oder wie? Zeichentrick. Zeichentrick. Ja, kommt hin. Und das mochte ich halt immer. Also zum Beispiel auch Wehrwölfe und Totenköpfe. Ich habe auch Drachen, hier diese Drachenstatuen, die man so aus diesen Art Steinen kennt, habe ich auch gesammelt. Also sind alle oben noch. Wer hat dich eigentlich in deinem Leben geprägt? Gibt es eine Auswahl? A, B, C, D? Ich kenne deine Familie nicht. Sind es so viele, bist du eine Mischung aus allem quasi? Ich glaube, jeder kann prägen. Also zum Beispiel eine Person, die hatte ich quasi nur eine Unterhaltung, aber die hat mich bis heute sehr geprägt. Also manchmal macht man einfach so Begegnungen, oder so die, die einfach so unter die Haut gehen. Oder man hat Unterhaltungen oder hat eine Erkenntnis so für sich. Also dafür, es kann sehr vieles prägen. Das stimmt. Ich habe das, ich musste mal, also ich komme aus Cuxhaven, das ist ja kein Geheimnis, musste ich einen Patienten von Cuxhaven nach Hamburg fahren. und das war ein Theologe. Und ich, keine Ahnung, die Fahrt war für mich gefühlt noch nie so kurz wie da. Wir haben uns unterhalten. Erstmal hat er ja im Prinzip halt eben von dem erzählt, was er dann halt eben alles so im Leben schon mitgemacht hat, als Theologe. Und dann hatten wir ein Gespräch im Endeffekt, ich kann es nicht wiedergeben, ich habe keine Ahnung. Aber nach diesem Gespräch im Prinzip haben sich ganz, ganz viele Dinge gefühlt. zumindest verändert. Ich habe Dinge anders gesehen, anders wahrgenommen. Und das fand ich total spannend. Das fand ich unglaublich spannend. Also da kann ich gut nachvollziehen, das war eine Fahrt von zweieinhalb Stunden. Und ich habe in meinem ganzen Leben selten innerhalb von zweieinhalb Stunden so viel übers Leben gelernt, wie in dem Gespräch mit diesem Mann. War echt beeindruckend. Leute, die unter die Haut gehen, redest du von Tätowierung? Was? Tätowieren. Die Leute gehen ja dann und die Leute. Ja, okay, das stimmt. Also, ja. Genau. Was mein Smalltalk-Zettel angeht, haben wir den abgearbeitet. Das Einzige, was ich da jetzt noch stehen habe, sind zurzeit aktuelle Projekte bei dir oder Projekte in der Zukunft. Und ich muss mal eben ganz kurz mein Gewissen erleichtern, weil du hattest zwischendurch irgendwann geschrieben, weil ich sagte vorhin, normalerweise der Talk dauert so 120 Minuten, jetzt sind wir schon bei zweieinhalb Stunden. und da sagtest du, naja, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht über Gebühr aussauge, dass du dich noch wohlfühlst und alles gut ist. Nee, alles, alles gut. Okay. Also, ich habe hier Cola. Ich versuche nicht so viel rumzustammeln. Stammelst du nach Cola? Was ist da noch drin? Nee, aber ich merke halt so zwischendurch so Konzentrationsschwächen. Passiert einfach. Dann halten wir uns an den Fakten fest. Wir haben nämlich beispielsweise gerade eben Were It All, Djankovic und Word Crimes haben wir. Ja. Fand ich total lustig, weil erst mal die Melodie, die kennt man alle. Okay, und dann kommt der Text, dass du so, Moment. Moment, nochmal von vorne. Was war das? Was verbindest du mit dem Titel? Also, ich glaube, es wäre unfair oder unrichtig gewesen, wenn ich das Lied nicht mit reingenommen hätte. Okay. Weil zum Beispiel ... Ich habe das Lied gefunden und dann so, ja, das bin ich. Ja, weil nicht unbedingt das Korrigieren, was jetzt so im Vordergrund steht. Also, von mir aus ... Also, ich achte persönlich drauf, wenn jemand sagt, erschreckt oder erschrocken oder wohlgesinnt, wohlgesonnen und so weiter. Also, besser wie, besser als. Auf sowas achte ich, aber es ist mir komplett egal, wie jemand redet, weil es geht ja darum, um den Inhalt, ne? Und sich jetzt an Formulieren aufzuhängen, nicht zu bescheuern. Du achtest, wenn dein Gegenüber so spricht oder dass du, wenn du so sprichst? Was meinst du jetzt damit? Beides. Okay. Beides. Also, ich habe den Fehler gemacht und habe Sprache studiert. Und das hat es noch immer gemacht. Was ist jetzt ein Aspekt-Muffin? Dann bist du so ein Rhetorik-Monk. Ich achte halt drauf, wenn etwas schön formuliert ist. Vielleicht auch bildlich. Ja. Eine Liebkosung der Wörter. Zum Beispiel, ich höre das Wort Einklang, so Harmonie, Einklang. Und stelle mir das dann vor. So, es ist ein Klang. Man ist nicht irgendwie zwischendrin, sondern alle so un... Wie sagt man das? Ja. Also kein Chaos. Also quasi das Gegenteil von Chaos im Grunde genommen. Ja, also ich finde es einfach so schön, wie man Sachen... Es ist ja auch immer eine Wertung mit drin. Oder ein Standpunkt. So, woher man kommt, wohin man geht. Grundsätzlich ja. Aber ich glaube, dass die Menschen zumindest gefühlt sich darüber gar nicht im Klagen sind. Weil dieses Einklang, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ich habe natürlich auch die Richtung, es ist das Gleiche, aber ein anderes Bild. Das sind so Harmonien im Einklang zum Beispiel. Das ist das Nächste, was ich denn da sehe. Nichtsdestotrotz hat aber, wenn der Mensch einfach mal was sagt. Und da ärgere ich mich manchmal über mich selber, wenn ich mir dahinter mal so einen Stream angucke. Weil ich analysiere ja auch dann halt eben, wie ist der Stream gelaufen? Was jetzt besser machen können, was nicht? Wo ich dann denke, so von wegen, das hast du blöde ausgedrückt. Das hätte man auch anders verstehen können. So dieses Friedemann-Schulz von Thun. Du sagst irgendetwas, aber es kommt bei dem anderen gegenüber halt eben anders an. Und erst mal hast du nicht gemerkt, dass du den anderen vielleicht gerade verletzt hast. Wo ich dann hinterher ganz oft denke, man sagt wirklich Dinge einfach so, ja, gerade Männer neigen dazu, auf dem Sachohr. Und es kommt dann auf der anderen Seite irgendwie ganz anders an, weil man nicht weiß, dass man irgendwas getriggert hat. Ja. Weil es eine andere Auffassung ist da. Ja, also es kommt natürlich auch viel darauf an, so welche Erfahrungen hat man gemacht oder welche Erwartungen. So, ja, auf jeden Fall. Also, man ist mir das nicht bewusst. Siehst du das auch so, dass, jetzt mal geschlechterspezifisch, also ich bin der Meinung, dass Männer tendenziell eher Sachaussagen treffen. Was aber vielfach zur Verwirrung führt, weil zumindestens bei den Frauen, die ich alle kennengelernt habe, die ganz, ganz viel auf dem Appellohr hören. Wo ich sage, nein. Und das ist immer, dieses Appellohr verfälscht ja eigentlich schon fast, nein, verfälscht oftmals die Aussage, die in der Sache eigentlich drin ist. Weil das ja so um die Ecke gedacht hat. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen. Aber dass das im Prinzip eine ganz andere Reaktion kommt, weil es ganz anders aufgefasst wurde. Zum Beispiel, ganz klassisch, möchtest du eine Decke? Nein. Bringt eine Decke. Ja, ja. Das ist es, ja. So, ähm. Ja. Männer sind da anders. Die sagen auch so von wegen, hast du Hunger auf dem Brot? Ja, dann bring mir bitte eins mit, wenn du gleich eins machst. Die sind da einfacher gestrickt irgendwo in dem Moment, ja. Ja, so die, ähm. Oh Gott, sind wir ja ein, ein alltagspsychologischer Stream hier. Ja. Die Denkprozesse sind anders. Also, das ist wirklich so, ähm. Zum Beispiel, man denkt dann mehr um die Ecke als, als Frau, würde ich jetzt sagen. So, weil man denkt noch so in, in, in Kategorien. Somit. Das könnte das sein, das könnte das sein. Ähm, ganz interessant, ähm, es gibt ein, ein, äh, ich glaube, das ist ein Stabhochspringer. Ähm, Chat, wenn ihr gerade recherchieren wollt, ähm, guckt gerne nach, ich habe nämlich den Namen vergessen. Und zwar, ähm, er war vorher, ähm, als Sportlerin, ähm, angetreten und, äh, hat dann die Angleichung gemacht, ähm, zum Männlichen. Ähm, und, ähm, dann wurde er zum Beispiel dann auch gefragt, so, hey, ähm, jetzt, jetzt hast du ja die, die Angleichung und, ähm, ne, so, man macht ja auch damit Hormonen und so weiter. Kannst du jetzt so sagen, so, verstehst du jetzt beide Seiten, so, weil, weil jetzt isst du ja auch mit Testosteron und so weiter. Und, äh, ja, ähm, da hat er dann gesagt, so, ja, vor, also so den ersten Monat, wo er die, ähm, die Angleichung hatte, so, ja, da konnte er es noch verstehen und mittlerweile ist es auch ihm zu, zu, äh, zu fremd. Also, sein, sein, sein Denken hat sich auch geändert. Das fand ich sehr interessant. Also, im ersten Moment habe ich gedacht. Ja, das ist wohl mit den Hormonen zusammenhängend. Okay. Im ersten Moment habe ich gedacht, wissenschaftlich ist die Frage interessant, ähm, zwischenmenschlich habe ich gedacht, ist die Frage blöd. Ich würde nicht auf die Idee kommen, jemanden, der im Prinzip diesen Weg gegangen ist, dann irgendwann diese Frage zu stellen, ähm, weil, weil man lernt ja eigentlich einen neuen Menschen kennen. Aber, ähm, das ist, finde ich, interessant, dass das, äh, äh, tatsächlich einen kausalen Zusammenhang haben kann. Also, er hat, äh, das dann so erklärt mit, ähm, dass, dass Frauen wirklich noch so ein bisschen, ähm, um die Ecke denken, aber auch zum Beispiel so Bedachter sind, ähm, ob man selber verletzt wird oder andere verletzt werden. Also, halt diese, diese zwischenmenschlichen Sachen, so die Nuancen besser. Zum Beispiel, ähm, angenommen, man hat jetzt was für den Job gemacht, ne, so, so, einen Batzen aufgeschrieben, wie auch immer. So, so, und ein Mann geht an, ne, geht zum Chef, sagt, hier, hab ich gemacht, so, und der Chef sagt, gut gemacht, so, und der denkt sich so, ja, klar, hab ich jetzt erledigt. Mhm. Wenn zum Beispiel eine Frau hingeht, ne, dann, zack, legt das hin, und dann sagt er so, ja, gut gemacht. So, und was bei der Frau ankommt, ist, richtig so auf, auf den, auf den Tonfall zu hören. So, ja, gut gemacht. Ja, gut gemacht. So, also halt, so die, die, die verschiedenen, so, oh, so, und, und, äh, das zum Beispiel auch, ähm, einige dann wirklich dann denken, so, oh, das, das war jetzt nicht gut genug. Ja, eine Wertung raushören, ja, ja. Ja, ja, so, 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 wo, wo der Mann auch sagt, so, ich hab doch gar nichts gesagt, so, ne. Das finde ich übrigens auch interessant, weil wir vorhin bei Beziehungen waren, äh, was ich oft, äh, beobachtet habe im, im, im Freundesbekanntenkreis, ähm, dass, ähm, wenn, 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 wenn die in der Beziehung irgendwie, nicht kriseln oder so, aber wenn die Reibungspunkte haben, dass dann irgendwann die Männer, wenn sie dann zusammen am Tresen sitzen, sagen, ich verstehe meine Frau nicht, äh, wo ich dann sag, wie, du verstehst deine Frau nicht? Ja, sagt sie, sie sagt, äh, das stört mich und das stört und das stört mich und, ähm, dann ändere ich das und dann ist das auch falsch, ähm, wo ich dann manchmal glaube so, dass das, ähm, unter Umständen, äh, die, die Mädels dazu neigen, uns auf der falschen Baustelle zu beackern, weil sie die eigentliche Baustelle nicht ansprechen wollen, ähm, dass, dass da tatsächlich, äh, aber dann die Frau erwartet von wegen, naja, da musst du doch selber drauf kommen. Nein, Männer sind so nicht, wenn du es mir nicht sagst, komme ich da nicht selber drauf. Weißt du, was ich meine? Umgekehrt ist es aber auch so. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Also wir reden furchtbar aneinander vorbei, ja, ja. Zum Beispiel. Was so richtig, was so richtig typisch ist für unsere Denkweise, ne? Denk mal an ein vierblättriges Kleeblatt. Mhm. So. Es ist, ähm, sehr selten und wenn du es findest, hast du Glück. Ne? Als Glücksbringer. Mhm. Wir suchen uns was aus, was wir mit Glück verbinden, was aber bewusst selten ist. Und wundern uns dann, dass wir so selten glücklich sind. Ja. Oder, 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 oder zum Beispiel, zum Beispiel auch hier, eine Sternschnuppe, ne? Mhm. Du siehst eine Sternschnuppe, wünsch dir was, aber sag keinem was. Was du nicht sagst. Die anderen müssen drauf kommen. Ja, ja, genau. Was man nicht sagt, kann nicht in Erfüllung. Ja, so, so. Also, wir dürfen unsere Wünsche nicht sagen, weil sonst wirken wir arrogant oder keine Ahnung was. Wir haben Angst vor soziale Ausgrenzung. Ja, aber da bin ich schon, aber solch einen Punkt bin ich schon lange drüber weg, wo ich dann wirklich sage, von wegen, und was hast du dir gewünscht? Ja, das darf man nicht sagen. Ja, dann kann ich es dir auch nicht erfüllen. Vergiss es. Da bin ich mittlerweile schon ziemlich phlegmatisch. Aber, wo du gerade sagst, von wegen, man sucht nach diesen Dingen und das vielblättige Kleeblatt, bestrebt zu Dingen, wo man sagt, die findest du aber eher selten. Da bist du permanent eigentlich doch eher enttäuscht darüber, dass du sowas halt eben nicht hast und anderes erreichen können. Da habe ich neulichst einen Bericht gesehen, das fand ich total interessant. Und zwar Männer und Frauen und die Verteilung der beiden auf dem, also die Single-Männer und Frauen, die Verteilung auf dem Markt. Wo jetzt festgestellt wurde, die Männer haben es eigentlich bei den Frauen sehr schwer. Wahrscheinlich verbranne ich mir jetzt die Schnauze, wenn ich das erzähle. Aber die haben es sehr schwer. Weil 80 Prozent der Frauen gucken nach den Männern, die oben so bei Klasse 8 bis 10 sind. Da gibt es aber nur 10 Prozent von. Aber alle wollen die haben und die Frau ist tendenziell eher dazu, von wegen, wenn ich die nicht haben kann, will ich gar keinen. Und die Männer, die sind wiederum halt eben in der Situation, alles was unter der 7 ist beispielsweise, die guckt dann so ins Mittelfeld und kommt an diese Frauen gar nicht ran, weil die gucken ja alle nach oben zur 10. Warum beispielsweise, dass ein Grund ist, dass Paare sich heute nicht mehr finden, dass, wie gesagt, jetzt kommt der Punkt, wo ich mir die Schnauze verbrenne, dass Männer tendenziell eher dazu bereit sind, nach Frauen zu gucken, die keine 10 sind, als andersrum die Frauen. Aber ich habe dein Grinsen gerade schon gesehen, was ich da gerade erzählt habe, ist dir nicht ganz unbekannt, oder? Wir fallen so viele Beispiele ein, einfach. Hau raus, ich habe Zeit. Habt ihr auch noch Zeit? Alle treu. Wir sind jetzt hier gedanklich schon in Irland. Zum Beispiel, fangen wir damit mal an, weil du gesagt hast, so ansprechen. Man kennt dieses Bild, man ist in der Disco, oder wie die neuen Kids sagen, im Club. Im Club. Es gibt ja keine Diskus mehr, ne? Und ja, so dann müssen quasi die Männer losziehen und die Frauen ansprechen und vielleicht noch einen Drink ausgeben oder wie auch immer. So, aber müssen halt den ersten Schritt machen, weil zum Beispiel wir Frauen gelernt haben, so, wir müssen erobert werden. So, wir sind die Frau im Schloss und der Prinz muss erstmal hier zu unserem Turm hoch. So, und ich dachte mir halt immer so, ich, also wenn ich jetzt jemanden treffe, so, ich weiß ja schon, wie weit ich da mit ihm gehe. So, also zum Beispiel, habe ich jetzt nur eine gute Unterhaltung oder gebe ich ihm meine Nummer oder wie auch immer. So, und wo wir eben schon bei, man redet aneinander vorbei, waren. Zum Beispiel, der junge Mann kommt ja dann zum Beispiel, da, da, ich höre schon wieder Echo, kommt dann hin und denkt dann so, oh, ne? So, so sein Faunrad aufschlagen und muss dann sofort zeigen, guck mal, ich kann das. Also, guck mal, ich kann für dich sorgen, weil ich kann dir einen Drink ausgeben und ich kann von meinen Qualitäten erzählen und bababab. So, also versuchst du sofort zu beeindrucken. So, aber die Frau zum Beispiel denkt sich, komm, lass den mal seine Munition verschießen und guck mal, was dann übrig bleibt. Das heißt zum Beispiel, ihr Interesse kommt eigentlich zeitversetzt. So, und, und. Das ist ja fast strategisch. Ja, also, wenn, wenn er sich nicht mehr so gockelhaft verstellt, sondern wenn es dann weitergeht, zum Beispiel, wenn man auch mehr interagiert, zum Beispiel mehr flirtet oder wie auch immer, zum Beispiel dann auch, welche, welche Sachen angesprochen werden, interessiert er sich jetzt für, für Hobbys oder bababab und, und. So, also, so, das heißt, da sind sie schon aneinander vorbei und, und ich dachte mir so, es wäre eigentlich praktischer, wenn, wenn Frauen loszögen und Männer ansprechen, ja, weil, weil, so, wir wissen ja schon, so, okay, den kann ich mir vorstellen, den nicht, so, und, ja, und, ja, und dann halt. Und dann halt, Jungs abblitzen zu lassen, also zum Beispiel, ein guter Freund von mir, der war richtig, richtig, ähm, am Boden zerschellt, ähm, weil zum Beispiel, er hat allen Mut auf sich genommen, hat, ne, eine, eine Frau angesprochen, und, äh, sie hat ihn wirklich so einmal taxiert, so richtig abgescannt und meinte dann so, mit dir? So, und ist weggegangen. So, und, und das ist einfach so, so gemein. Also natürlich, ne, wenn du, wenn du eine Frau bist und, und, ne, so, also du bist ja dann umzingelt vielleicht, ne, und, äh, so, natürlich hörst du die ganze Zeit, ähm, so, so Anmachsprüche. Und natürlich glaubst du das jetzt erst mal nicht. So, wenn, wenn so jemand auf sich zukommt und sagt, so, hola, chica, eres guapa, eres linda, te quiero, benga. So, und dann, so, so, ja, 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 nein, tschüss. Was hast du gerade gesagt? Eine Anmache auf Spanisch. Okay. So, weil, weil alles klingt sexier auf Spanisch. Achso, okay. Ist gar nichts. Ähm, so, und, ähm, weil ich das halt nicht, mich im Deutschen traue. So, also, ähm. Du hast doch gerade, Entschuldigung, du hast doch gerade dafür plädiert, dass doch eigentlich die Frauen losgehen müssten, weil es ja viel schlüssiger wäre, zu sagen, ähm, das, 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 das ist alles so mein Beutelschema, da geh ich jetzt mal drauf zu, probier das mal aus. Was ich als Mann natürlich begrüße, ähm, weil dann ist ja schon mal eindeutig klar, sie wird irgendwann sagen, was sie will und damit sind die Fronten schon mal geklärt, wie weit wir heute Abend gehen. Ähm, aber trotzdem sagst du so von wegen, du traust dich das nicht. Warum nicht? Warum sollen die Männer sich das trauen? Ähm, ich glaube, das steckt noch so ein bisschen bei uns drin. Also halt, ähm, jetzt sind wir schon wieder bei Rollenbildern und so. Also halt, womit wir aufgewachsen sind. Ja, aber wir machen ja kein Statement. Wir versuchen jetzt gerade nur zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch legitim. Ja, also ich, ich glaube, ne, das, das hat jetzt schon in den letzten Jahren, ist das aufgebrochen. Ähm, so auch, auch zum Beispiel, was, was ist jetzt männlich, was ist nicht männlich, was ist weiblich, was ist nicht weiblich. Und, ähm, und ja, also ich hab, ich hab auch schon mal Leute aufgerissen, ja. Ja. Okay. Habe ich gesagt. So, ähm, aber zum Beispiel auch, ähm, ähm, zum Beispiel in der Uni, da hatten wir dann, ähm, so Studien bearbeiten müssen für eine Hausarbeit. Ähm, zum Beispiel auch, dass, wenn Menschen zu hübsch sind, ne, also wir messen Hübschheit an symmetrischen Gesichtszügen. Ne, ne, also je gerade das Gesicht ist, ne, desto hübscher und, und attraktiver wirkt es. Und, ähm, also keine, keine Sorge jetzt an alle Leute, die eine schiefe Nase haben, ihr seid dafür markant. So, also ihr sagt dann, das ist, ne, Bad Boy. Und, ähm, auch, auch, ihr seid auch Bad Boy. Und mein Bild ist eingefroren, oder? Nee, ist nie mehr. Okay, ähm, ne, und, ähm, und ja, zum Beispiel, da kam raus, dass, ähm, zum Beispiel sehr hübsche Menschen nicht angesprochen werden. Also zum Beispiel sehr hübsche Frauen, wo du gerade sagst, so mit, äh, ja, Männer gehen nicht so auf die acht bis neun, ne, sondern gehen ein bisschen tiefer. Ne, ne, ähm, das hat, was ist denn jetzt gerade los? Bei mir stockt die ganze Zeit das Bild. Passt jetzt schon mal. Also bis jetzt erfolgreich ignoriert. Okay. Ähm, halle Nacht, Falke. Hallo, Falke, moin. Nee, und, und, ähm, dass zum Beispiel dann, äh, ja, äh, zum Beispiel sehr hübsche Frauen nicht angesprochen werden, weil man ja dann sich mies fühlt, weil man dann ja nicht so quasi mithalten konnte. Also man kriegt quasi eine Abfuhr und, äh, man, man kann sich das ja nicht erklären und deswegen sucht man bei sich, ne, weil es immer leichter ist, den Fehler bei sich zu suchen und, äh, denkt dann so, oh, ich kann anscheinend nicht mithalten. Und dass zum Beispiel, ähm, ja, dafür gab es eine Bezeichnung, ich glaube, bla 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 Effekt, ähm, dass zum Beispiel hübsche Frauen, äh, oder sehr schöne Frauen in Chaträumen angebaggert werden, also zum Beispiel bei Tinder oder so, aber nicht auf der Straße angesprochen werden. Weil da hättest du ja die Konfrontation. Die Anonymität, die, die schützt dann natürlich so ein bisschen, ähm, weil ich ja, äh, unter Umständen als, als Mann gar nicht preisgeben muss, wo meine Makel denn tatsächlich sind. Ähm, nur, ja, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt mal zu mir rüber projiziere, ähm, das, was, was heute als Schönheit halt im Prinzip dargestellt wird, ähm, wo du sagst, von, ne, symmetrisches Gesicht, dieses, jenes, welches, wo ich sage, äh, das ist aber beispielsweise bei mir etwas, was mich nicht reizt, weil, weil, äh, ich vielfach, keine Ahnung, warum das so ist, aber, äh, dann von vornherein, äh, davon ausgehe, der Mensch ist für mich, oder die Frau, wie auch immer, ist für mich nicht ausreichend interessant. Keine Ahnung. Ist wie so ein Reflex. Hm, wann ist die Person nicht interessant? Wenn sie halt eben eine Zehn ist. Na, okay. Aber das ist egal, ob Mann oder Frau in dem Falle, wo ich denn denke, äh, ist für mich nicht interessant. Es gibt Menschen, die haben Makel, die sind für mich viel, viel interessanter, äh, weil die fast was anderes ausstrahlen, im Grunde genommen. Ja, wo, womit man halt, äh, ne, vor, ne, vorbeurteilt. Ja. Ja, also, also, du, du schließt dann ja von dem Äußeren darauf, dass die Person nicht mithalten kann, was zum Beispiel Erfahrungen angeht. Ich glaube nicht, dass ich das, dass ich das auch, ja. Also, also, quasi so Prinzessinnenleben. Ja, vielleicht hast du ein Stück weit recht, ja. So, also. Das ist keine Frage des Benchmarks, das ist, das ist mehr eine Frage so von wegen, ähm, wie funktioniert eine Unterhaltung? Und wahrscheinlich in der Vergangenheit ist es so, weil die Unterhaltung halt nicht funktioniert und ich dann sage, okay, alles klar. Beziehung ist nicht interessant. Ja, es ist natürlich auch die Frage so, okay, was sind so selbe Interessen zum Beispiel, ne? Also, wenn es jetzt zum Beispiel, äh, Beauty wäre, also, ich spreche jetzt auch die Männer an, weil ich habe so viele, boah, ich habe so viele Männliche Badezimmer gesehen, wo die so viele Shampoos haben und Aftershave und bap, 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 so. Ja, ja, ja. Ich staun immer wieder. Ähm, nee, aber, äh, so, worüber kann man sich unterhalten? So. Ja, ist schwierig. Also, ich, beispielsweise, wenn wir jetzt das mal so nehmen, was, was ich total spannend finde, wenn du dann, äh, einen Menschen kennenlässt, ähm, der, der oder sie, wie auch immer, äh, eine Zehn ist. Und, ähm, dann aber auch, ähm, die Mut hat, äh, auch mal hässlich zu sein, ne? So, von wegen, ich muss nicht gestylt und aufgedonnert sein, wenn ich mit der Junkie-Hose nach unten gehe, weil ich Müll rausbringe, ähm, wo ich dann sage, das wiederum finde ich viel interessanter, auch wenn gleich im Prinzip diese Person eine Zehn ist. Mhm. Ähm, was dazukommt, ne, was wir jetzt nicht außer Acht lassen dürfen, ist, ähm, dass es auch subjektiv ist. Also, halt, mein Standbild. Ähm, ja, ich, ich, ich muss, ich muss vorteilhafter aussehen für das nächste Standbild. Also, ähm, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, äh, dass, ähm, Attraktivität auch subjektiv ist. Das heißt, zum Beispiel eine Person, die vielleicht von einer anderen Person als sieben wahrgenommen wird, wird natürlich von ihrem Schatzi als eine Zehn wahrgenommen. Absolut. Ja, also auch die eigenen... Entschuldigung, ich muss aus dem Freeze raus, weil ich hätte gedacht, das ist blöd, wenn ich jetzt da sprechen muss. Nein, aber absolut, ja, natürlich, klar, das ist ja, das ist ja mal so das Argument, was dann ja halt eben die Lebenspartnerin, ah, wundervoll, was die Lebenspartnerin halt eben immer haben, wenn die sagen, so von wegen, oh, Schatz, du bist wunderschön. Und du kriegst dann zwar Antwort von wegen, naja, du bist mein Freund, du musst das ja auch sagen. Also, das ist ja das Paradoxe dabei dann. Ja, aber das ist halt auch so, so die, die, ähm, also ich glaube, da spricht dann die Scham, die Angst und alles, was dazu gehört. Ähm, dass man keine Komplimente annehmen kann. Also zum Beispiel, ich tue mich auch sehr, sehr schwer mit Komplimenten, weil ich das nicht glaube. Und das ist dann das Selbstwertgefühl. Ja. Und das ist dann halt ein Problem, das dann die Person selber angehen muss. Na. Kann ich mit Komplimenten umgehen? Keine Ahnung. Ich mach mir ja ständig selber welche, aber da sagen alle, ich bin oben drüber. Berndi, du hast eine wunderschöne Stimme. Ich danke dir. Und? Wollen wir ein bisschen, wollen wir ein bisschen... Fühlt sich das an? Das weiß ich ja. Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen plump, aber das weiß ich ja. Ja, das ist ja, das ist ja tatsächlich, ähm, ja. Also das hast du öfter? Da kokettiere ich mit, ja. So. Ganz bewusst, ja. Aber das ist eine interessante Frage. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sage, so, oh, ähm, mit, ähm, 1,68 hast du die perfekte Größe. Dann hast du mich angelogen. Du glaubst es nicht? Ja, 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 nee, nee, das stimmt. Aber zum Beispiel jetzt, angenommen, ne, ich bin jetzt eine kleine Frau, ne, ich möchte nicht so einen riesen, äh, ne, so einen Hühn, ne, der zwei Meter groß ist, weil, so, ähm, es wird ja immer vermittelt, so, du musst, äh, 1,80, 1,90, keine Ahnung was sein. Aber vielleicht möchte man das gar nicht, so, und, und, und wenn man das dann sagt, so, hey, ich finde deine Größe vollkommen fein, so, vielleicht sogar ideal, so, dann, dann glaubst du es nicht. Ich glaube, das ist wieder eine Frage des Bezugs, ne, ähm, hat man ja oftmals so, dass das Leiden einer jeden Ehe, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angeschnitten, deine Frau sagt dir irgendetwas, oder andersrum, der Mann sagt der Frau irgendetwas, und nee, ist völliger Quatsch. Eine Stunde später erzählt der gute Freund genau das Gleiche. Mit meinen, entspricht das dann doch der Wahrheit. Ähm, ich glaube auch bei der Größe, denn ob ich dann glaube, dass ich eine, äh, äh, gute Größe habe, äh, hängt dann auch mal damit ab, wer das denn sagt, oder? Ähm, also natürlich, natürlich ist es immer wichtig, von wem es kommt, ne, wie aufrichtig das gemeint ist, ne, ähm, und wie man selber dazu steht. Also zum Beispiel, äh, um einen, um einen Kritikpunkt aufzuwiegen, braucht man quasi Jahrhundertkomplimente. Also wenn du zum Beispiel, ja, laut, laut meiner Studie. Ach so, okay. Nein, also, also, so, so gefühlt, sage ich jetzt. Also zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagst, oder, oder, zum Beispiel, ne, Selbstwahrnehmung, zum Beispiel, ich finde mich zu dick, so, das zum Beispiel, ne, du kannst jetzt äußerlich dünn sein, du kannst dick sein, ist, ist komplett egal, aber deine eigene Wahrnehmung ist, ich fühle mich gerade nicht wohl, weil ich bin das. Ja. So, und, ähm, und dann von anderen das gemeldet zu bekommen, das glaubt man dann nicht. Vielleicht dann, wenn's, wenn's hundertmal gesagt wird, dann, dann schon eher, so, da könnte was dran sein und so und, und, äh, und dass man sich vielleicht dann auch so ein bisschen mehr damit anfreundet oder so. Ja, ja, okay, das ist schlüssig, das kann ich verstehen. Ähm, das ist natürlich jetzt mit dick, hm, ähm, versuche ich das gerade jetzt irgendwie so ein bisschen für mich einzurichten. Nein, kein Wunderpunkt, nein, nein, nein. Mein Gedankengang war halt eben, dass es viele Menschen gibt, die genauso im Prinzip halt eben viel zu viel Gewicht mit sich rumschleppen und sagen, ich bin, wie ich bin und ich fühle mich so, wohl so, ähm, ich hab ja schon mal weniger gewogen und wo ich dann denke, wenn ich heute auf mich schaue, kann ich das nicht glauben, was mein Gegenüber gerade sagt, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man weniger wiegt. Und ich glaube, dass auch mein Gegenüber, ähm, sich selber wahrscheinlich besser wertschätzen würde oder mehr wertschätzen würde, wenn er weniger wiegt, weil er dann weiß von wegen, was bedeutet es, weniger zu wiegen. Ähm, deswegen war das mit dem Gewicht eine interessante Sache, weil, äh, es fällt mir immer schwer zu glauben, wenn, wenn jemand sagt von wegen, oh, ich bin rund und gesund und, äh, das ist gut so, ich fühle mich wohl, wo ich dann sage, boah, wenn du weißt, wie es halt eben ist, weniger zu wiegen, wie sich das anfühlt, dann ist das nicht wahr, was du gerade gesagt hast. Aber wir verzetteln uns. Naja, du, du projizierst ja dann deine Vorstellungen auf die andere. Ja, klar, logisch. So, ja, also zum Beispiel, wenn die Person anderes Schönheitsideal hat, ne, zum Beispiel sagt, oh, ich, ich, ich hab, ich hab jetzt Kurven, so und, und, ähm, fühlt sich besser als vorher oder, oder, ne, also erstmal auch wieder eigene Wahrnehmung, beziehungsweise zum Beispiel, was ist, wenn die Person, ähm, zum Beispiel sich sehr schwer tut damit abzunehmen und, und du kannst glauben, als, als dicke Person kriegt man das jedes Mal um die Ohren gehauen. Du darfst nichts essen in der Öffentlichkeit, du darfst, äh, nicht die Straße überqueren, ähm, du kriegst, äh, willkommen in meiner Welt, ja. Genau, du kommst ja dauernd Blicke und, und ich hab das schon mal in dem Stream gesagt, also, sobald du abweichst von der Norm, berechtigt das irgendwie Leute, dich darauf aufmerksam zu machen. Ja. Oder zum Beispiel, du gehst zum Arzt hin und, ähm, sagst zum Beispiel, oh, ich hab, äh, das und das Problem, ja, das liegt an ihrem Gewicht, so, und dass gar nicht geschaut wird, okay, woran liegt es wirklich, sondern gesagt wird, nehmen sie erstmal ab. So, aber was ist zum Beispiel, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn es zum Beispiel medikamentenbedingt ist, äh, ne, weil man irgendwas wegen der Schilddrüse nehmen muss, äh, wenn es einfach wirklich nicht klappt, wegen Stoffwechsel, wenn es ultraschwer fällt und so weiter, und dass die Person einfach merkt, okay, ich muss das akzeptieren, so, und, und dann in den Spiegel schaut, ne, und, und sich sagt, okay, das ist mein Körper, ähm, wir, wir sind vielleicht unterschiedlicher Meinung, mein Körper und ich, ähm, aber wir kommen miteinander klar, weil man muss mit sich selber wirklich am längsten klarkommen im Leben. Das stimmt. Und dann, und dann ist es sehr gut, so einen Waffenstillstand zu haben und zu sagen, okay, so, ähm, ne, ähm, ich hab dich lieb, du hast mich lieb, wir akzeptieren uns jetzt, so, und, das heißt, ne, so, so, ein eigenes, ein eigenes Bild zu bekommen, eine eigene Wertigkeit, zum Beispiel sich nicht dann über das Gewicht zu definieren, zu sagen, okay, das ist halt ein Teil von mir, den kann ich nicht ändern oder den werde ich so schnell nicht ändern, ich muss damit klarkommen. So, und dann kommen sie damit klar, weil sie dann zum Beispiel sagen, okay, meine Qualitäten sind bap, 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 so, und, ähm, und dann zum Beispiel tragen sie das nach außen und sagen so, hey, ich fühl mich, ich fühl mich wohl, ich wiege mehr, aber das ist dann so. Und, und das dann, aber die Blicke kommen mit, hm, du belügst dich doch gerade. Ja, also nicht, dass wir das falsch verstehen, äh, äh, es ist nichts, was ich verurteile. Ähm, nein, nein, nein. Dass, dass, wenn, wenn ich mit mir selber am Reinen bin, im Grunde genommen, dass ich sage, von wegen mein Übergewicht oder, wir sprechen mal halt eben von mir, um niemanden auf den Schliff zu treten, äh, wenn ich mir im Reinen mein Übergewicht ist, dann mein kleines Problem, ähm, wo ich dann aber sage, okay, aber gefühlt gesundheitlich, äh, weiß ich schon, dass das ein erhebliches Problem ist. Ich persönlich leide beispielsweise darunter, ähm, nee, Leiden ist falsch ausgedrückt. Aber, ähm, ich, ich habe, was mein Gewicht angeht, ähm, nicht die Wahrnehmung, die mein Umfeld hat und das geht bis hin zu meinem Spiegel. Denn wenn ich vor meinem Spiegel stehe, dann denke ich dann auch immer, pff, Satan, die Ratten. Was ich da sehe, hätte ich so gar nicht, äh, ähm, gefühlt. Ähm, von daher, da sind wir ja bei der Wahrnehmung, wo ich sage, ich sehe mein Gewicht, ähm, kann weniger sein, aber nicht gefühlt das Problem an, weil es mich gesundheitlich noch nicht einschränkt. Ja. Und das ist der Punkt, das war mal besser, trotz alledem. Beziehungsweise sind wir wieder von, also bei der Vorstellung, was wir ja vor drei Stunden hatten. Ähm, nee, im Sinne von zum Beispiel, ich kenne das, ich kenne das bei mir, ich habe akzeptiert, dass ich faul bin. So, dass ich, so gerne ich auch anderen beim Sport zugucke, ähm, so, dass das, äh, also man hat zwar für das Fitnessstudio bezahlt, man hat aber auch für das Sofa bezahlt und beides muss genutzt werden. So, also ich habe akzeptiert, dass ich zum Beispiel nicht die Sportlichste bin. Ähm, dass ich auch nicht so, ne, gerade Gefallen dran finde. Kommt ja vielleicht noch, ne, man ändert sich ja. So, aber, ähm, das, ähm, zum Beispiel, ich finde, also jetzt wieder so Selbstwahrnehmung, ne, ähm, zum Beispiel, ich habe eine Stelle, die ich nicht so schön finde. So, die könnte ich ausmerzen mit, mit mehr Disziplin, dass ich sage, oh, ich möchte dieses Ideal haben, ähm, aber ich will nichts dafür tun. Also mir gefällt die Vorstellung, oder ich sehe nämlich nach dieser Vorstellung, dass ich diese Stelle nicht mehr habe, dass ich zum Beispiel, ja, schon schlank bin oder wie auch immer. Aber ich möchte nichts dafür tun. So, und ich glaube, deswegen ist man dann selber so im Zweifel, beziehungsweise, wo du das gerade sagst, so mit, äh, ne, dass man das anderen da nicht abkauft, weil man selber struggelt. Ähm, eben weil man weiß, ich müsste was dafür tun, aber ich will das nicht. So, und, und dann immer wieder vielleicht, ne, sich neu im Fitnessstudio anmeldet für ein, ein bis drei Monate und dann wiederfahren lässt und so weiter. Also. Also das heißt, wir können als, 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 ähm, wie soll man das sagen, als Team gut zusammentun. Ähm, wenn wir beide sagen, komm, wir melden uns im Fitnessstudio an, weil wir wissen von vornherein schon mal, wir haben beide keine Zeit dafür. Das heißt, wir ergänzen uns schon mal sehr gut. Das läuft von alleine. Und dann sagen wir einfach, sagen wir einfach, äh, 5. Februar 2031. Oh, das ist auch schwer. Ich weiß nicht, ob ich da schon was stehe. Da hast du was vor, ne? Da hast du was vor, ja. Ganz unwitzig gerade. Ja, genau, die Couch ist dann durch. Trigger, wollen wir noch mal ein bisschen Musik machen? Ja. Okay. Gut. Und, äh, wir kommen zu Anymare All Stars. Der größte Träumer. Aus der Playliste. Ja, nochmal herzlich willkommen zurück bei Gezeiten Records, das Magazin. Ähm, da bin ich leider etwas zu früh aus der Nummer rausgegangen. Und das war, glaube ich, ein fataler Fehler, weil, ähm, ach, arbeiten wir das mal hintereinander ab. Herzlich willkommen zurück, Trigger. Enemy All Stars, tu das Mikro aus. Genau. Hi. Enemy All Stars, ähm, hast du gerade eben noch ganz, ganz fürchterlich gefeiert, warst wieder textsicher, äh, wo ich gedacht habe, es ist schade, dass die Community das gerade nicht sehen konnte. Und dann kam Fersengold. Und dann kam ein, ich sag mal, emotionaler Zusammenbruch. Ja. Also, ähm, das war jetzt natürlich von dir, äh, so eine Achterbahnfahrt. Mhm. Weil, weil da hat man jetzt erstmal so, äh, ja, dieses, dieses, ich sag jetzt mal schwungvolle Lied und danach dann sofort runter zu pegeln auf, äh, jetzt kommt ein ruhiges Lied. Mhm. Also, das war, äh, Achterbahnfahrt. Ja, auf jeden Fall. Aber genauso hattest du mir die Titel eingereiht. Ja, aber ich wüsste nicht, dass die sofort hintereinander kommen. Ach so, okay. Da ist ja immer eine Pause zwischen. Okay. Ähm, ja gut, jetzt ist natürlich, Lekke sich ja gerade eben schon auch gefragt im Chat, ähm, Fersengold vom Zauber des, äh, Wildfräulein. Und dann hab ich dich gesehen. Möchtest du drüber erzählen? Ähm, ja. Dann tust du es. Nein, darüber rede ich nicht. Ähm, ja. Ähm, ich weiß noch, wie ich das Lied zum ersten Mal gehört hatte. Und es war so, äh, zwei Uhr morgens. Und, äh, ich hab's so, äh, ja, an so einem Schrank gewerkelt, ne? Also, ähm, den, den neu, äh, lackiert und so. Und, ähm, ja. Ja. Äh, ich hab das Lied gehört und hab mich dann auf den Boden in meiner Küche gesetzt. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt die, die Beste meiner Wohnungen. Also ich bin häufig umgezogen, aber das war so auch meine Lieblingswohnung. Und ich saß dann da und, und hab einfach nur diesem Lied zugehört. Und es ging mir richtig unter die Haut und ich hab dann wirklich angefangen, richtig, richtig zu heulen, weil ich das einfach so, so schön fand. So, weil einmal halt diese, diese Atmosphäre, die es mitbringt. Mhm. Ähm, und diese Aussage, also im, im Hier und Jetzt zu sein, ähm, zusammen zu sein für die Dinge, die einem umgeben, ähm, in, so, so diese, diese Wunderwelt in sich aufzunehmen, ähm, so und, und einfach dann wirklich, äh, also zum Beispiel diese Optionen, die gegeben werden. Ja. So, wenn du gehen willst, geh, wenn du bleiben willst, bleib, wenn du tanzen willst, tanze mit mir. Ja. So, was, was da alles so wortwörtlich mitschwingt. Ja. Ne, und zum Beispiel auch, ähm, sie fragt ja ihn dann später, weil zum Beispiel für, es ist ja quasi so ein, ein Tanz gewesen, so, aber der hat sein ganzes Leben lang gedauert. Mhm. So, also, vielleicht wusste er gar nicht, worauf er sich einlässt, ne, also für ihn, als er dann merkte, so, huch, mein, 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 mein Haar ist jetzt grau, ich, ich bin alt geworden, ne, und dann die Frage, bereust du es, so, und, und er sagt, nee, ich würde das nochmal, ich würde das nochmal eintauschen. Ja. So, und, und, ne, und dann einfach wirklich dann bis zum Ende. Findest du dich denn da drin wieder? Oder ist es der Wunsch? Also, ich glaube, da schwingt sehr viel, ähm, Seelenruhe oder die Sehnsucht danach, äh, für mich dabei. Also, einfach wirklich, ähm, jetzt werde ich emotional, ja. Mhm. Ähm. Nur wenn du es kannst. Ja, 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 ich muss, ich muss nur warten, bis meine Stimme mitmachen will. Okay. Ähm, und zwar, Hm. Zum Beispiel, ich merke in ganz vielen Situationen, dass ich eine innerliche Handbremse anhabe. Zum Beispiel, ähm, dass ich dann Zweifel habe oder Bedenken oder Ängste oder keine Ahnung. so, und, und, ähm, dass ich da nicht so volle Fahrt geben kann oder dieses, ja, so, als ob man nicht fliegen kann. Ja. So, und man möchte einfach losgelöst sein. Ja. Um Dinge hinter sich zu lassen oder um dieses Gefühl der Freiheit zu erfahren. Und was denkst du? Ja. Ja. Ich glaube, in erster Linie Sicherheit. Sicherheit. Ja. Okay. Weil, ähm, also man ist ja dann in diesem Moment, man denkt nicht an früher, man denkt nicht an die Zukunft, man ist einfach nur da. Ja. Und man existiert. Ja. Und das, ja. Ja, verstehe. Hast du sehr schön ausgedrückt. Cool. Hast du sehr schön ausgedrückt. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verdrungen. Alles gut. Das, so, so, so wirken Männer. Zieht sich wie so ein roter Faden durch den heutigen Stream. Wir sind halt Profis. Wir können das. Finde ich aber sehr schön, dass du auch, ähm, mittlerweile, ich habe dich neulich schon mal bei drüben im Stream besucht und, ähm, ich habe gelurkt. Weil, ähm, ich wollte da nicht zwischengrätschen, ähm, du hast dich da auch sehr offen gezeigt. Und ich fand das total bewundernswert, dass du das, ähm, im Rahmen der Community tatsächlich konntest, ähm, dich offen zu zeigen. Und, ähm, ich glaube, dass es auch ein langer Gewicht gewesen ist, äh, das zu lernen, ähm, dann halt eben, ähm, nicht, äh, dran zu zerbrechen, sondern einfach nur für den Moment aushalten zu können. Wenn man sagt, wenn wir drüber gesprochen haben, das sind ja auch wieder gut. Das fand ich sehr beeindruckend. Von daher, ähm, auf jeden Fall, ähm, es ist natürlich so, dass, ähm, ähm, Träger viel inspiriert in ihrem Stream. Aber, ähm, er hat auch oft, ähm, sehr viel und sehr schönen Tiefgang. Da auf jeden Fall lohnt es sich auch bei Träger reinzugucken. Träger, jetzt habe ich aber ganz uncharmant, äh, zwei Dinge noch, äh, offen. Nee, eigentlich drei Dinge. Das Erste, meine Mods haben gefragt, ob wir ein Raid-Ziel haben. Und da habe ich gesagt, das würde ich eigentlich gerne dir überlassen. Weil so eine bummelig 30 Minuten haben wir ja noch. Ähm, und wenn du sagst, oh, das wäre schön, wenn wir da hingehen können, dann sollst du auf jeden Fall das Wort haben, dass wir da hinraiden. Und meine Mods würden das aufgreifen. Hast du eine Idee? Äh, ich kann mal schauen. Was jetzt natürlich noch nicht heißt, Leute, Chat, bleibt uns bewogen. Es heißt noch nicht, dass wir uns selbst veranscheln. Hast du gesagt, Mitternacht. Ja, ja, genau, bis Mitternacht. Aber, äh, meine Mods gucken denn schon mal da drüben, wo auch immer wir hingehen, wie lange die online sind und so weiter und so fort. Weil es ist ja blöd, wenn die dann auch nach zehn Minuten dann verschwunden sind, wo auch immer wir hingehen. Aber ist das dann nicht besser, wenn ich dann jetzt, äh, zehn Minuten vor Ende gucke? Anstatt jetzt? Wer weiß, ob die dann noch da sind? Ach so, ich dachte, du hast eine Follower-Liste. Nee, okay. Okay, dann habe ich nämlich als nächstes, äh, auf dem Zettel stehen, was sind deine aktuellen Projekte? Ja. Wobei? Ähm, 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 ich bin gerade dabei, mich zu sortieren. Mhm. Ähm, also was man ja auch, glaube ich, während des Streams hier gemerkt hat, ne? Ähm, ähm, zu akzeptieren, dass ich zum Beispiel flatterhaft bin, dass ich mich, ähm, schlecht festlegen möchte oder kann. Ähm, dass ich zum Beispiel auch, ähm, merke, so, ich muss das gar nicht. So, ich muss mich nicht für einen Beruf entscheiden und das dann durchziehen, weil sonst hätte ich, keine Ahnung, verkackt oder ich wäre, Entschuldigung, das wird schon wieder ausgepiept. Ähm, nee, aber, aber so, so, man denkt immer, man scheitert, ne? Ne, wenn man jetzt nicht, ähm, ähm, ein gewisses Bild erfüllt, ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn man, ähm, Leonardo da Vinci nennt, ne? Mhm. So, er hat alles möglich gemacht. So, der, der hat sich dafür interessiert und dafür und dann Physik und dann Kunst und dann Bob. So, und wir, wir feiern ihn so als Genie, so, boah, der war ja so vielseitig. Ja. Aber heutzutage, wäre er jetzt heutzutage da, würde man sagen, ähm, 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 da kann sich ja nicht so festlegen, ne? Ja, ja, ist in der Gesellschaft dann nicht einzuordnen, ist nicht belastbar oder sowas. Ich glaube, dieses nicht belastbar, das wird, das wird diesen Menschen, ähm, die, die flatterhaft sind, auch viel zugeschrieben. Gut, wenn ich meinen Lebenslauf nehme, der sieht aus wie ein bunter Blumenstrauß, aber trotz alledem würde ich wahrscheinlich alles nochmal genauso machen, ähm, wie ich es bisher getan habe. Ich habe allerdings auch Dinge aufgegeben, die, die ich heute nicht mehr aufgeben würde. Also du würdest nochmal tanzen? Ich würde nochmal, woher weißt du, dass ich getanzt habe? Wegen Bildbräulein. Aha. Okay. Ähm, ja gut, ich habe tatsächlich getanzt. Aber du hast auch getanzt, so, guck mal, das wusste ich natürlich. Ja, ja, mhm. Nein, ich habe, ich habe, äh, für, für einige, ähm, Stücke am Theater musste ich dann tatsächlich tanzen. Ja, das stimmt. Und ich habe es nicht gemocht. Ich habe es nicht gemocht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, das sieht auch aus wie ein bunter Blumenstrauß im Grunde genommen. Äh, ich würde es aber alles halt eben nochmal so tun. Aber ich habe auch genau das, was du jetzt gerade sagtest, äh, gemerkt, dass die Gesellschaft dann so, pff, na ja, gut, der will sich ja nicht festlegen und so weiter und so fort. Äh, muss man einfach lernen mit zu leben. Das ist so, ne, ich bin für mich da und nicht für die Gesellschaft. Das ist eigentlich, denke ich mal, so die Kernaussage da drin. Ja, so, und, und, ähm, es wird halt immer so gesagt, so, ja, man hat nur ein Leben und, zum Beispiel, früher hatte mich das, also, so, zur Teenie-Zeit hat mich das sehr unter Druck gesetzt. Weil, weil ich dann zum Beispiel immer dachte so, oh, ich muss immer Leistung bringen. Also, so, jeder Tag zählt und Carpe Diem und du musst was erledigen können, ne, du musst was schaffen, weil, äh, sonst ist das so verschwendet und dies. Und das und all die Gedanken, die man sich macht. Klar, aber ich sag mal. Vielleicht kann einer von euch sich damit identifizieren. Aber gerade als Kind ist natürlich klar, äh, du nimmst das, was, was Eltern, was, was dein Umfeld zu dir sagt. Aber, ähm, es ist ja tatsächlich eigentlich die Gesellschaft, die das von dir erwartet. Und das ist auch mal dieser Punkt, dass man, ähm, was haben wir vorher am Anfang gesagt, äh, versuch du selber, die Kopie von dir selber zu sein. Ähm, nee, Kopie nicht. Was hatten wir gesagt? Äh, Perfektion. Die Perfektion von dir selber zu sein. Ähm, aber das. Das ist ja etwas, äh, ja, was die Gesellschaft, ähm, nicht tolerieren kann. Vielleicht aber eigentlich auch, weil das der Wunsch drauf verfielen ist und die es nicht einfach nicht anfassen, ne? Die nicht den Mut haben, das zu tun. Ist auch immer eine Existenzfrage. Muss man natürlich auch dazu sagen. Man muss ja auch irgendwo im System überleben. Ja, also dazu kommt ja, dass, äh, das System, wie du es jetzt genannt hast, ähm, darauf ausgelegt ist, auf so eine permanente Ungenügsamkeit. Im Sinne von, ähm, sagen wir jetzt mal Twitch, ne? Mhm. Ähm, ähm, es wird alles über Zahlen geregelt. Das heißt, dein, dein Wert wird auf einen, auf einen Zahlenwert geprägt, ne? Wie viele Zuschauer hast du? Wie viele Follower hast du? Und so weiter. Und du definierst dich dann darüber. Und, und zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt, ähm, anfängst und du hast fünf Zuschauer, so, und das sind natürlich die tollsten fünf Zuschauer, so, und du denkst so, boah, da kommen extra fünf Leute für mich her, so, und wir verbringen uns einen geilen Abend, so, und, und dann, zum Beispiel, hast du beim nächsten Mal 30 Leute und denkst dir so, boah, geil, so, und, und du denkst so, oh, also, ne, du verknüpfst dein deinen eigenen Wert damit, deine eigene Existenz, äh, oder deine Daseinsberechtigung, so, einfach weil du das so begreifen kannst, ne? So, und dann das nächste Mal, wenn dann aber nur zehn Zuschauer da sind, dann denkst du, oh Gott, oh Gott, es liegt an mir. Was hab ich falsch gemacht? Hm? Was hab ich falsch gemacht quasi? Da muss ich dann vielleicht die Frage... Ja, oder, 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 oder ich bin nicht interessant genug, oder, boah, boah, boah. Es gibt tausend Faktoren, so, vielleicht hast du an einem Feiertag gestreamt, so, also, ne, es kann alles sein, ne, oder... Diese Gespräche hab ich tatsächlich, die hört man ja tatsächlich öfter, wenn man Streamer ist und mit Streamern spricht, ähm, und, ähm, ja, das hört sich blöde an, weil das glaubt auch keiner. Für mich sind im Prinzip meine Einschaltquoten, nenne ich sie jetzt mal, äh, sind für mich nicht wichtig. Ähm, gerade jetzt im Talk, ähm, für mich ist entscheidend, wenn der Talk vorbei ist, ähm, dass ich dem, dem Gast, ähm, ähm, die Bühne lassen konnte, ähm, dass, dass der Gast, ähm, selber wirklich ausreichend gut nach seinem eigenen Gefühl rübergekommen ist, dass er das mitteilen konnte, was er, äh, wollte und die oberste Prio, die oberste Prio von allem, dass der Gast rausgeht und sagt, das war ein schönes Gespräch und ob da jetzt 200 oder zwei Leute zugeguckt haben, ist völlig unwichtig. Wohlgleich ich aber dann wieder meine, meine Zuschauerzahlen nehme, äh, um meinen, meinen Cross-Promotion im Prinzip halt eben zu analysieren. Wie hat meine Werbung funktioniert? Das sehe ich aber gar nicht an den Leuten, die aktiv im Chat sind, das sehe ich an den Leuten, die reingeklickt haben und gar nicht bei Twitch angemeldet sind. Äh, das finde ich dann viel interessanter. Äh, aber den Stream selber, auch wenn es Musik ist, äh, wenn ich Musik mache und da waren 15 Leute und die können nachher sagen, wir haben einen schönen Abend verlebt, weil wir sind gekommen und haben vier Stunden da halt eben bei Gezeiten verbracht, dann habe ich alles richtig gemacht. Ähm, dann ist es für mich viel, viel wertvoller, als wenn 400 Leute zugeguckt haben. Deswegen, ich gucke schon mal auf die, eigentliche Zahlen halt eben, natürlich, klar, um zu sehen, was passiert da im Chat, ist da Interaktion, fühlen die sich wohl, ähm, aber sie sind für mich jetzt nicht qualitätsaussagend. Ja, das ist es halt. Ähm, wir würden das gerne über Qualität machen, aber, ich sag jetzt wieder, das System, ähm, drängt uns das so auf mit Quantität. Ja. Weil das natürlich marktwirtschaftlich Sinn macht. Ja, klar. So, und, und, das finde ich halt so lästig. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht so über, über Twitch reden und Streams und so, alles gut. Das wäre jetzt nämlich noch die Frage gewesen, Projekte in der Zukunft, ähm, deine Lebensprojekte, beziehungsweise was passiert in Zukunft bei dir im Channel? Ähm, ja, also bei mir steht ja radikale Veränderung an, im Sinne von, ähm, um ein Bild zum anderen zu gehen. Ähm, ja, ich muss wieder so sitzen, ne? Also. Kannst du dich in die andere Richtung, sonst wenden wir uns voneinander ab, das ist blöd. Oder wir sitzen Rücken an Rücken, das geht auch. Ah, und dann so wie so rund, ne? Ja, das hat was. Ja, da sehe ich uns. Das wird ein schönes, äh, wie nennt man das? Thumbnail? Du wirst es nicht glauben, ich habe ja auch zum Teil Leute hier auf der Couch sitzen und wenn die Leute hier vor Ort sind, dann machen wir immer nochmal eben ganz kurz so ein Selfie zu zweit. Ähm, und die hängen draußen bei mir im Flur, wenn du reinkommst, ne? Ähm, das heißt, dass jeder Gast, der schon mal da war, hängt mit mir zusammen da in Schwarz-Weiß an der Wand, aber das mache ich mit den Streams genauso. Und du kannst dir ja jetzt wohl denken, was ab nächster Woche da draußen im Flur hängt. Für mir beide Rücken an Rücken halt eben da, ne? Weißt du schon mal was, wie es dann aussieht? Okay, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber genau über dem Altar, ne, wo du mich anbetest. Das, äh, erwarte ich dann, ja. Ja. Ich sehe doch Zweifel bei dir. Ja, aber mehr bautechnisch, weil da drüber ist nicht mehr so ganz viel Platz. Es reicht mir auch ein kleiner Schrein. Ja, gut, okay. Also ein Kerl reicht. Teelicht. Ich kann nur ein Teelicht. Mehr als Teelicht, da kriege ich da leider nicht hin. Guck, mein Götterkomplex ist jetzt nicht gut, ne? Okay. Ja, genau. Also es kommen viele Veränderungen. Also, ich bin jetzt gerade dabei, mit Unterstützung eine Wohnung zu suchen, zu finden. Schon wieder umziehen? Hm? Willst du schon wieder umziehen? Ich wohne jetzt aktuell bei meinen Eltern. Ach so, okay. Beziehungsweise nur übers Wochenende. Okay. Deswegen habe ich gesagt, ich bin eingeschränkt, was das angeht, weil ich kann halt nur Samstag, Sonntag, weil gerade bin ich stationär in der Klinik. Mhm. Und deswegen sage ich, ja, ich bin gerade dabei, Selbstversorge zu machen, beziehungsweise mein Leben zu sortieren. Mhm. Und, äh, ja, das geht dann bis, ähm, Mitte, Mitte Februar. Und danach möchte ich, ähm, den, den Stream zum Beispiel auch auf die Kette kriegen. Ähm, bisschen festeres Programm. Also mir selber auch mehr Struktur geben. Weil im Moment ist es so, ich stream mal dann, mal dann und so. Und ich bin dann, also ich gebe den Leuten schon eine Hürde, dass sie mich mal live erwischen. Ja. Also das, ja. Will ich wohl bestätigen. Ja. So, und, ähm, da möchte ich halt ein bisschen fairer sein, auch mir selbst gegenüber. Ähm, dann zum Beispiel auch wirklich mal Projekte durchziehen, auf die ich Lust habe. Ähm, dann mein großes Uff-Moment. Dann was? Ähm, loswerden. Mein Uff-Moment. Und zwar, ich verspüre so eine Antriebslosigkeit im, im Sinne von, auf, auf alles bezogen. Zum Beispiel, wenn ich aufstehen muss, uff. Wenn ich sitzen bleibe, uff. Wenn ich liege, uff. Und so weiter. Und das, das möchte ich, ähm, so, ähm, verinnerlichen. Mhm. Dass, dass ich, ähm, so ein bisschen mehr Disziplin wieder aufbaue. Mhm. Ähm, ähm, oder, oder ein bisschen mehr Psychohygiene und so. Ähm, dann zum Beispiel auf, äh, 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 also zum Beispiel, ich weiß immer noch nicht, was ich arbeiten möchte. Ähm, und ich habe jetzt gelernt die letzten Wochen, dass der Beruf, den ich mache, muss nicht meine Berufung sein. Es wäre natürlich schön gewesen, aber ich glaube, ich bin zu, ich bin zu pf, um, äh, mich, äh, so festzulegen. Und ich überlege, ob ich dann zum Beispiel verschiedene Bereiche mache. Und zum Beispiel vielleicht Teilzeitjobs mache, aber in verschiedenen Bereichen. Mhm. Und dann werde ich natürlich, äh, hier, ja, äh, ne, äh, Lotto spielen und gewinnen. Oh. Und ich werde das keinem sagen. Ich komme ja hier oben aus Cuxhaven, ne? Und in Bremerhaven, ist 30 Kilometer südlich, wo ich übrigens geboren bin, 30 Kilometer weiter südlich. Da hat jemand den Jackpot geknackt. Mit 107 Millionen Euro. Der wird nicht mehr glücklich. Boah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man gar nicht fassen, sowas. Naja. Ich würde ihn mal fragen. Nee, das ist, das ist ja wirklich, das ist ja viel zu viel eigentlich. So, wir, wir, also es ist ja schön, diese finanzielle Absicherung zu haben. Und, äh. Das beruhigt, ja. Und, äh, wenn du ein Schaus, ne? Ja. Dann, dann was, was, ähm, 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 keine Stiftung machen, ne? Dass das Geld sich irgendwie vermehren kann, et cetera. Naja, guck mal. Also, schnau anlegen und, und dann einsame Insel, weil sonst kriegst du keine Ruhe mehr. Ja, klar, keine einsame Insel. Aber guck mal, das ist ja so dieses Ding im Endeffekt, wenn ich, ich starte mal eben meinen Rechner. Pass mal auf. Ähm, wie mache ich das da? So. Du startest deinen Rechner? Äh, ja, mein, 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 mein Taschenrechner auf dem PC. Ach so. Ich dachte so, hä? Hä? Wie ist der, Mann? Ja, das ist, äh, eine ganz wilde Sache. Ich lese ein bisschen Chat. Pass auf. Genau, liest du mal Chat. Ich rechne mir jetzt aus, du bist jetzt 30, knapp 30. Ähm. So. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Wie alt möchtest du werden? 90? Äh, 200 reicht. 200? Ja. Denn überlebst du ja alle. Das ist doch nicht schön. Ich bin, ich bin unsterblich. Bis ich das Gegenteil bewiesen habe. Ich bin das Gegenteil. Ich habe 30 aufgehört, älter zu werden. Mein Körper weiß es noch nicht. Okay. Aber trotz alledem ist es so. Der, der, der Körper, der macht eh sein eigenes Ding, ne? Ja. Ja, ja, ja. Also man lebt sich auch so auseinander, ne? Ja, ich habe mich ganz tüchtig auseinander gelebt. Guck mal, ähm, oh, das ist doch krass. Deine, deine, deine Theorie mit, wir legen Geld an, kannst du knicken. Guck mal, das, wenn, wenn, selbst wenn du sagst, ich packe mir das ins Kopfkissen, was gar nicht passt, weil du müsstest dann im Stehen schlafen zukünftig, hast du monatlich 148.000 Euro zur Verfügung. Da brauchst du nichts anlegen. Ja, du brauchst fast viel Geld. Ja, es gibt ja, es gibt ja den Spruch, äh, Geld verdirbt den Charakter, ne? Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Geld macht ihn nur deutlich. Das finde ich gut. Ja, das stimmt. Das finde ich gut. Ja, da ist was Wahres dran. Das stimmt. Das stimmt. Aber warum lebt man den Charakter denn vorher nicht aus, erst wenn man das Geld hat? Vielleicht, wenn man vorher auf bestimmte Sachen angewiesen ist, die man dann nicht mehr hat. Also, das kann man dauerhaft. Also, ich glaube nicht, dass ein Mensch sich dauerhaft verstellen kann. Es kommt eine Zeit, irgendwann, dann merkst du das. Man kann sich aber gewöhnen, gewöhnen an etwas. Ja, das stimmt. Also, wenn man dann plötzlich Luxus hat und dann halt auch, vielleicht dann, haben wir hier im Chat irgendwie Neureiche, die das mal erzählen können? Wie ist das Leben als Millionär oder Millionärin? Sag mal. Los. Los, sag mal was. Ich nehme mir erst was zu schreiben. Ich muss mir den Usernamen dann aufschreiben. Warte mal. Vielleicht kommt Calls, aber dann mit dem Körperdenk. Aber du sagtest gerade schon, bevor ich angefangen habe zu rechnen, du wolltest mal auf den Chat eingehen. Der ist jetzt irgendwie so völlig am lieb vorbeigeschlittert, aber es kamen doch keine direkten Fragen, weil die Motze haben ja nichts in die Regie geschrieben. Ja. Aber die scheinen sich zu amüsieren. Der Chat hat alle Fragen geklärt. Und untereinander. Okay. Und ganz lieb ist da. Ganz lieb ist auch da. Ja, ganz lieb ist ein Bekannter von mir drüben aus dem Chat von Rezina. Kennst du Rezina? Die war bei mir auch schon, ist auch eine Streamerin. Ja, logisch klar. War bei mir auch schon im Talk. Ja, vielleicht auch, ja. Und da habe ich ganz lieb drüben kennengelernt. Ja, ist auch immer sehr lustig mit dem. Aber der Name ist schon witzig, ne? Der fällt auf, kann man nicht ganz anders sagen. Und der zweite Account heißt dann geht so. Das ist schon eine coole Idee. Ja, ich glaube, der Chat, der funktioniert gerade ohne uns. Würde ich nicht. Ja, ja. Das ist cool. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Weißt du, was ich schön fand? Erzähl. Du hast ja gesagt so, ja, das geht so zwei Stunden, ne? Und wir haben drei Stunden gebraucht, um überhaupt so sechs Lieder von acht durchzukriegen. Wir hatten eine Menge Text, das muss man wirklich sagen. Und Träumer, Träumer haben wir auch noch gar nicht besprochen. Träume? Träumer, das Lied. Ach so, nein. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir quasseln zu viel. Wir quasseln zu viel. Nein, das Ding war natürlich, ich war jetzt durch Fersengold so dermaßen, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht auf Träumer gehen, weil das war ja eine völlig andere Basis. Du hast ja mitten noch in Fersengold drin gesteckt. Erzähl mal Träumer. Hätte ich das gewusst, dass es wirklich noch besprochen wird. Ich dachte so, ach. Hast du das nicht gerade, hast du mir nicht den Wolli geliefert? Ich hör mir selbst nicht zu beim Reden. Ach so. Ich bin dann auch sehr überrascht so. Huch, war ich das? Größer Träumer. Also erstens, ich habe eine Schwäche für Lieder, die man so aus der Kindheit kennt, weil zum Beispiel die auch so aufbauender sind. Also klar gibt es auch Lieder so für Erwachsene, die dann sagen, hey, das wird schon und so. Aber zum Beispiel jetzt bei Anime-Liedern oder so, da hast du halt dieses Empowerment, also halt im Sinne von, man wird bestärkt und das wird schon. Und zum Beispiel dieses Lied ist herrlich, herrlich indirekt. Also unspezifisch. Zum Beispiel, warte, warte mal, warte mal. Ich war eben ganz am Rande. Träumer war vorhin schon wieder völlig textsicher. Ich konnte das von den Lippen ablesen, was da gesungen wird. Also die kennt jedes einzelne Wort in dem Track. Ja. Was lustig ist, ich höre tatsächlich, also das Lied schon, aber ich höre auch ganz viel so auf anderen Sprachen. Und ich habe mir halt Mühe gegeben, dann halt nur Englisch und Deutsche Lieder rauszusuchen. Okay, bis auf ein Französisches. Aber ich höre so viel eigentlich. Aber wenn das so viele fremdsprachige Lieder sind, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ihr wisst ja, wie das gemeint ist. Wenn das so viele fremdsprachige Lieder sind, was holt dich da erstmal ab? Die Melodie, das Arrangement und beschäftigst du dich anschließend dann auch noch mit dem Text und dem Inhalt oder bleibt es dabei, dass es das Lied ist? Ähm, boah, boah. Wie viele Stunden hast du Zeit? Was dauert jetzt? Ich muss mich kurz überlegen. Meine Schwester hat goldene Hochzeit. Morgen Mittag um 12 Uhr muss ich beim Essen sein. Gut, gut. Wir schütten dich mit Kaffee zu, merkt keiner. Ja, läuft, läuft. Wir machen einfach so eine Pappstandfigur von dir, stell wieder hin. Passt doch dann. Wieder so ein Freeze? Ja, 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 ja. Genau, wie du dann einfach so, da stehst du. Ja. Fällt nicht auf, hält nicht auf. Ich finde das bei YouTube, die machen sich ja immer so, wie heißt denn das, dieses Bild vorne, was du bei YouTube einbaust? Thumbnail. Thumbnail, ja. Heißt das da auch? Thumbnail? Das höre ich so. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Ja, mein schon. Aber das finde ich immer so witzig, wie sich denn einige darstellen, so. Hä? Oh Gott, jetzt sind wir durchgeknallt. Aber das ist schön so. Aber, Träumer, du weichst schon wieder aus. Ja, ja, ja. Ja, nee, also, ich habe zum Beispiel eine Schwäche für Disney-Lieder, weil du es ja eben gerade noch gefragt hast, wegen anderen Sprachen. Ich liebe Sprachen. Es ist nicht mehr schön. Und zum Beispiel jetzt bei Disney-Liedern ist das Schöne, dass es halt so übersetzt wurde in alle möglichen Sprachen. Und ich habe zum Beispiel, es war noch in der Schulzeit, als gerade so YouTube aufkam und so, da habe ich solche Übersetzungsvideos gemacht. Ach. Ja, also zum Beispiel mit Untertiteln und so weiter. So, oder, oder, äh, Multilanguage oder wie auch immer. Gibt es da irgendwas zu sehen? Also, sprich, hast du mal was veröffentlicht? Den Kanal gibt es tatsächlich noch. Und ich habe immer noch Leute drauf. Obwohl der seit, 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 seit 15 Jahren oder so nicht mehr aktiv ist. Und ich sage ihn dir nicht. Äh, ne. Gut. Motz, den Link bitte mal eben in den Chat. Danke. Das ist, ähm, noch mit, äh, Windows Movie Maker und so gemacht. Ja, ja. Ja, aber wieso? Das ist doch vorzeigbar. Wenn du ein Video nimmst und im Prinzip das untertitelt hast, wo ist denn da das Problem? Nee. Nee. Willen sie mich da nicht. Nee. Ähm, aber, sag mal eine Sprache. Wir machen mal einen Test. Also, ich finde, ich finde, japanisch und, äh, ähm, 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 japanisch finde ich interessant und ukrainisch finde ich interessant. Vor allem, weil ich, ähm, eine sehr gute ukrainische Freundin habe. Kann ich mal Ihnen ganz kurz erzählen. Ähm, ich habe in der Ukraine, äh, eine sehr gute Freundin und, äh, die spricht halt ukrainisch oder, äh, Englisch. Und wir sprechen miteinander über Skype, weil Skype hat ja einen simultanen Übersetzer. Und, ähm, nun habe ich das eine Mal, hatte ich Dienst und dann mussten wir, äh, in eine Unterkunft für Flüchtlinge hier und haben da eine Frau abgeholt mit ihrer Tochter, weil die Tochter sich verletzt hat. So, und dann kam ich mit der so ins Gespräch, weil, äh, wir haben immer Google-Übersetzer genommen, ne? Ich habe da reingequatscht, sie hat gelesen und ging immer hin und her. Und irgendwann kam dann raus, dass ich eine gute Freundin in der Ukraine habe, in Odessa. Und, äh, wieder... Ja, Odessa ist schön. Ist eine schöne, wunderschöne Stadt, auf jeden Fall. Ja, so, so, so am Strand. Mhm, herrlich ist das. Und, ähm, wie, wie das Zufall das wollte, meldete sich diese Freundin halt eben bei mir. Gerade in dem Moment. So, und dann haben wir dann über, über, äh, Dingsen, über Skype gequatscht und so weiter. Und, äh, die, die, die Mutter von der Patientin saß neben mir und haben so gequatscht. Und irgendwann, ähm, hat sie sich dann amüsiert, weil man hat trotzdem Übersetzer, man redet immer so ein bisschen aneinander vorbei. Man muss sich zusammenreimen, was der andere wohl gerade gesagt hat. Ich glaube, das ist ukrainisch, den Umweg über Englisch schnitt, um ins Deutsche zu kommen, weil das mit der Grammatik ist komisch. Und sie amüsierte sich. Und irgendwann nahm sie dann mein Handy und hat dann mit meiner Bekannten direkt gequatscht. Das heißt, also Mutti war erstmal eine Viertelstunde besetzt, äh, die, die war beschäftigt. Die hat sich mit meiner Bekannten in der Ukraine unterhalten. Und das Ende von dir, die haben sich gut, äh, amüsiert und haben wahrscheinlich auch verabredet, dass sie sich jemals sehen. Und dann sagte sie abschließend zu mir, ich soll ihnen aber einen schönen Gruß von ihrer Freundin bestellen. Sie würde dich gerne mal besuchen in Deutschland, aber nicht, solange du kein Ukrainisch lernst. Also, ich habe den Auftrag verstanden. So muss ich jetzt halt eben, und da die Frage, die du gerade hattest, ukrainisch interessant finden. Ja, ähm, was in Richtung Russisch geht und so, ähm, kann ich, kann ich schlecht. Also, zum Beispiel auch Arabisch, ähm, wo es ja das, ähm, ähm, es gibt ja das H und das H und das H und das kann ich zum Beispiel nicht. Und zum Beispiel auch im Isländischen, im Isländischen gibt es auch einen, äh, einen Ton, der ist so, ähm, also, das ist so ein, so ein verschnupftes, nasales N. Ja. So, ähm, so, das wär's. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht trauen. Ähm, aber ihr habt keine Schweine. Aber zum Beispiel, wo du das auch sagst, so mit, man muss sich das zusammenreimen, ne? Ähm, vielleicht nochmal eine Anekdote. Ja. Wir überziehen, oder? Ist völlig, völlig egal. Also, ich hab grad eben schon gelesen, Black Pearl ist einer meiner Mods. Der hat auf jeden Fall geschrieben, wenn wir bis Mittag machen, ich bin dabei. Oh, das stimmt. Ja. Ja. Berndi und Strom. Okay, alles klar. Ähm, äh, okay, okay, ähm, und zwar, äh, ich war früher dann auch in so Sommercamps und, äh, die waren dann häufig international aufgebaut. Aus, 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 kamen die dann. Ja. Und, jetzt muss ich gucken. Ja, nicht, dass gleich das Internet abgeschaltet wird. Nein. Überwachsum. Ähm, okay, nee, und da war eine aus, ähm, wo haben sie nochmal her? Äh, äh, Moldawien. Äh, aus Moldawien. Aus, aus Moldawien. Und, ähm, ich hatte sie dann gefragt, so, hey, wo ist denn Mareike? Und sie wollte mir halt unbedingt auf Deutsch antworten, hat dann ihr Wörterbuch, das war noch zu Zeiten, wo man Wörterbuchbücher hatte, ähm, kennst du vielleicht noch, ne? Mmh, 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 so. Ich kenn das mal. Ähm, aus, aus deiner Zeit, wo du noch 29 warst. Ja. Und, ähm, so, und, und, äh, ne, dann hat sie so geblättert und hat dann gesagt, so, sie wollte sagen, Mareike ist am Lagerfeuer. Ja. Aber sie hat gesagt, Mareike ist auf dem Scheiterhaufen. Das war einfach wunderschön, wunderschön. So ähnlich ist es mir auch mit meiner Bekannten ergangen, muss man da vorher erzählen, ähm, sie hatte ihr Zimmer renoviert. Und irgendwann vermisste sie halt eben ein paar Schuhe, die sie in einen Schuhkarton gepackt hat. Hatte sie mir denn erzählt und dann sagt sie, das ist ein bisschen ärgerlich, weiß gar nicht, aber kann da nicht weit weg sein, weil hat ja die Wohnung nicht verlassen. Zwei, drei Tage später fand sie dann diesen Schuhkarton, der stand bei ihr unter dem Bett, sie konnte sich nicht erklären, wie es da hingekommen ist. Das allerdings habe ich so nicht verstanden, weil sie sagte dann, äh, bei Skype, ähm, also in, äh, ukrainisch, ich habe übrigens meinen Karton mit Schuhen wiedergefunden. Und bei mir kam auf Deutsch an, ich habe den Atomkoffer unter meinem Bett. Ich fing an zu lachen und mittlerweile kennen wir das ja, das ist so ein Running Gag, wenn die andere Seite anfängt zu lachen, weißt du genau, da ist gerade mit Übersetzung irgendwas schief gegangen. Und meine Herausforderung war jetzt, das war jetzt so gut, dass ich denn irgendwie, äh, ihr klar machen musste, was bei mir rausgekommen ist. Und ich jetzt hoffe, wir haben kein Problem, dass in der Ukraine ein Atomkoffer unterm Bett steht. Ja, also ich, solche Sachen kenne ich. Vielleicht war es ja ein freudscher Versprecher. Meinst du, sie hat die Wahrheit gesagt? Nee, aber, aber, nee, du brauchst ja noch nicht mal eine andere Sprache, sondern, äh, stell dir vor, du hast das Handy an und Autokorrekt. Ja. Und plötzlich bist du im Kindermörder. Ja. Ja, ja, so, ja. Also dieses T9 bei mir nutze ich auch nicht, weil, also erstens mal, meine Finger sind zu dick, um das richtige Wort rauszusuchen, keine Ahnung, ähm, dann schreibe ich dann doch halt eben meinen Satz komplett. Was dann auch schon manchmal sehr merkwürdig ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Okay, du hattest, du hattest eben japanisch gesagt. Genau. Aber, ähm, ein schnelles Lied oder ein langsames? Ich glaube, ein langsames können wir besser verstehen, den Text, also verstehen nicht. Aber ich kann nicht singen, ne? Du kannst nicht singen? Machst du auch nicht Karaoke bei dir im Stream? Oh, nee, würde ich mich voll nicht trauen. Okay. Also, ähm, Leute, das ist der Moment, wenn ihr auf Mute drückt, nee, dann, dann leidet ihr weniger. Nee. Okay. Jetzt singt sie nur für mich. Chats, sie singt nur für mich. Ansonsten, mute, mute mal den Stream jetzt und, äh, überspielt das mal. Ihr könnt selber singen und euch vorstellen, dass ich das, dass das meine Stimme wäre. Vielleicht witziger dann. Ähm, okay, japanisch. Okay. Äh, ja, hab eins. Ähm. Äh, ja, hab eins. Äh, ja, hab eins. Äh, ja, hab eins. Äh, ja, hab eins. Das ist jetzt tatsächlich ein Lied, was existiert und jetzt nicht so like Harpe Kerkeling, der ja sowieso alle Sprechen sprechen kann. Äh, übersetzt, äh, love will find a way. Äh, ja, hab eins. Äh, okay. Weil gerade bei einer solch vermeintlich schweren Sprache, ich weiß jetzt nicht, ob ein Japaner ein schweiniges Gelächter ausgefallen wäre, wahrscheinlich aber nicht. Ähm, aber, äh, dass, dass er sagt, die hat einen ganz komischen Akzent. Nur, äh. Äh, ähm, das wurde mir im Chinesischen gesagt, ne, eine Freundin hat mir zurückgemeldet, dass mein Akzent klingt wie aus Shanghai. Ach, wie witzig. Gerade völlig fasziniert. Ja, also sie kam aus Hongkong und sie meinte, ich hab so einen Shanghai-Akzent. Okay. Und zum Beispiel, zum Beispiel im Niederländischen klinge ich wie, äh, aus Belgien. Also flämischen Akzent. Es ärgere ich mich natürlich gerade, dass ich, äh, nicht Niederländisch gesagt habe, weil Niederländisch finde ich eine wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz süße Sprache. Äh, welches Lied denn? Schnell, langsam? Naja, ich sag mal, langsam werden wir wahrscheinlich noch am besten identifizieren können, oder? Okay, okay, ich, ich nehme ein leichtes Lied. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Ein für ein beträd ich alle Träden von der Trab, die leiden, dass man der wahrste besieht. Und plötzlich bedenk ich mit der Dördruck in meinen Hand, dass ich eigentlich nichts lieber will, dann dit. Ne? Cool. Cool. Ähm. Ähm. Oder, oder, äh. Hier bin ich. Ähm. Ähm. Hier bin ich. Mit dem Openblick Wat ein herrlich Leve Hier bin ich Ja. Cool. Cool. Aber interessanterweise du sagst aber Karaoke singen würdest du nicht. Das heißt Englisch und Deutsch, wo du sagst, no way. Das ist auch gerade Premiere. Achso, okay. Übrigens, jetzt kommt ein Wildflex. Oh Gott, ich komme mir voll arrogant vor. Aber wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Damit man mal sieht, wie verrückt ich bin. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich Autist sei. Aber warum nur Emotes? Weil wir gerade eine Bot-Attacke haben. Aber lass uns nicht darüber stören. Oh, du hast Follower. Ja, von einem Bot. Herzlichen Glückwunsch. Zählt auch. Nee, dasselbe Lied zum Beispiel auch. Ja. Ähm, äh. Äh. Oh Gott. Das ist doch cool. Das war isländisch. Das ist ein bisschen. Wahnsinn. Aber das ist ja noch nicht so, dass du von... Este soy Legando Libra Mundo Sin Temor Mi vigor Y Juventud Metra la Lugá Que me da Luz Otro Mundo Me despierta Viva que un latido de alma nueva Esa tierra Esa tierra Esa tierra Que me está esperando Eme aquí So, und wenn jetzt jemand Spanisch kann, ist es tut mir leid. Also, ich kann kein Spanisch, aber es hörte sich verdammt authentisch an. Das fand ich schon mal sehr schlecht. Jetzt, was mich dabei interessiert, wenn ich selber im Prinzip irgendeinen Titel hatte, ich habe da mit Coverbands halt eben auch produziert und das war dann manchmal, da kommt ein neuer Titel raus, der muss das Repertoire aufnehmen, du nimmst das Original, schreibst ja den Text halt eben raus. Englisch, Deutsch kriege ich ja noch hin, wenn ich den Text da rausschreibe. Aber wie, wenn du jetzt sagst, von wegen, oh Mensch, das ist ein spanisches Lied, das gefällt mir und ich will den Text haben, aber du sprichst ja erstmal gar kein Spanisch. Machst du das in Wortlautschrift oder wie läuft das dann? Ja gut, Spanisch habe ich mal studiert. Ich habe ja alle studiert. Toll, tausend Eimer mit Honig. Astronautik, Astronautik fehlt noch. Astronautik, achso, okay. Ja, 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 aber es kommt noch. Ne, ja, also zum Beispiel, ich habe gemerkt, also ich habe früher total gerne übersetzt und ich habe gemerkt, dass es leichter ist, von einem Sprachsystem, was komplett unterschiedlich aufgebaut ist, ins Deutsche zu übersetzen. Also zum Beispiel von Spanisch ins Deutsche zu übersetzen ist leichter als Niederländisch ins Deutsche. Weil nämlich, zumindest bei mir ist das so, dass ich dann zu einer Versuchung komme, möglichst nah heranzugehen, also möglichst dieselben Wörter zu nehmen, die aber eine andere Bedeutung haben. Ja. Also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ähm, im Holländischen kannst du sagen, ähm, ähm, ja, ich bin dicht. So, also, ne, das, das bedeutet so, ähm, du bist nah, ne, du stehst mir nah. So, und wir würden nah benutzen, wir würden nie benutzen dicht, ne, also du bist ja nicht mehr ganz dicht. Das, ja, aber nicht so, du bist mir dicht. So, und, und das ist halt die Gefahr, weil es gibt so viele, ähm, falsche Freunde oder, oder, ne. Äh, zum Beispiel auch, wir haben das Wort vorhin, das gibt's im Holländischen auch, oder im Niederländischen. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt ein Wort, das, äh, heißt vorhin, ne, und das klingt halt wie vorhin. Aber vorhin bedeutet wirklich früher. Ach so, ah, okay. Also, wenn du, wenn du sagst, ja, ich hab vorhin mit ihr gesprochen, dann so, ja, wann denn? So, jetzt, ne, vor, vor drei Wochen oder wann? Ja. Ja. Ähm, jetzt, ich, ich komm ja aus dem Norddeutschen und hier im Norddeutschen haben wir ja viel Plattdeutsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, mir manches Mal, wenn, wenn ich in die Niederlande fahre, ähm, das, das Plattdeutsche, zumindestens, was das Verstehen angeht, weiterhilft. Das auf jeden Fall. Ja. Äh. Ja, auf jeden Fall, weil, weil, ähm, Niederländisch ist häufig, ähm, Niederländisch ist häufig so die Brücke zwischen Deutsch und Englisch. Ja. So mit, äh, französischen Einflüssen. Ähm, zum Beispiel, wir sagen Krop, ne, ähm, aber im Englischen heißt es ja Head. So, und dann fragen wir uns so, hä, wie kann das denn gehen? Ja, ja. Wegen Head. Ja, aber, ähm, zum Beispiel im Holländischen ist es dann Hoeft, ne, so, oder Hoeftje. Und, ähm, dann abgeleitet von Haupt, ne, das Haupt. Ja, ja. Ja, so. Und, 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 und die benutzen halt noch viele Ausdrücke, die bei uns aber schon so veraltet sind, ne. Ne, wir sagen jetzt nicht mehr wirklich Haupt, ne, wir sagen ja nur noch Kopp. Ja. Und, äh, zum Beispiel im Niederländischen, da gibt's auch, äh, Kopp und Kopje, aber das haben nur Tiere. Vielleicht auch noch Kinder. So, also, ähm, ein Mensch hat ein Hoeft und ein, äh, und ein Tier hat ein Kopp. Ja. So, also, die machen die Unterscheidung. Auch ganz interessant zum Beispiel, ähm, es gibt einen Begriff für Pfoten und für Hufen. Ähm, aber Hufe haben quasi nur Pferde. Das heißt, Kühe haben Pfoten. Ah. Ist für uns so, hä? Ja. Aber, äh, also nochmal eben, Keks, was er gerade schreibt, sorry, mehr technische Probleme. Wir haben gerade eben einen Bot-Angriff gehabt, ein Follow-Bot, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, daher hatten wir ganz kurz umgestellt auf einen Sicherheitsmodus und so wie es aussieht, ist er zurzeit wieder abgeklungen, ähm, und von daher ist der Chat wieder freigegeben. Danke, dass ihr trotzdem da geblieben seid. Ihr seid treue Zuhörer. Ähm. An die, die da geblieben sind, ne? Naja, wir haben so drei, vier vielleicht verlorene, Rest ist da geblieben. Nee, vielleicht denkt man, vielleicht denkt man sich so, ne, wenn ich nicht in den Chat schreiben darf, dann nicht. Nicht als Mann. Dann müssen wir wahrscheinlich unseren Content nochmal überdenken, wenn wir da nicht mit in der Lage sind, die Leute zu halten. Ach, Quatsch. Gut. Ich finde uns süß. Meinst du, ich finde uns süß? Ich hoffe. Also ich fühle mich ganz gut, ich komme mit mir zurecht. Auch noch da. Ja, genau, leider. Äh, nee, Leide. Leide. Also, da ist die Stimmung. Leide, zwei, drei, vier. Also, wir haben Samstag Nacht, ne? Ja, genau. Wir müssen die Party einläuten. Apropos Party einläuten. Einen Titel haben wir noch. Der hat mich ein bisschen gewundert, dass der auftaucht. Achso, Träumer haben wir auch noch. Stimmt, da hast du mir noch nichts zugesagt. Ja, das ist mein Talent. Das ist mein Talent. Ich kann einfach so gut ablenken. Okay. Ich halte kurz inne und lenke dann ab. Okay. Ja. Meine Herausforderung ist, pass auf, wollen wir uns, weil die wissen ja gleich nicht mehr, wovon wir reden. Wollen wir uns den noch mal eben ganz kurz anhören? Der größte Träumer. Den hören wir uns noch mal eben ganz kurz an. Ich glaube, ich glaube, Teko will das noch mal. Ja, auf jeden Fall müssen wir das tun. Aus dem ganz einfachen Grund, die Leute wissen sonst nicht mehr, wovon wir reden. Punkt eins. Und Punkt zwei. Ich muss zur Toilette. Herzlich willkommen zurück bei Gezeiten Rekords im Magazin. Heute Abend oder heute Nacht mittlerweile schon. Das ist schon episch, was wir hier veranstalten. So lange haben wir noch nie einen Talk gemacht. Mit Träger als Gast. Da sind wir wieder zurück. Ja, danke schön für euer Verständnis. Erst mal ein Riesendank geht an die Mods, dass die hier im Hintergrund ganz, ganz aktiv uns gerade vor dem Angriff den Bot gerettet haben. Das auf jeden Fall. Und danke, dass ich mal eben den Titel noch mal spielen durfte, weil ich war völlig lost mittlerweile. Puh, jetzt können wir noch zwei Stunden machen. Ich hab's. Ich hab den Vorteil, ich kann eine Windel tragen. Die Bilder. Die kommen zu dieser Zeit, wenn man jetzt wieder so dumm witzig wird. Ja, ja. Oh, das hab ich früher bei der Bundeswehr. Dass wir haben nachher über, wenn wir eine Wache hatten, 24 Stunden mit drei Mann oder vier Mann auf dem Haufen gesessen haben. Wir haben nachher über einen Blödsinn erzählt, aber da sind wirklich die tollsten Sachen passiert. Das ist tatsächlich so. Der größte Träumer. So, jetzt erzähl. Ich sag nichts mehr. Ja. Wir sind da, ähm... Eigentlich wollten wir darüber reden, so über den Text an sich. Also ich hatte ja schon gesagt, was bisher geschah. Ich hatte erzählt, ähm, dass, äh, dass ich das halt schön bestärkend finde. Also gerade bei, bei Kinderliedern oder vermeintlichen, äh, Liedern, die an Jüngere sich richten, ne, wo es um Zusammenhalt geht und man schafft es und yo, wird schon. Und, ähm, und dann hat man halt so im Kontrast so, ich sag jetzt mal Erwachsenenlieder, die dann so sind mit, du hast mein Herz gebrochen, äh, so und, ähm, ja, und das finde ich halt so schade, weil ich finde, es könnte ruhig dann mehr, mehr Lieder geben, die sich an zum Beispiel Erwachsene richten und, und, ne, also gibt's auch, aber ich finde nur, die, die haben einen anderen, ne. Versucht der Schlager das nicht eigentlich? Mit Atemlos? Nein, das nicht unbedingt, aber so grundsätzlich, man sagt zwar immer so von wegen heile Welt, aber, ähm, das beschreibt ja da aber doch ein bisschen das, was du gerade gesagt hattest, dass im Prinzip ein, 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 die, die Leute zum Träumen abgeholt werden, dann in einer Welt zu leben, die heile sind und das, das ist ja halt eben auch das, was eigentlich das ein bisschen beschreibt, was du gerade sagtest. Gut, wenn man eine Allergie gegen Schlager hat, kann man das jetzt nicht beurteilen, das will ich wohl glauben. Ich hab, ich hab keine Allergie zum Beispiel, ähm, ich glaub auch nicht, dass du es gerade so gemeint hast, ähm, ich, ich sag's nur, äh, so, ich kenn mich zu wenig damit aus, ne, ne, also ich bin nicht damit aufgewachsen und hab mich auch nie damit so befasst, ja. Ich kenn halt dann nur diese bestimmten Titel, ne, und, äh, deswegen kann ich dazu nix sagen und ich sag, du bist auch nicht so der Schlager-Typ, oder? Ähm, doch, durch mein Elternhaus kenne ich sie eigentlich alle. Also, den, 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 äh, Rock hab ich mir eigentlich irgendwie selber erarbeitet und ansonsten, wie gesagt, ich hör alles, ich hör auch Klassik, äh, aber den Schlager hab ich von zu Hause halt eben mit, äh, bekommen, ähm, und das ist für mich immer ein Phänomen, auch, ähm, im, im Top-40-Bereich waren wir dann öfter in der Verlegenheit, dass wir dann Schlager singen mussten. Wenn du damit abends auf dem Saal angefangen hast, um, um acht oder neun Uhr, dann haben die dich alle ausgebot, aber um zwölf Uhr wollten sie alle danach grüllen und da kannten die alle die Texte. Das ist unglaublich. Ja, ja, ja. Hab ich schon. Das ist, ähm, ne ganz, also ich glaub, jede Musik, Buch, Standbild, Giso, Giso, nimm mich doch mal so, Standbild. Das hat das mit der Dramaturgie zu tun. Okay, ähm, oder, oder ich droll einfach zurück und ich verhahre einfach in dieser Position. Bis die Augen drehen. Ich hab jetzt versucht, sogar mit Luft anhalten, das konform zu machen, dass die Leute denken, oh, jetzt bin ich gerade raus. Jetzt ist aber hier auch. So, da ist ein Bla-Bla fällig. Äh, ja, genau. Ja, ähm, das ist auch gar nicht mehr wahr. Wir waren bei der größten Träumer. Ja, der ist, dass alles, ähm, das alles halt so seine, seine Zeit hat, ne. So, oder seine Uhrzeit, ne. Wie du es gerade sagst mit Schlager. Na gut. Eddie One Call sagt gerade, du kannst gut den Jagdhund machen. Was ist denn bitte der Jagdhund? Das ist von Insider, oder? Du meinst diese Gib-Acht-Stellung? So. Ja, genau. Okay. Wenn du weißt, du hast den Hund verloren, ne. Er hat irgendwas gesehen. Ja, gut. Du hast keine Chance, wenn der, das ist ja nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo der dann tatsächlich ins Rennen kommt, der Hund. Das kenne ich sehr gut. Leider sehr gut. Hast du einen Hund? Hast du Haustiere? Äh, Wunderpunkt, Wunderpunkt. Ähm, ich wollte immer einen Hund haben. Meine Eltern haben sich dann für Kaninchen entschieden. Und ich habe gemerkt, ein Haufen Kaninchen macht kein Hund aus. Nein. Aber wir konnten sie trotzdem Kunststückchen. Ähm, und, äh, dann hatte ich später Mäuse. Ähm, zwischendurch hatten wir auch einen Wellensittich. Wo man jetzt sagt, okay, das war jetzt so die Zeit, wo man quasi nur einen Vogel hatte. Und heute, wo ich das reflektieren kann, würde ich sagen, oh Gott, wie konnten wir einen Schwarmvogel, ne, in so einem kleinen Käfig alleine halten, ne, nur mit seinem Spiegel. Ja. Ja, so, aber war, war so die Zeit. Ähm, nee, dann, äh, genau, wir hatten, wir hatten viele Kaninchen, ne, ähm, aber nicht so zum, zum Schlachten oder so, einfach, die waren da. So, und, und das Interessante war, dass, also die haben ja, die haben ja Nachwuchs bekommen. Das, das war aber auch geplant, ne, durften sie. Ähm, und, äh, die hatten sechs Kinderlis. Und, ähm, die Mutter war braun-grau-weiß. Und der Vater war grau-grau-weiß-schwarz. Mhm. Vier Kinder waren albinos. Ups. Äh, eins war, ähm, blauäugig und fast weiß, bis auf, äh, Koppertin, die waren hellbraun. Und eins war richtig camouflage-braun-grau. Ähm, ja, mit, mit, äh, einem braunen, einem blauen Auge, sowas. Also, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal Vererbungslegere versuchen, zugrunde zu legen, würde ich sagen, euer Kaninchen hatte einen Lover, wenn der Vater ganz anders aussah. Ja, man weiß ja nicht, was drinsteckt, ne? Ja, ja, klar, logisch. Gerade albinos, ich glaube, kommen nur dritte, jede dritte Generation. Ja, und, und die meisten, die meisten Namen durfte ich mir dann ausdenken. Und natürlich wurde es dann sowas wie, aber warte mal, gehen wir mal so durch, ne? Du wirst, du wirst auch einen, einen Hang merken zu einem bestimmten Film. Okay. Ähm, okay, warte mal, es fängt an mit Merlin Purzel. Ähm, weil sie bei ihrer Geburt einen Purzelbaum geschlagen hat. Mhm. Also, Merlin Purzel, Frodo, ähm, Rico, dann, ähm, Teddy, Sam, äh, Mary, dann, äh, Harry. Wie, 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 wie viele sind da rausgekommen? Nein, 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 also insgesamt, ne, wir hatten ja mehrere. Ach so, okay. Also, Mary, Harry, ähm, aber Harry war ein Mädchen, ähm, hatte Pech gehabt, ähm, nur damit E geschrieben. Dann, ähm, dann genau, äh, dann, 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 Momo und Nemo. Sie war voll kreativ. Momo und Nemo. Aber, das sind schon schöne Namen, aber du hast jetzt gerade mitgezählt. Wie viel waren das insgesamt? Und die sind auch alle geblieben? Uh, und Brownie. Brownie gab's auch noch. Ähm, ja, ich glaub, wir hatten elf. Und die sind alle geblieben oder sind die auch irgendwann mal ausgezogen? Also, ich mein jetzt schon Kaninchen, jetzt nicht irgendwie Lover oder so. Das war mir schon klar. Ja, nur, ich sag mal, im Regelfall, ähm, zwei in einem, äh, in, 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 in einer Familie, okay, dass der, aber dann, wenn das dann elf sind, das ist schon eine Hausnummer. Keine Ahnung, ob die die dann halt eben später weggegeben habt, in gute Hände. Die waren teilweise zeitverzögert, weil zum Beispiel eins ist nach einem Jahr gestorben. Mhm. Ähm, also, Kaninchen sind ja relativ anfällig, ne, wenn irgendwas ist, dann, hm. So. Ja, ja. So, und, und, ähm, andere haben wir dann abgegeben. Also, wir haben von den Babys zum Beispiel zwei behalten, Mary und Harry. Und, äh, die anderen haben wir dann weggegeben. Ja, okay. Okay. So, aber am Ende hatten wir, am Ende hatten wir vier. Das war dann Purzel, Rico, Mary, Harry. Also, alles Geschwister? Nee, äh, Vater, Mutter, Kind, Kind. Ach so, Vater, Mutter, Kind, Kind, okay. Ähm, Puntoffel schreibt gerade, äh, den Lover-Namen von, äh, was ist das? Lord of the Rings? Das ist eine gute Idee. Okay. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Bei mir heißen die da einfach Schatz. Da muss ich mich auch nicht umgewöhnen, wenn sich was verändert. Kann sich den Namen auch nicht merken, ne? Nee. Wie heißt Ihre Frau? Schatz. Äh, nee. Wie Sie sie nennen. Naja, mit meinem Nachnamen. Wieso? Ist das auch meine Frau? Wir siezen uns. Wir siezen uns, genau, genau. Wie war das? Da habe ich noch nichts gehört. So, ähm, ich habe übrigens jetzt gelesen, dass, äh, sich nur Menschen duzen, die sich mögen. Ich wollte Ihnen das nur mal sagen. Ach so. Sollen wir uns duzen? Ja, lass uns doch duzen. Okay. Gut. Ähm, wir schwimmen uns frei, wir plauschen, ähm, ja, mein Fragebogen, den du ja eigentlich gar nicht so, äh, du sagtest von wegen, nö, wir lassen uns mal talken, den haben wir auch abgearbeitet, das heißt, zukünftige Projekte haben wir so ein bisschen angeschnitten. Wir haben uns einfach nichts mehr zu sagen, ne? Wir haben uns nichts mehr zu sagen, wir haben uns auseinandergeredet. In drei Stunden haben wir uns auseinandergeredet. Ein Schicksal. Ja, nicht drei, vier. Ja, stimmt, gut, wir haben ja früher angefangen als der Stream. Das stimmt. Aber, wir haben trotzdem noch was im Petto. Und zwar haben wir noch einen Titel. Und da habe ich gerade eben schon mal ganz kurz gesagt, hat mich sehr gewundert, als ich den angeklickt habe, ich konnte, nee, ich bin fast, das denn, den kenne ich überhaupt nicht, den Interpreten. Und habe festgestellt, nee, das geht gar nicht um einen Interpreten, es geht um den, der diesen Titel vorträgt. Ja. Da möchte ich gerne aber vorher wissen, wie ist es dazu gekommen und warum diese Version? Das liegt daran, also ich spoiler schon mal ein bisschen, das wird jetzt gleich eine Version sein, eines Liedes. Das Lied ist relativ bekannt. Ich bin gespannt, wer es als erstes erkennt, wenn es jetzt nicht unten steht. Es steht unten drunter, sorry. Das lügt euch an. Ne, das ist eine Klavierversion und das habe ich halt ausgewählt, weil ich damit halt mein Zuhause verbinde. Also das lügt, in einem Standbild zu bleiben und in einem schönen Elternhaus. Also meine Eltern sind total knuffig und kitschig und mein Vater spielt Klavier, wenn er mal Zeit hat und das verbinde ich halt dann so mit ihm, weil er hat dann bestimmte Lieder, die er dann übt. Ne, das ist dann für Elise und andere Lieder. So, und wenn ich das dann höre, das setzt mich sofort wieder zurück, dass ich dann, ja, es hat gerade so gepasst, ne? So, dass ich dann mir vorstelle, ich bin im Wohnzimmer und höre dem zu und es ist dann einfach so dieses Momentum. Also ich glaube, ich mag dann einfach, wenn ich es gerade selber so mitverfolge, welche Lieder ich ausgesucht habe, vielleicht immer welche, die so in dem Moment sind. Ja. Einfach dieses. Das stimmt. Ja. Es muss etwas, ist jetzt ein bisschen Kantensprung, wenn ich das sage, aber etwas, wo ich Hunde für beneide. Weil Hunde, denen ist die Vergangenheit egal, denen ist die Zukunft egal, die leben immer im Hier und Jetzt und ich manchmal, ich denke, ich beneide die Hunde dafür. Ich würde jetzt mal eins tun, ich spiele diesen Titel mal an, ich zwipe aber noch nicht rüber. Ich lasse uns mal im Bild und dann wollen wir mal gucken, ob der Chat erkennt, welcher Titel das ist. Schreibt das bitte mal rein in den Chat dann. Und es ist nicht Last Christmas auf Japanisch, ganz sicher nicht. Ja, welcome back zu Gezeiten Records im Magazin in die letzte Runde, heute mit unserem Gast Träger. Standbild. Standbild. Cool. Love Story. Richtig erraten gehabt, das stimmt. Und auch in einer tatsächlich sehr, sehr schönen Version. Spielst du selber auch Klavier? Ich dachte mir so, nachdem mein Bruder der musikalische Part ist und ich so gerne zuhöre, dass es am besten ist, wenn ich mit einem Instrument einsteige, das Akkordeon heißt. Ah. Ja, ich habe, also meine Oma hatte ein Akkordeon rumstehen im Keller und hat dann gesagt so, hier, du vertrittst jetzt unsere Familientradition, die sie aufgebaut hat und keiner vor ihr gemacht hat. Aber es ist jetzt anscheinend eine Tradition. Das heißt, ich werde es an meine Kindeskinder, Kinderkinder, dessen Nachbarn abgeben. Und so ist der Plan. Ja. In meinen 200 Jahren. Wie ist es? So, und ich habe gemerkt, es ist schon fordernd. Also ein Akkordeon ist schon wie drei Instrumente auf einmal. Jo. Absolut. Das geht natürlich wie Autofahren auch im Fleisch und Blut über. Ich habe meinen Onkel, der hat Akkordeon gespielt. Ich habe es auch nie gelernt. Ich hätte es auch niemals hingekriegt. Aber das ist tatsächlich nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Wenn du Klavier spielen kannst, kannst du noch lange kein Akkordeon spielen. Ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Aber das ist ja gut. Weil daraus ziehe ich dann ja schon mal wieder die Idee, es wird irgendwann noch ein Stream geben. Mit Träger bei Gezeiten. Sofern sie sich ausreichend wohl gefühlt hat und sie auch gerne nochmal wiederkommen mag. Ich fand es sehr angenehm und ich habe eben auch schon Rückmeldung bekommen, dass man sich gut unterhalten gefühlt hat. Oh, das ist schön. Das freut mich. Das werden wir nämlich steigern. Weil das nächste Mal würde ich dich dann halt eben versuchen zu überreden, das Akkordeon aus dem Keller zu holen. Moment, ich muss weg. An so ein bisschen vom Beethoven. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Aber wenn du mir ein Lied sagst, dann kann ich es ja bis dahin üben. Dann habe ich ja ein neues Projekt. Oh. Ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, das darfst du dir aussuchen. Aber dann ist es ja keine Herausforderung, ne? Ich glaube, ich würde dann einfach nur Flohwalzer machen. Denn nee, so kommst du da aus der Nummer nicht raus. Kennst du das? Du stellst irgendwo ein Klavier hin und jemand kommt und macht Flohwalzer. Ja, absolut. Immer so. Immer. Das ist übrigens bei mir so, ich kann nicht wirklich viel spielen und ich wahrscheinlich auch nicht gut. für das, was ich so rumbastle, halt eben im Tonstudio. Weil primär sitze ich eigentlich im Tonstudio bautechnisch. Und dafür langt es. Nichtsdestotrotz ist es bei mir eine Zwangshandlung und meine Kollegen hassen mich übrigens dafür, wenn ich irgendwo durch einen Haushalt gehe oder durch irgendeine Einrichtung, keine Ahnung, und da steht ein Klavier. Ich kann nicht dran vorbeigehen. Ich meine natürlich, wenn es um eine Rettung geht, dann ignoriere ich das Klavier. Aber trotz aller Idee. Oh, die Gänze, ich bin nicht vorbei. Hören Sie auf zu sterben, ich muss spielen. Nein, aber auf jeden Fall, ich kann einfach nicht dran vorbeigehen und ich muss einfach dieses Klavier, keine Ahnung. Einer meiner Mots hat schon gesagt, dass er zurzeit ein Klavier hat, was er unter Umständen abgeben möchte. Nicht wahr? Und vielleicht bin ich ja in absehbarer Zeit denn Besitzer eines Klaviers. Damit wird ein Traum wahr. Genau, das heißt, einen weiteren Stream würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich dich dafür begeistern könnte. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Es war mir auch eine große Ehre, diese Einladung rauszuschicken, nachdem ich denn den Mut zusammengenommen hatte. Aber habe ich dir jetzt die Hosenstamm gezogen? Also war es so schlimm? Nein. Hat gar nicht wir getan, nee? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Es war alles gut und ach nee, mir geht es prima. Ja, das war schon so, ich kann es nicht erklären. Ich mache mir Gedanken mal darum und dann würde ich es vielleicht nochmal an anderer Stelle erklären. Ich sage aber jetzt schon mal, die Talks, ich mache keine Termine in der Regel, die länger als drei Monate im Voraus sind. Sardennis ist ein Projekt gebunden, wie jetzt halt eben auch in der Zukunft, habe ich da nochmal eine Schriftstellerin mit da, was mit der Buchveröffentlichung einhergeht. Von daher sind wir bis Juli schon mal ausgebucht, worauf ich hinaus will. Wenn du denn dann aber irgendwann sagst, von wegen, ey cool, ich verbinde das mal mit einer Reise in den Norden. Ich verbringe mal, was soll ich, eine Woche im Norden. Auf der Couch kann man auch prima schlafen. Da schlafe ich dann, du kriegst dann das Bett. Guckst du Hafen, ne? Guckst du Hafen, genau. Ach, mal erwähnt. Dann können wir natürlich halt eben auch spontan hier einen Stream auf der Couch machen. Genau. Jetzt sind wir schon wieder von abgekommen mit dem Raid. Ja, und wir haben ja schon ein Datum. Wir wollten ja am 5. Februar 2031, wollten wir ja joggen gehen. Oder eine Couch kaufen. Das wird eine IRL. Wir machen eine IRL, weil Treyko und ich gemeinsam eine Couch kaufen. Läuft, machen wir. Soll ich das schon mal eintragen? Ich hätte vielleicht ein Raid-Ziel. Und ich habe eben gerade Keksmamper schon gefragt, also drauf angesetzt und vielleicht... Achso, dann läuft das ja schon. Das wäre schön. Ich weiß nicht, wie lange die Person noch streamt. Aber die macht gerade auch was mit Musik. Und zwar Song Competition. Song Competition. Ja, Song Competition, da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Hast du ihm das per PN geschickt? Weil ich sehe es nicht. Hast du ihm das per PN geschickt? Weil ich sehe es hier nirgendwo. Achso, ja, dann ist ja gut. Hinter deinem Rücken mit deinen Mots. Oh mein Gott. Im Flagrant hier erwischt. Kann ich mit um. Ja, wir sind ganz klein und siehst du nicht. Achso, Keks guckt gerade. Nee, aber Keks war ja auch mit der Impuls von... Oh komm, frag mal Träger. Und dem sind wir natürlich auch nachgekommen. Ja, genau. Wir hatten mal... Ich kann dir mal ein Beispiel erzählen von Keksmamper. Du musst dir Keksmamper vorstellen. Song Competition. Das Thema war episch. Also Lieder, die episch sind. Und es trat an im Finale. Keksmamper gegen Keksmamper. Ja. Warum ich so grinse, bis sie über beide backen... Du wusstest das schon, ne? Wissen? Das muss ich mir zweimal täglich anhören. Und das war so heroisch, dass er mir das zweimal... Oder uns allen das zweimal täglich erzählt. Willst du noch damals bei Träger? Soll ich die Story nochmal erzählen? Nein. Nein. Aber er ist ein ganz lieber... Aber das hat er tatsächlich erzählt. Und er war schon verdammt stolz auf sich selber. Kann man nicht anders sagen. Vor allem das Geile war, in der Runde davor, ne? Also so im Halbfinale, ne? Da ist Keksmamper gegen Saminka angetreten und Saminka gegen Keksmamper. Ach, wie cool. Ja, ja. Also das war halt richtig episch, ne? Das ist ja cool. Und dann tritt er gegen sich selber an. Ja, ja. Also Saminka hat er zweimal rausgehauen. Ja. Sag mal, aber wenn man... Weil wir hatten das auch. Und irgendwie war das ein bisschen ungünstig bei uns gewesen. Wenn man gegen sich selber antritt, hatten wir irgendwann gedacht, ist ja blöd. Aber wenn du dann im Prinzip im Finale stehst und du hast es so konfiguriert, dass man nicht gegen sich selber antreten kann. Was macht denn dann überhaupt das Programm? Der dürfte das ja eigentlich gar nicht zulassen, oder? Man kann es in den Einstellungen so machen. Aber wenn natürlich deine Lieder die einzigen sind, die verbleiben, dann ist das so. Da hast du halt Frech gehabt. Also funktioniert aber auch. Aber es gibt in den Einstellungen, dass zum Beispiel... Wenn du mehrere Lieder einschickst, zum Beispiel zwei Lieder, dass die vorher nicht gegeneinander antreten müssen. Weil sonst ist ja sofort ein Lied von dir raus. Ja. Und das ist ja unfair. Ja. Also wir hatten das vor zwei Wochen, hatten wir das hier auf Samstagabend im Stream gemacht. Und die Community hat es gefeiert. Die war völlig begeistert mit dem, was da passierte. Allerdings haben wir im Nachgang dann überlegt, man sollte das ein bisschen thematisch eingrenzen. Weil es gibt einfach Lieder, die liegen dem einen Zuschauer am Herzen. Die haben aber gegen andere Rubriken, hätte ich fast gesagt, haben die einfach keine Chance. Das ist so, ne? Also es gibt so Evergreens, die man sofort feiert. Ja. Oder zum Beispiel auch, bevor man das andere Lied gehört hat, so eins, 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 eins. Also das ist dann so, dass man dem anderen Lied gar keine Chance lässt, dass man einfach so voreingenommen ist. Genau. Beziehungsweise häufig ist es so, dass schwunghafte Lieder weiterkommen als ruhige Lieder. So, weil man hört ja auch nicht so viel rein. Ja. Es ist auch eine andere Stimmung und so. Ja. Und also zum Beispiel, wir machen das dann so, wenn wir es mal so spielen im Stream, dass ich dann auch betone, dass es um das Thema geht und jetzt nicht um so eigene Präferenzen, sondern wie gut hat das Lied das Thema getroffen, sodass man da so diesen Wert hat. Ja. Und dass es halt ein sensibles Thema ist, weil man vertraut ja seine Lieder, die man hat, dem an. Also jetzt mal eben zum Verständnis. Das heißt, du rufst dazu auf, Thema XY. Ja. Die Leute voten das rein und voten jetzt nicht primär darum, ob der Titel besser ist als der andere, sondern welcher der beiden Titel besser ins Thema passt. Ja. Ach cool. Also so zum Beispiel, ja. Also es kann natürlich auch so ein Thema sein, zum Beispiel wir hatten mal Japanisch. Ja. Und da ist es natürlich dann so, okay. Alle Lieder sind japanisch dann. Das ist so. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Episch haben, das war ja so interessant, was man unter Episch versteht. Ja. Und das war so, wo dann der gemeinsame Konsens ist. Das stelle ich mir auch äußerst interessant, aber auch schwierig vor, weil es fängt ja schon damit an, ganz banale Geschichte, sag mal von wegen Disco in der 80er. Ich glaube, da werden bei vielen Zuschauern die Meinungen darüber auseinander gehen, was dann halt eben Disco-Musik in den 80ern gewesen ist. Weil die einen waren in der Disco, die hatten verstärkt die Mucke und die anderen waren in der Disco, die hatten verstärkt die Mucke. Und wodurch man ja im Prinzip halt eben schon mal so ein bisschen vorbelastet, dass man sagt, nee, das ist keine Disco-Musik, was du da spielst. Doch, du warst nur in einer anderen Disco halt eben. Ja. Genau. Habe ich eben ganz kurz in den Chat gefragt oder in die Regie gefragt. Keks, haben wir Chance mit dem Raid? Dass wir mal eine Orientierung haben. Und nochmal eben ein bisschen Sachen, Dinge in eigener Sache. Heute Nachmittag wird im Laufe des Nachmittags irgendwann der Talk von heute bei YouTube auftauchen. Allerdings ohne Musik, die habe ich dann rausgeschnitten. Das findet ihr dann bei Gezeiten Records drüben auf YouTube. Dann am kommenden Samstag, ich sage es nicht gerne, am kommenden Samstag haben wir dann wieder die Jukebox. Das heißt, Song Request, ihr entscheidet dann in dem Falle, was in die Jukebox reinkommt. Und es gibt wieder ein Thema und das ist deutsche Partymucke. Das wird wieder sehr spannend. Weil, ja, da gibt es dann natürlich, da ist immer sehr viel Action dann im, 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 Discord, äh, Quatsch, im Discord, im Chat. Genau. So, ich kriege keine Rückantwort, ob der Raid funktioniert. Ja, doch, 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 er hat gesagt, jup. Ach, da, oben. Okay, alles klar. Du musst ja auch mal lesen. Ja, Entschuldigung. Gut, Treka, ich bedanke mich bei dir, dass du da gewesen bist. Ich will mal eben ganz kurz meinen Mod die Ehre geben. Wo habe ich sie? Du kannst theoretisch auch einen Zweiteiler draus machen. Ich glaube, wir haben genug Stoff. Ja, das packe ich alles zusammen in eins. Okay, extra lange. Da, guck mal, extra für meine Mods. Die haben gesagt, irgendwo gesehen, dass es da gab, dass die Mods alle namentlich erwähnt wurden. Und dann habe ich gesagt, Kinders, das kriegt ihr hier. Ani Mods, heute Abend, Tamtam war dabei, Paula habe ich gesehen, Teleminator hatte ich jetzt nicht gesehen. Nee, Kingsmove habe ich gesehen, Black Pearl habe ich gesehen, Music Man habe ich gesehen und mich habe ich gesehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Treka, dass du dabei gewesen bist. Es war ein sehr schöner Abend und ich hatte ja gesagt, wenn es nichts mehr wird, dann spielen wir nachher irgendwas. War also Quatsch, brauchten wir überhaupt nicht. Und wir werden auf jeden Fall einen Termin in der Zukunft finden, wo wir das Ganze wiederholen. Das Quatsch, nee, aber wo wir denn wieder ein paar Stunden plauschen werden. Hab herzlichen Dank, dass ihr da seid. Chat passt auf euch auf. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschau. Tschau.